mit einem let's play und heute spielen wir wieder city skylines aber aber wir bauen heute eine neue stadt und zwar von grund auf ich wollte letzte woche mal ausprobieren ob city skyline so oft richtig funktioniert so ja mein rechner kriegt es gerade so hin ich habe jetzt auch mal in der anderen stadt bisschen weiter gebaut weil ich dachte lass er fürs let's play eine neue stadt beginnen dann merkt man aber schon nach einer weile wenn man so bei 20 30.000 einwohner ist das ist dann schon auch etwas mühsamer wird also dass die stadt funktioniert auf leistungsmäßig natürlich also es geht vor allem um die leistung ich zeige mich jetzt hier erstmal ach moment müssen man noch kurz haben vergessen hier noch wo jetzt weiß ich gar nicht ob die kamera überhaupt gleich erkennt vielleicht muss ich kurz noch mal neu starten das habe ich jetzt vergessen ich habe nämlich normalerweise im obs virtual camp immer an bzw habe ich diesen obs modus aber ich muss den eigentlich vor dem stream einschalten sonst geht es nicht alles doch geht trotzdem ok es geht trotzdem so da bin ich erst mal was machen wir nun gehen wir erstmal hin tun ein bisschen mehr werbung machen dass ich jetzt live bin ich habe wieder viel zu viele tabs offen viel zu viel ich habe wieder dokus geschaut habe ich da habe ich die concord gegoogelt was sie sich für ein scheiß kram halten so ich würde auch sagen dass ich dann von diesem let's play wenn das heute gut läuft da gibt es dann auch wieder upload ich werde noch ein paar talk streams auch noch hochladen ich werde erstmal disco wieder haufen nachrichten bekommen ja wir starten auch gleich ich mache es gerade nur noch ein bisschen zeug nebenher dauert nur kurze zeit ist immer wieder merkwürdig dass discord wenn man da den link poste dass der immer mal wieder ein bisschen anders angezeigt wird facebook habe ich eigentlich schon wollen sie bei facebook immer noch rocket league anzeigen es nervt mich mal ein bisschen wenn man wenn man den stream teilen möchte auf facebook oder so dass es da immer wieder nur das rocket league anzeigt also weil man das irgendwann mal gespielt hat das hat man irgendwann paar mal gespielt und jetzt zeigt es hat immer wieder rocket league nur an dass es nervt mich ein bisschen papierkopf verschieben ist auch noch mal aktualisieren und dann schalte ich auch gleich mal auf den alles zeigt immer was soll das let's play rocket league das habe ich zuletzt ja doch gut am donnerstag servus prinz halter wo muss ich das wieder extra dazu schreiben das ist ah naja so ist das also ein bisschen reklame gemacht dass der herr jetzt am stream ist dann wechseln wir mal schon mal in einen anderen bild modus und ich hoffe mal dass es zu keinen pannen kommt muss auch hier noch die kamera hier so wechseln da sieht dies gar nicht haben hat das schon drin hat man gleich sehen oder muss man sich da extra einbauen mir scheint der rocket league wieder das muss irgendeine streamlabs krankheit sein die ulic kommen hat nicht die kommen wenn überhaupt dienstags eigentlich sind sie für dienstags reserviert wenn du dienstags nur da bist bei der talkrunde da kann ich so wieder einbauen neues spiel machen wir und jetzt sieht man erstmal so die standard karten es gibt auch hier szenarien die man auswählen kann hier oben ist der weiter loko strom was auch immer das heißen soll also ökostrom klar aber naja aber finde ich ehrlich ein bisschen doof irgendwelche fertigen städte zu übernehmen ich brauche schon ganz gerne meine eigene und da hat man noch einige karten also hier preußenhügel das staubbecken aber wir fangen mal oben an also gehen wir alle durch da kann man ja mal eine auswählen neues spiel neue karte kein schnee ok du willst kein schnee naja ich habe jetzt gerade eine schnee karte am spielen das muss auch nicht unbedingt sein also wir haben hier die nebelküste das sieht natürlich nicht so groß aus jetzt das bisschen doof nordwald rosa lindt seebuch bucht oder soll ich ein bisschen langsamer machen ich weiß nicht ist das zu schnell also überall harzberge irgendwo nebelküste küste ist immer gut nordland ist mal interessant okay merkt man es mal nordland ist schon mal das war nord nordwald hieß das nicht nordland nordwald rosa lindt auch wie küste seebucht wolfsbach aber da gibt es noch viele edental das sieht eher nach wenig wasser aus grünflüsse da muss ein bisschen mehr wasser geben weil sonst heißt das ding ja nicht grünflüsse lavendelsee baumgarten grüne gipfel marmorschlucht perlenbucht zwillings fjorde das finde ich klingt auch sehr interessant hohe hügel öde benen öde benenen öde ebenen oh gott öde ebenen öde ebenen siebenseen berggrauen höhlenküste es ist natürlich schön du wärst voll mit dabei und dann könntest du sagen stoppt genau das will ich also bisher ist ja vorher irgendwas von nord land hast du geschrieben nordwald hieß das halt aber du musst halt sagen das ist eher mediterran oder eher mal gucken was steht davon thema basis thema zum beispiel hier insel honu das ist tropisch kiefernflüsse boreal windfeld ist gemäßig so schnee schnee können wir mal ausschließen das will sie eh nicht nicht glaubt sind das jetzt irgendwie ob das sind das kann ich sehen dass die standard sachen gewesen hier tropisches hat sich toller toller aber ich bin ja nicht so ein fan von tropen aber wenn du das unbedingt willst macht man das halt ich mag hat mehr nordisches klima deswegen spiele ich auch gern schnee karten und so weiter also unbedingt unbedingt tropisch oder oder gemäßigt oder du musst sagen ob ich bin nordmann ja nee sag es einfach mal klar und deutlich wenn du unbedingt tropisch wird mach mal tropisch hier die fehlen mir noch ich müsste mal sunset aber noch kaufen kurs steht auch wieder preußen hügel gibt es hier auch noch sie auch noch kaufen natürlich saß das ja mir fehlen noch zwei addons aber besorgen ja kostet es wieder geld dann macht nordland dann sagst du okay also dann machen wir nordwald hieß das also nordwald willst du zum ersten zum zweiten und zum dritten ich fragte jetzt noch mal zuletzt und dann 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 nehmen wir es auch dann dann starten wir hier und da kann ich ja mal gleich also nordwald stadtnahme soll man den auch gleich noch auswählen als schauerberg oder was soll man dann nehmen wunderbar wunderbar sandbaraka flensburg auch du willst flensburg unbedingt flensburg mit bergen das ist noch nicht schlecht flensburg mit bergen dann immer mal flensburg man kann es übrigens auch noch ändern wenn man will also man kann jederzeit auch den stadtnamen ändern so jetzt dauert es natürlich wieder ein bisschen wobei es dort hielt sich noch nicht ganz so krass lang weil wir haben ja noch nichts gebaut ich kann auch gleich dazu sagen bevor mich irgendein überfällt ich habe unendlich geld das heißt ich habe ich spiele jetzt nicht ums geld mir geht es mehr ums bauen also bevor jetzt jemand auf mich zukommt sagt oh Gott ja ich weiß ich könnte auch das alles mal ein bisschen schwerer spielen können wir auch alles noch machen wir können auch mal alles mal alles ausschalten was irgendwie nur ansatzweise cheat mäßig ist der witz ist nur dass das spiel damit auch arbeitet dass man halt auch einfach so spielen kann die sachen sind schon alle vorinstalliert quasi und man muss sie einfach nur einhaken oder nicht einhaken von dem her ja ja jetzt wünschte ich mir ich mal dass abgesehen von prinz heiter wo noch jemand anders dazu käme okay sumo city stadtteil stadtteil sumo city stadtteil baraka ja ja das wäre mal gut gute idee dann würde sumo vielleicht ja mal im chat was schreiben das macht das viel zu selten der sack nein der der tat sein kram zu machen und hier und da zu tun ein total busy man jetzt kriege ich hier natürlich ein paar meldungen back meldungen von ich habe da eine modifizierung die mir sagt welche modifizierung nicht richtig laufen auf youtube werden mehr zuschauer ja das kann schon sein aber pfff sumo hat auch so angefangen und irgendwann lief es ein bisschen besser und von dem her ich bin da nicht um ihre videos zu pushen um ihre likes zu pushen um ihr zeug zu pushen tja aber so ist empfehlenswert ist übrigens das mache ich auch immer so wenn ich jetzt eine karte starte dann fange ich auch immer in der mitte der karte an ne also ähm man kann mich mehrere teile gleich dann dazu kaufen das wirst du gleich sehen das siehst du dann ähm wir werden uns da gleich mal alle gebiete sichern denke ich ja ja das sind auch schon ein paar autobahnen vor gebaut ne also da gibt es ja immer so ein paar straßen schon ähm also die standardmäßig dabei sind nur die werde ich hier stück für stück ein bisschen umbauen vielleicht nicht mal den verlauf aber ich werde halt meistens gehe ich hin und tue halt die autobahndreiecke oder die kreuze werde ich ein bisschen umbauen weil die auch ziemlich hässlich aussehen von bei der standardversion wenn die das so ich bin ja ein riesen straßen fan ich liebe es tolle straßen kreuze zu bauen und und hier und da und tunnel und brücke und das ist es begeistert mich total habe ich wie so ein autist der einfach nur sitzen kann und zuschauen kann wie der verkehr fließt da geht mir voll einer ab naja die ladezeit immer ne ja kauft mir so ein i9er oder sowas oder so den neuesten amd kauft kauft mir einfach kauft kauft mir einfach dann spiel ich alles auf höchste auflösung und dann lutscht das spiel ich jeden tag stadtfahne blau weiß rot weiß ich kann man das alles stadtfahne einstellen habe ich noch nie nachgeschaut klar gibt es vielleicht eine modifizierung für ja die kunst ist es ja auch mal bei solchen pausen einfach dann während der zeit reden zu können also einfach reden 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 so wie ich es gerade mache so das erinnert mich ein bisschen an die geschichte von dem vorfall torfall von madrid ne wo es ja dann wirklich ähm ja ist er günter ja auch und wie heißt er äh marcel reif ne wieso da 76 minuten lang reden müssen irgendwie um die zeit halt wie ja zu füllen das fand ich schon egal ich glaube der ist glaube ich ganz wichtig das wurde uefa ne oder der ist ganz unwichtig und da trägt einfach irgendwas so ist es mit city skylines auch man muss halt einfach noch nie hätte einem spiel ein tor so gut getan noch nie hätte ein tor einem spiel so gut getan so rum das erste tor schon gefallen waren heute ein ganz frühes von ganz frühes tor ich würde sagen ich würde sagen wo sie dann den pfosten darum kloppen und dann was auch der wasser reif oder sowohl gesagt habe hinziehen sie schon als grundwasser geschlossen ja sieht die skylines ist ein bisschen wie wo sie dortmund real madrid 1998 ja ja das war das jahr wo laut und meister wurde 1998 war ein tolles jahr war ein geiles wwe jahr das war die steve austin fehde ich bin gänzler geworden ja nicht wm 98 war auch noch fck ist meister geworden was haben wir dann noch gehabt 1999 war dann die spendenaffäre ja ja 1998 da war ich 8 aber ich weiß doch relativ viel also das finde ich eben komisch wenn leute nix mehr wissen was mal war also wenn man wie so voll viel vergisst irgendwie also wenn das klangzeitgedächtnis echt mies ist bse skandal war das auch 98 siehst du das hätte ich jetzt auch nicht mehr genau gewusst 1998 ein jahr nach lady da ist tot 98 was war denn da noch alles was waren da so in den charts macarena war doch glaube ich 96 97 sowas oder war auch furchtbar mofa prüf bescheinigung gemacht ah du bist halt ein stück älter als ich ne ich war da in der dritten klasse kam in die dritte klasse ich kam in die kam ich in die dritte ich glaube ja ja 96 bin ich in die erste zweite dritte ich kam in die dritte klasse dann wie war wie war forever die spice girls war das diese die dieses dieser balladenhafte song davon den spice girls den fand ich ja damals schon extrem traurig irgendwie der hatte ja was sehr trauriges irgendwie an sich ich fand den irgendwie damals für mich war damals fast ein bisschen zu düster wenn ich das sag damals als kind weiß ich das habe ich schon so als äh so als niedergang verstanden wie so den song so da hat man gemerkt wie bestimmt ist es da bald vorbei ich kann mich auch an das musikvideo noch erinnern da war ja auch wie so wie so ein mauer blümchen was du da irgendwie äh also war ja noch ein junges ding da ne hat er damals nur onkels platten ja 98 waren die auch weitestgehend rehabilitiert schon ne so ab anfang mitte der 90er hat man hier die onkels dann so peu a peu auch als normale rockband dann auch verstanden es gab zwar noch paar jahre während das immer noch so kritiker und leute die 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 nahtzecke geschoben haben aber da war es schon ein bisschen vorbei zwischen störkraft und den onkels steht ne kuschelrock zu idee das war aber 91 oder 92 oder aber ich bin auch kein ärztefan als ich bin weder onkels noch ärztefan weder von beiden also es interessiert mich beides nicht was sie so machen wenn ärzten nervt mich nur so ein bisschen dieses dieser song schrei nach liebe das ist für mich so ein bisschen ist für mich einfach so ein mainstream anti nazi song der aber für mich viel zu oberflächlich ist vor allem rein alphabetisch gesehen zwischen störkraft und den onkels liegt ne kuschelrock cd ist schwer ne kuschelrock ist ja auch so ein so ein so ein sampler oder so zusammenstellung da so wir haben eine neue stadt begonnen hat ja ungefähr 1000 jahre gedauert und das sieht schon sehr nach man hätten aus wenn man das so dreht oder oder hartzen river ich finde mich nur dass es halt hier weiter geht und kein meer kommt ne aber hier diese mittlere insel die hat zu wissen was von die hat ein bisschen was von von man hätten konnte man so jetzt können wir wir müssen nicht ja wir können oder ich würde vielleicht dann doch empfehlen erstmal muss man hier in die übersicht gehen bereiche jetzt sieht man hat noch verschiedene bereiche zur auswahl und was neu entscheidender ist man kann die sich schon alle holen die kosten mich jetzt eh nichts weil wir haben hier den geld bot wie auch immer an das heißt wir können uns diese ganzen gebiete schon mal alle holen und da sieht man auch mal was ein gigantisches areal das am ende auch ist es reicht auch aus wenn wir erstmal vielleicht die ersten neun nehmen wo gehen dann wieder zurück in die mitte und können dann von hier aus die stadt hier bauen aha da wollen sie auch schon haben sie schon eine vorgebaute straße nicht sondern das hier so übernehmen was hat schon mal furchtbar ist hier dieses autobahnteig das ist einfach so was so ein pot hässlich gebaut ne also liebst du dich das hier schon mal umbauen war das etwa so war viel zu steil die rampen und so das ist das ist primitiv einfach das kann ich einfach viel schöner bauen so hier haben wir auch noch mal das ist das geht eigentlich in ordnung sogar vom baustil das ist sogar richtig akzeptabel sagen wir denn hier noch so das sieht eigentlich auch okay aus aber hier ist es natürlich auch extrem eng also da würde ich mich nicht wundern wenn es hier staus gibt da wäre es gut wenn die schleifen ein bisschen größer wären naja das ist aber auch kein richtiges kleeblatt ne das ist nur so ein halb kleeblatt ein autobahndreieck die haben ja doch gar kein kleeblatt dazu bräuchte man ja auch zwei übereinander laufende autobahnen hier könnte man theoretisch ein kleeblatt durchbauen irgendwann und das war hier wieder mündenauer man hat ja ich bereits hier die anschlussstelle wahrscheinlich eher nach oben hin oder so müsste man mal schauen so eigentlich ist ja hier der mittelpunkt der insel ich glaube das ist auch der absolute mittelpunkt der karte finde ich oder ich finde hier wäre es gut wenn man hier so auf hier direkt in der mitte die kernstadt bauen würde wo dann die hohen gebäude später sein sollen fände ich irgendwie hier direkt in der mitte so ein bisschen manhattan mäßig halt das heißt das ist jetzt die frage brauchen wir hier noch ein autobahndreieck oder ganz schön viele klippen und so weiter ja also wir müssen ja auch gucken wir die wasserversorgung hier wohl noch mal gucken wie das wasser hier fließt wir müssen wir hier laufen lassen wir haben diverse modifizierungen an zum beispiel auch eine zeitmodifizierung da muss ich auch gerade mal gucken wie die jetzt eigentlich eingestellt ist und zwar hier realtime ich mache nämlich die zeitgeschwindigkeit am tag nicht ganz so schnell machen über die nachtgeschwindigkeit schneller da muss ich ja noch gucken hier war da würde ich nachher gleich was brauchen zwar bei diesem mod der sehr wichtig was haben wir denn hier das kann man alles sie ist alles egal glaube ich individuelle fast die straßenzustand größen machen wir mal ein verbesserte fahrzeuge aktivieren dynamische spurenauswahl das machen wir auch mal rein und zwar ein bisschen mehr hier 60 75 75 aktiviere realistisches parken können wir auch ein machen für hintere übertriebenes umsteigern haltestellen können wir auch ein machen das sind alles jetzt modifizierungen die ich noch benutzt hier machen wir mal hoch so damit busse dürfen richtungsfall ignorieren lassen wir mal noch Fahrzeuge dürfen blockiert auch jetzt fahren Fahrzeuge dürfen an kreuzungen wenden Fahrzeuge schwere laste bevorzugen die äußeren spuren auf autobahnen das machen wir auch noch rein aktiviere spezifische einordnungsringen auf der autobahn ich weiß gar nicht was das nun mal war ich mach es mal rein verbiete private fahrzeuge und lieferwagen auf busspuren lassen wir mal noch weg erlaube fußgänge überwege auf der hauptstraße den kann die ebiker erlauben den fahrzeugen auf den ausweich straße hat die einstatt in einer blockierten wills kann man gar nicht weiter sehen das hat doof überlagerung das können wir uns eigentlich erstmal das schenken so meine frage kannst du erst mal sehen wie schön das hier noch alles läuft später wird das alles ein bisschen langsamer aber was ich mal grundsätzlich machen muss ich werde dieses autobahnkreuz jetzt nicht dieses dreieck werde ich hier nicht umbauen aber ich werde es ein bisschen optimieren und zwar in die kleinigkeiten es müssen hier vier spuren sein das hier noch ein stückchen länger weiß ich ob ich jetzt ein bisschen zu lang gebaut habe so das erstmal ohne schallschutz wände umgekehrt damit hier kein und drehen wir es um warum mache ich das ja damit hier quasi wieder abbiegespur gibt deswegen baue ich das wenn ich noch ein stückchen länger machen können hier ich will schon dass es alles eher ein bisschen gleichmäßiger ist auch von hier nochmal ein stück weg so ungefähr so wir sind schon so die kleinigkeiten wo ich unglaublich viel zeit mit vergeude ich brauche das irgendwie das ist alles ein bisschen schlauer gemacht ist also hier zum beispiel müssen wir das auch nochmal machen gucken das sieht mal ganz gut aus das passt was habe ich jetzt hier hatte ich vier stück naja hier sind es drei habe ich hier sind jetzt eine kleinere dafür okay die sind schon etwas länger hier da bin ich so ein richtiger perfektionist dann machen wir das hier ein stückchen länger dann müsste es ungefähr passen so da haben wir alles richtig weil jetzt kommt das entscheidende jetzt habe ich hier oben diesen tp mod tmp so ein verkehrsmord ach scheiß scheiß ist Gott Dreck da kommt dann die Einblendung rein seht ihr nicht aber ich sehe es so und dann tun wir jetzt erstmal hier jegliches überholen quasi ausschließen beziehungsweise nur dass die linke Spur auf diese diese rechte Spur quasi dass hier die ganze Außenspur nur nach rechts auf die H Spur kann das heißt vorher müssen sie sich schon mal einordnen und eben nicht dann von der ganz linken Spur auf die Abbiegespur wechseln wir sind da schon ein bisschen nach Ordnung orientiert wir machen wir es auch erstmal so hier könnte man jetzt auch theoretisch sagen dass die auf der fast ganz rechten Spur dass die die da auch ausweichen und die 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 Spur frei machen aber das lassen wir jetzt erstmal weg das kann man noch ein bisschen den Zufall überlassen wichtig ist nur hier dass hier die dritte Spur nicht auf diese vierte geht weil wie gesagt das war eigentlich meine Abbiegespur sein so und deswegen mache ich immer diese bunten Dinge hier dran hier nochmal ganz klar hier ist es auch schon mit dem Pfeil drin ganz einfach mal hier vorne ja nur noch drei Spuren kommen und dann sagt sich die Skylines okay dann muss wohl die äußere zum abbiegen da sein also so schlau ist das Spiel schon hier müssen wir übrigens auch noch vier Spuren machen dann müssen wir jetzt auch mal gleich gucken wie das aussieht eigentlich passt das schon so ein Stück hier mit der dann der Teil mit der Brücke und ja das ist schon in Ordnung so dann muss man das hier auch wieder machen und was ich hier alles mache sind jetzt alles Sachen die halt nur mit den Modifizierungen gehen also das sind wie gesagt keine Standard Game Dinge das Standard Game ist da viel simpler gemacht man muss aber immer noch dazu sagen jetzt weiß ist SimCity oder so wäre das alles überhaupt nicht gar nicht zu wäre das nicht zu denken irgendwie sowas zu machen ich glaube da gab es später auch Modifizierungen wo man ein bisschen so ja so ein bisschen besser was man machen konnte aber das war vor meiner Zeit bevor ich bei SimCity so richtig mich mit den Modifizierungen auseinander gesetzt habe egal auf jeden Fall hier muss das passen und dann haben wir noch hier nochmal das habe ich verkehrt gemacht oder ne so der hier muss da hin der da muss da hin und so müssen wir es machen das hier noch so und jetzt gibt es ja noch eine andere tolle Modifizierung damit das jetzt ein bisschen schöner aussieht das habe ich auch erst seit kurzem strgl jetzt kann ich hier das ganze ein bisschen schöner machen hier mit einer Linie die passt zwar nicht immer ganz perfekt aber es sieht auf jeden Fall besser aus als ohne so und dann machen wir hier einfach noch Linien hin also allein dieser Part hier ich weiß das finden manche unglaublich öde ich mir macht das ein mir macht das total viel Spaß schöne Straßen zu bauen also ja ist einfach toll so hier ich könnte jetzt natürlich hier noch mehr genauer werden zum Beispiel hier sind die Linien etwas dünner glaube ich aber das sieht zumindest von Weitem nicht ganz so gescheuert aus kann man auch mal wenn man wirklich nichts zu tun hat gerade bei einem Spiel kann man das auch noch verbessern aber ich finde so dieses grundlegende Aussehen so mal hier zu verändern das finde ich schon geil weil jetzt hat man hier auch wirklich mal eine schöne Abbiegespur die auch nach einer aussieht ich glaube hier sind ja normalerweise die Markierungen noch etwas dicker hier müsste man sie tatsächlich dicker glaube ich als die mittleren Markierungen machen dieses Game ist auch autistisch perfekt ja ich glaube das schwingt bei mir auch schon ich muss irgendwas da in mir drin haben also so ein kleiner Autist bin ich glaube ich auch aber auch aber trotzdem ein kleiner ich bin ja trotzdem noch fähig ich kann jemand in die Augen schauen ich kann mit jemandem reden ich kann aber das sind Dinge das ist einfach nur das ist das ist es so für mich ne ich kann stunden kann ich diese Spiele spielen also stunden macht mir mega viel Spaß allein dieses jetzt hier einfach nur so ne eine schöne Markierung rein machen was vorher noch nicht war und jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus ah das ist doch herrlich ist doch toll oder ist doch super da kann ich echt begeistert sein ich glaube also mit einem High End Rechner oder so und dieses Spiel ich glaube da habe ich muss ich meinem Leben nichts Neues mehr machen mache ich nur noch City Skylines Let's Play von morgens bis abends eine Stadt nach der anderen so hier auch noch also das musste ich jetzt einfach machen weil ich auch gleich dieses Ding hier benutzen werde denke ich wo haben wir hier mal noch so dann hier noch man muss halt auch diese Tastenkombination kennen die stehen aber überall bei den Modifizierungen dabei hier zum Beispiel passt die Linie nicht ganz richtig äh oh leid jetzt habe ich die Falte hier muss doch ne gestrichelt hin so ähm gut das ist halt es ist halt eine Modifizierung da ist selten alles perfekt da kann es halt schon mal sein dass es nicht ganz passt ich habe auch noch nicht geguckt wie man das nun wieder verbessern könnte oder wie man vielleicht die alte Markierung weg kriegt oder so oder die Linien verschieben kann habe ich noch nicht gesehen glaube ich geht auch nicht könnte mir nicht vorstellen dass es auch noch geht so machen wir hier noch und dann nochmal Streifen brauchen wir hier ha was mich jetzt auch noch ein bisschen nervt ist dass dieser Pfeil weil er sich der Pfeil zeigt deswegen nach rechts weil er sich denkt dass er quasi in eine Strahle wie bei einer T-Kreuzung reinfährt ne ne also das ist wirklich so äh die Straße denkt sich jetzt ist halt einfach falsch programmiert von dem Spiel auch ein bisschen die hätten bei der bei der Autobahn Programmierung hätten sie sagen müssen naja wenn eine Einfahrt oder eine Ausfahrt ne so und so rein geht dann ja wobei bei den Ausfahrten geht es eigentlich da ist es eigentlich nicht ganz falsch hier könnte man es höchstens vielleicht noch aber du lebst fast nur vor dem PC da könnte man eigentlich den Pfeil eh so schräg nach rechts setzen ne aber ähm gut das ist nicht ganz so blöd aber hier das ist halt nervig bei der Autobahneinfahrt halt weil er halt sagt es ist eine die Straße ist dann quasi eine T-Kreuzung ne wo man jetzt rechts abbiegt ist halt natürlich Quatsch ne der Pfeil müsste entweder gerade oder eher so es ergibt auf jeden Fall keinen Sinn ne es ist äh der Pfeil hier ist schon ein bisschen bescheuert aber gut ähm man könnte es halt so sehen wie das Spiel sieht es ist irgendwie eine Art T-Kreuzung wo ich nun rechts abbiegen darf aber naja was solls es ist immer noch besser wie es ohne Modifizierung ist ähm da kann man dann immer noch Sachen machen hier zum Beispiel mach ich die Spuren so und dann hat man hier hier geht da quasi die Abbiegespur los anders mache ich zum Beispiel wenn eine Autobahn zum Beispiel von 3 auf 4 äh von ja doch von 3 auf 4 Spuren oder von ähm von äh von 2 auf 3 Spuren da würde ich immer erstmal die rechte Spur als die grundlegende Spur sehen hab ich da wieder gemacht bin ich ein Idiot so aber da das hier recht ganz rechts eine Abbiegespur ist ne nehme ich das schon so jetzt hat man halt ungefähr hier müsste halt der Pfeil natürlich auch wieder schräg nach links gehen oder so das wäre eigentlich auch passender wahrscheinlich noch hier überall ne aber das sind halt Kleinigkeiten muss man denken das Spiel hat jetzt auch wieder ein paar Jahre auf dem Buckel ich weiß nicht wie das jetzt bei City Skylines 2 wird oder ist raus kam es ja glaube ich noch nicht ne habe ich jetzt nicht beobachtet aber ähm das hier ist natürlich einfach eine Vollkatastrophe das ist einfach das ist ich kann sowas nicht sehen das ist furchtbar ich meine hier ist es relativ hübsch geworden ne das ist eine schöne fließende ein schönes fließendes Autobahndreieck und das hier ist einfach nur bescheuert ich meine selbst wenn man sagt man lässt die Rampen übereinander laufen was man ja machen kann gibt es auch in den USA glaube ich relativ häufig dass die eher dazu neigen Rampen übereinander zu legen und so weiter weniger wie das hier in Deutschland wird es glaube ich mehr so gebaut oder auch in Frankreich oder so ich habe wie ich es mal gesehen habe auf Karten oder so in den USA bauen die lieber auch mal höhere Brückenrampen und so weiter aber man kann die natürlich nicht so steil bauen wie hier das sieht halt einfach es ist bescheuert einfach das sieht einfach komisch aus und ähm alles daran so ein bisschen merkwürdig also deswegen wir lassen das jetzt mal dieses also dass da dass es da weiter geht das löschen wir jetzt mal nicht raus weil das kann vielleicht ganz sinnvoll sein aber dieses Autobahndreieck wird komplett neu gebaut das heißt wir nehmen hier mal ein Stück weg das hier alles weg glaubt mir das kann ich schneller das kann ich selber viel schöner bauen jetzt ist nur die Frage soll ich es auch mal über Kreuz bauen oder soll ich es ganz normal wie da drüben bauen soll ich wie soll ich es wie hier da drüben bauen mit diesen langen Ausfahrten das ist mir schon fast ein bisschen zu extrem hier ne und hier hätte ich zum Beispiel wenn ich hingegangen hätte nicht drei Spuren hin gemacht das machen wir auch noch sondern da hätte man das war falsch das wollte ich nicht noch mal eine hier könnte man eigentlich schon mal mit zweispurig beginnen das ist auch doof weil die zu eng gebaut sind wie macht man das bis wohin geht es denn noch bis hier bau dann ist es zu eng ab hier geht es dann muss man den hier noch so ungefähr wahrscheinlich machen wir das hier da wird es halt hier schon mal hier machen wir noch auch noch zweispurig und dann kommt hier die die müssen wir ja auch noch verfeinern ach da hätte ich hier ja ich auch dreispurig lassen können oder oder wir sagen machen hier machen wir hier halt auch vier Spuren kommen aber das kann man zum Beispiel auch viel schöner bauen das muss ich auch besser machen das kann ich gar nicht sehen sowas da hat man hier so Ecken an der Stelle ne das muss man anders bauen es muss ich dann doch noch mal von Grunde hier ein bisschen so viel leicht hier gerade Pfeile haben das mag ich lieber wenn das ein bisschen ich nenne es mal geschmeidiger hat also mir gefällt das halt so besser aber dann hat man hier so dann läuft das hier so besser auf mache ich nun erstmal die ohne ohne Schallschutz Wände so es ist die Frage ob ich hier noch Platz hat um so eine schräge zu bauen da muss ich jetzt gucken wie ich das film macht also allein an solchen Stellen kann man ewig erstmal rum machen dass das wirklich mal gut aussieht also dass es mir gefällt ja 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 das ist wie immer dann gibt die Tue am ende reißt man dann die Brücken ab und legt die weiter auseinander So endet es dann. Aber vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin. Das ist dann manchmal echt so eine Millimeterarbeit, bis man das dann irgendwie... So, wenn ich jetzt ein Stück nehme, kann ich auch noch nicht. Ach Gott, das ist ja ein Gefummel. Man muss mal länger. Aber dann ist es so mittig hier. Das ist auch scheiße. Also allein das ist schon einfach so unglaublich Zeitraum. Manchmal bei dem Spiel, bis man mal das so gebaut hat, wie man es haben will. Das war glaube ich auch wieder zu weit da drüben. Ja, am Ende reißt man halt die Brücken weg. So wird es dann laufen. Und baut die einfach ein bisschen weiter auseinander. Oh, das ist hart. Oh Gott, das ist so furchtbar. Das sind diese scheiß Bögen, die man da jetzt hat. Wurde mir leid, aber ich glaube, ich glaube, ich muss die Brücken einfach anders bauen. Das ist mir zu eng. Ich habe die halt hier vier Spure gemacht, deswegen ist es zu eng. Aber ich will halt, dass auf beiden Seiten zwei Spuren, also zwei und zwei sind vier. Das ist so ein, da bin ich so pingelig und pedantisch und so. Das ist, meh. Oh, man ey. Ich könnte höchstens sagen, dass ich vielleicht hier den Teil vielleicht so ein bisschen nach außen laufen lasse. Weil man sich halt jetzt sagen könnte, okay, da kommt eine Ausfahrt. Und dann könnte das da ein bisschen nach... So vielleicht, na, das ist vielleicht, der ist ein bisschen zu schräg. Da bin ich wirklich ganz perfektionistisch, das ist ganz schlimm bei mir. Ohne, wir machen den ein bisschen, vielleicht geht der leichter nach außen. Näh, das ist total kacke. Aber sind das auch gleich zwei Stück? Äh, das ist doch da. Ja, da könnte ich fast ausrasten. Heute bin ich wieder dermaßen, dass der Palme ausrasten könnte. Du könntest das vielleicht mal probieren. So muss man den hier erstmal wieder drehen. Mit dem Ausrufezeichen kann man das hier machen. Manchmal ist eng gut. Manchmal, ne? Du sagst es. Könnte man das hier vielleicht so. Ja, so viel leicht. Weil jetzt könnte ich hier... Du schenkst mir gar keine Beachtung. Ich habe gerade auf deinen engen Spruch geantwortet. So, war noch mal so eine Kurve. Ich habe hier wieder so einen hässlichen Knick drin, das gefällt mir auch nicht. Das hätte noch von mehr außen kommen müssen. Also da kann man wirklich ewig dran rumbasteln. Das Schöne ist aber, wenn man es halt einmal relativ gut hinbekommen hat, dann kommt es selten vor, dass man da noch ein zweites Mal viel dran rummacht. So, hier muss ich das wieder drehen. Wieder diesen Knick hier drin, ne? Das mag ich nicht. Wenn es geht, wäre es schon... Wenn es möglich ist, wäre ich froh, wenn der weg wäre. Aber dann habe ich nachher wahrscheinlich wieder Pfeile nach rechts. Und das will ich auch nicht haben. Ich will gerade Pfeile da haben. Das muss man so oft auch probieren und machen und tun, bis man es genauso hat, wie man es haben will. Das sieht... Das passt. Jetzt habe ich den Knick nicht mehr drin. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich den Knick nicht mehr drin. Hier ist, glaube ich, die... Hier hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr nach... Nicht so viel nach unten gehen sollen. Jetzt bin ich wieder zu weit rechts. Ach, das ist doch echt. Das ist... Na, komm. Wir versuchen es mal, ob es so geht. Jetzt habe ich hier nicht keine Rampe, ne? Das gefällt mir jetzt auch nicht, weil ich jetzt hier keine Rampe habe. Oder ich muss hier gerade werden. Ach, das ist... Na, das ist halt so... Man kann das dann auch nicht so lassen oder so. Das ist so. Das geht nicht. Man dreht durch, wenn man das nicht so hinkriegt, wie man will. Ich verstehe auch nicht, warum... Da ist sich eine Rampe erstellt, weil sie wahrscheinlich kürzer ist hier an der Stelle. Weil da... Da ist es schon vorher auf dem Boden. Also müsste ich eigentlich dieses Stück hier einfach ein bisschen... Müsste ich das noch weiter anheben. Versuchen wir es da mal mit. Machen wir es mal so. Vielleicht geht das dann schön. Ja. Aber es ist halt auch nicht ganz perfekt, ne? Dann kann ich jetzt hier wieder... Vielleicht ein Stück zurück. Na, na, na. Aber wenigstens habe ich hier jetzt keinen Knick drin. Wie sieht denn das von unten aus? Na... So, kann man hier mal ein bisschen länger schon auf zweitspurig schalten. Ach, vielleicht baue ich das irgendwann... Vielleicht baue ich das ein andermal nochmal um. Ich weiß nicht. Ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich hier das Ding schon weg gemacht hatte. Und da bin ich wieder hier gelandet und musste das hier noch optimieren. Ach... Egal. Hier auf jeden Fall gleich wieder die Dinger setzen. Aber die Feinheiten können wir ja auch später machen. Das muss nicht immer sofort sein. Das wollte ich eigentlich vorne nochmal zeigen. Du solltest mal ein paar Häuser bauen. Machen wir schon noch. Kommt, 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 kommt doch. Kommt noch alles. Wir brauchen erstmal richtige Straßen dafür. Ohne Straßen... Wir brauchen ja für die Häuser Straßen. Sonst geht es ja nicht. Aber ich weiß, ich brauche so ein Stück Straße oder wie auch immer brauche ich schon meine Zeit. Das ist halt meine City Skylines Krankheit. Wir waren ja hier noch dran. Also, ihr könnt es auch mal mit einem Überkreuzsystem probieren. Können wir vielleicht mal hier sanft ansteigen lassen. Und da können wir schon mal hier den hier rum verlegen. Und dann so rum. Da können wir hier schon wieder ein bisschen nach unten gehen. Das gefällt mir jetzt auch nicht, das ist mir zu steil hier. Da gehe ich steil. Nee. Das war zu tief. Ah. 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 Also, das trifft in näher. Sodass, weil wir jetzt einfach nicht... fen... Ein guterure Tüfteln. Da könnte sich diese Frage vonUSsalen stellen REALLY senden... Also, der nächste Fakt Cesbedarf tents haben... es geht eigentlich so oder immer noch relativ weit hoch hier ob das noch tiefer geht noch tiefer das finde ich schon besser ich jedenfalls nur hier so eine hässliche stelle hier und von der straße herrung so kann man das vielleicht noch so machen man kann das alles auch immer noch mal ein bisschen umbauen ich bin zwar froh wenn ich dann ganz habe aber es gelingt auch nicht immer alles sofort so hier können wir euch auch schon mit der abfahrt beginnen so da gott jetzt das steuer noch erst einmal weg hier müssen wir noch ein bisschen genau hier brauchen als viel platz hier müssen wir jetzt die rampe weiter vorne beginnen starten wir hier da schon starten wir da hinten schon noch mal war 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 eigentlich das bisschen komisch das ich werde wenn man das erst mal so ein bogen macht wo finde ich es eigentlich besser trotzdem sich jetzt erst mal prüfen ob ich dann auch später vier spiel gehabt kann also jetzt zweispurig ausbauen kann kann man das auch mal über kreuz legen so ich baue schon häuser keine angst kommen schon hier habe ich jetzt trotzdem noch mal kleines problem damit hier der verkehr besser ja mehr fließender kommt das heißt ich muss hier diesen bogen etwas ruhiger gestalten mal gucken ob das so klappt drehen mal hat gleich geklappt mit geraden voll können wir mal ein bisschen früher hier den anschluss wollen er wird startet ja auch schon früh oder machen wir gleich ja noch mal gleich kommen da noch vier spurig da braucht man wieder immer den hier da braucht man noch die wir gehen das jetzt nicht warum man muss einfach mal weg machen man immer peter schmidt sprechen das hat weder das spiel scheiße gebaut peter schmidt ist leider nicht da da wird schon seit wochen wird der immer gerufen naja ok die feinheit machen wir da später aber wenn man das jetzt schon von unten sieht das ist halt eine lange rampe aber das schöne sei die autos können auch die geschwindigkeit höher halten also könnt dann schneller fahren und ja das ist halt auch schon besser so wir wollen ja eigentlich da drüben frage ist jetzt wie man hier anfangen zu bauen das ist echt ein kleines rätsel nicht da die autobahn umlegt und für das kleine stück würde ich bisschen weg machen ich will ja noch zu den straßen kommen pass auf das wird viel schneller gehen als du denkst aber wir müssen ja die straßen irgendwo hin so Oh. Ja, da könnte man eigentlich jetzt eine Art, könnte man das in so einer Art Kreisverkehr einfließen lassen, in so einem ganz großen, wie es dann in die Stadt geht oder so. Auch wenn das hier, das muss auch irgendwann später noch besser gemacht werden, weil das ist mir ein bisschen, das sind mir etwas zu steile Rampen hier. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Jetzt ist die Frage, wie bauen wir das am besten? Oder hätten wir es komplett durchbauen sollen und dann einfach nur mit... Hmm. Nordgermanische Häuser. Nordgermanische Häuser. Nordgermanisches Häuser. Vielen Dank. Das wäre ja auch sinnvoller gewesen, wenn ich hier Brückenteile hätte, damit man eine kleine Straße runterbauen kann. Ich brauche hier Brückenteile. Das heißt, ich muss das nochmal wegmachen. Das sind halt Sachen, das hat einen Grund, warum man da einfach ein bisschen, man muss bei so einer Stadt auch wirklich diverse Dinge mit einkalkulieren. Das muss man später einfach umso mehr machen. Wie hoch ist das jetzt? Bisschen versetzt, aber es macht nichts, glaube ich. Oben hat er aber auch keine Autobahn. Soll es schon möglich auch ungefähr auf einer Höhe sein. Naja, es ist auch zu eng hier am Ende. Noch gucken, dass die Pfeile ungefähr auf einer Höhe sind. Und auch das ist nochmal so eine Kunst für sich. Ah Gott, das ist ein Scheiß hier. Also da, wo ich jetzt gerade baue, will ich eigentlich, da möchte ich, dass da ungefähr die Stadt anfängt. Wie du überprüfst Google Maps, wozu denn meine Straßen so richtig gebaut sind? Also da, wozu denn die Stadt anfängt, wozu denn die Stadt anfängt, wozu denn die Stadt anfängt. Also da, wozu denn die Stadt anfängt, wozu denn die Stadt anfängt. Stimmt, da ich hier könnte man auch so eine schöne Brücke noch hinmachen. Ja. Ja. Das regt manchmal so mega auf bei dem Spiel, entweder das macht so einen totalen Knick rein oder es ist total gerade, wie man es nicht haben will. Aber die Brücken sind auch nicht genau gleichmäßig. Ja, das ist schon unglaublich nervig, immer dieses kleine angepasste Sumo City, ehemalig Flensburg. Noch heißes Flensburg, ich muss es mal umbenennen, wenn du meinst, es soll Sumo City heißen. Aber da muss ich ja es asiatisch bauen, japanisch. Wenn es nach Sumo gehen würde, wird es wahrscheinlich japanisch aussehen. Tokio Wolkenkratzer. Ich zum Beispiel kann mit der japanischen Kultur jetzt nicht so viel anfangen. Ich stehe auch bekanntlich mehr auf Rüstungen und so Sachen. Ich bin eigentlich ein typischer Europäer. Also ich bin weisesgehend europäisch orientiert. Es gibt so ein paar Sachen, die ich im Asiatischen interessant finde oder im Ostasiatischen, wie man es nennen will. Aber ich bin tendenziell eher so ein europäischer Typ. Kann aber jetzt auch nicht sagen, dass die jetzt wie hässliche Frauen haben. Die haben schon ihren Reiz. Aber die klaschen sich ja auch einiges an Make-up Zeug rein. Das gibt es bei uns natürlich auch, ne? Klar, aber dass sie eben auch oft so bleich aussehen und so weiter. Wie gesagt, gefällt mir zwar, aber es ist halt oft nicht natürlich. Und das finde ich halt wiederum nicht so schön. So, ey, das ist doch mal. Das ist aber relativ gut geworden. Die Zwillingsbrücken. Aber hier, der Übergang dazu ist halt scheiße. Die werde ich auch mal umbauen, sag ich euch jetzt schon. Oder sag ich dir jetzt schon. So, aber was ich noch machen muss ist, das weiß ich jetzt schon. Die müssen hier vierspurig sein. Das wird natürlich jetzt wieder ganz nett, wie ich hier ein gescheites Kreuzchen kriege. Ja, muss ich die Rappen wahrscheinlich. Ne, dann mache ich es hier doch dreispurig. Da müssen die Rappen unten versetzt gebaut werden. Okay. Das heißt, mache ich es jetzt viel bei meiner anderen Stadt am besten. Mit so einer Mittelstraße, die mir durchgeht. Und weil die ging eben durch die ganze Stadt. Hier endet ja die bisschen die Stadt. Hier. 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 Ah, welches Straßending nehmen wir hier? So, muss man ein bisschen höher legen glaube ich. Falsches Ding genommen, so das hier. Na, höher geht's nicht. Also das soll so in die Stadt hier rein führen. Diese Felsen, die kann ich halt leider nicht die ganze Zeit stehen lassen. Aber irgendwo muss ich halt mal nach Straße hier hin. Unter Tunneln, vielleicht. Das geht eh hier. Wir sind zu weit raus. Anfangs so eine Stadt zu bauen, das ist wirklich eine Geduldssache. Ich muss mich mal kurz hinlegen. Okay, mach das. Tut mir leid, wenn ich da so ein bisschen langweilig bin, aber das ist halt leider. Okay. 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 Das muss höher sein. Okay. 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 Pokal. So, da muss eins. und aus muss die straße rein das wird jetzt ein spaß hätte ich hier noch mehr brauchen müssen hätte ich noch mehr anziehen können so wie immer das normal und erst niedriger das ist ja scheiße hier ich 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 es ist bescheid wenn jemand unter der straße will man ist genau der mitte dann will ich will es nicht mehr durchbauen das ist ja das ist ja zum kotzen bei uns mal hier durch dieses engere dinge durch und ich weiß dass ich die ganze zeit jetzt zweideutige aussagen tätige aber anders kann man es eben hier nicht nennen was ist das für den scheiß hier das ist doch furchtbar die blöde wenn er hier hier auch wieder das ist furchtbar ich will doch einfach der scheiß gerade straßen mal hier der bogen sage ich auch viel zu steil das ist mit city skylands manchmal mega anstrengend aber halbwegs hübsches auch wenn straßen sowieso nicht schön sind aber man will hat irgendwie gucken dass es ein bisschen nach was aussieht das ist auch extrem steil dem anderen geht es jetzt das ist ja das ist doch annehmbar ist schon ein bisschen stelle ich muss alles ein bisschen fließender ein bisschen also was ich hier plane falls irgendwer zu sieht oder so keine ahnung zu sehen wird ich will hier einfach so ein nicht so eine standard einen ausfahrt haben sondern ich will dass es in so einen schönen bogen reingeht damit da auch genug fahrzeuge rein fahren können aber was haben wir denn jetzt hier ist immer noch einfach viel zu steil das ist dieser blöde hügel davon also wenn heiter wurde zu so nicht zuschaut dann überlaube ich mir jetzt mal hier das sowieso alles auch noch mal anders zu bauen weil das sind einfach scheiß stellen hier und ich werde diese ganze straße noch mal hier neu verlegen ich hätte einfach gar nicht hier mit dem hügel anfangen dürfen da hat er hier wieder die scheiß linien das ist es ist wirklich zum vertreten zweifeln manchmal bei 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 die skyline ist man die straße hat wie man sie haben will ja der rechnungslos scheint wie höher zu sein oder kann das sollen das verstehe ich jetzt nicht warum hier wieder diese linien so so ich habe doch das hier gerade machen wir mal hier das gerade da 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 zum kotzen einfach nur zum kotzen nicht so wie ich das haben will versuchen muss noch mal hier neue mit dem bogen zu verlegen einfach mal noch kleine stück machen und müssen uns ein bisschen ab ab nach unten und jetzt ist meine markierung immer noch hier so ein scheiß verstehe ich nicht immer die straße doch gerade einfach warum dann die markierung hier nicht passt es geht um die mittlere markierung dass die das wurde die striche direkt in so ganz kurzen abständen hintereinander liegen und das gefällt mir nicht und das ist normalerweise auch nicht so wenn man die straße nicht so ja wie soll ich sagen so zusammen knickt halt dann gibt das schöne normale mittel markierungen das kann man sagen ja was juckt ist doch scheißegal aber es nervt also wenn man was richtig bauen will und dann ich kann zwar zeigen hier dieses hier diese stelle hier dass das ist macht mich macht ich wahnsinnig das ist das soll eigentlich nicht passieren dass ich habe langsam den eindruck ich kann das hier ich muss glaube ich neu bauen bringt sonst nichts ist es ich muss die straße wahrscheinlich wie auch etwas viel weiter hier irgendwo wo es flacher ist da muss ich sie glaube ich bauen deswegen fange ich auch nicht so gerne neue städte ab dass man so viel machen muss aber für euch habe ich gedacht fangen wir mal eine stadt an ich weiß nicht ob die markierungen hier stimmen lassen auch wieder hier doppel markierungen ist einfach zum kotzen ist einfach zum kotzen das stehe ich nicht was bei dem spiel los ist sonst nicht erkennt dass alles schön fein gebaut worden ist jetzt ist noch nicht so nur seitdem die brücke da stand jetzt gehen wir immer hin und bauen das alles stück für stück auf die nummer alles durch hier ist mir scheißegal aber hier ist irgend übergangsbereich da macht mir das überhaupt nichts aus aber mitten in der straße so komische markierungsprobleme so was kann 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 mir schon die sache verderben hier sieht man nichts groß ja ich alles hier aber auch nur hier an der stelle da auch weil da ist die kurve losgeht oder was so was wieso haben die irgendwie ein anderer autobahn stil genommen oder was habe ich wahrscheinlich auch wieder drin oder her klar wieso verstehe ich nicht habe schon jetzt hier geplant das ding hier ich mache nur ein kleines ding auch jedes mal hat mir so so ein übergang so jetzt gucke ich mal was gibt es noch eine andere dreispurige wo ich nicht gesehen habe dass du da vielleicht eine andere dreispurige straße nähe unerklärlich einfach machen wir die einfach mal weg so jetzt jetzt sieht man nichts mehr jetzt haben wir sie wieder das ist doch ein scheiß na wohl liebes einfach das sieht dann einfach nicht fertig aus sieht einfach das sieht dann einfach wie drangeklebt aus ich komme mir noch klar wenn das mit den modifizierungen nicht so genau hinhaut aber wenn das selbst bei so einer scheiß normalen straße hier einfach so komische markierungs ja keine ahnung wie man das nennen soll die markierung der für nicht sauber aussieht ist das für mich einfach beschissen ja jetzt mal gucken ob es jetzt besser wird haben aber auch wieder so ein doppelstrich verstehe ich nicht dass sie das aussatz gehört das nicht zusammen was ist was mich mega stört dabei dieses wenn man den eindruck hat man baut da was und dann dann sieht das einfach aus als würde es nicht zusammen gehören ja jetzt wo ich hier diese richtung gedreht habe dann will das nicht mehr das ist zum kratzen einfach nur zum kotzen wenn sie wenn sie eine spur veränderung wäre redet da mal wie wie pedantisch und 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 pingelig ich bin also ein bisschen nach links baut das scheint das problem nicht mehr aufzutreten problem ist jetzt nur dann wieder eine schöne parallele hinzukriegen das wird dann auch wieder spannend so jetzt hier ist alles in ordnung aber wieder so eine stelle mit einem kurzen strich dazwischen wir jetzt nicht dazugehören so jetzt gucken wir mal hier einmal passt zweimal passt ja mal wieder wieder so eine stelle hier genau untersucht hier diese diese mittel diese kurzen mittelstriche da die treiben nicht zur weißglut jetzt habe ich halt auch schon einen riesen abstand zwischen den straßen hier das ist genau so ein scheiß das will ich halt auch nicht haben versuchen wir nochmal hier 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 was ist wenn ich jetzt hier vier spurig bauen würde könnte ja sein dass ich das machen geht noch haben wir hier wieder so eine stelle das ist doch das ist einfach zum abgewöhnen daher kommen lassen selbst mal so rücken gefallen ja auch nicht ganz so wenn man die hier so baut so so hier kann man auch durchgehen lassen dass hier die brücke früher und später beginnt aber was dann wieder doof ist dass sie hier fast gleichmäßig aufhören das ist halt mir auch doof könnte man sich höchstens erklären dass hier die die ecke die diese küsten von dem flusse unterschiedlich sind naja wird irgendwann alles mal besser und schöner gebaut jetzt versuchen wir mal hier wenigstens noch mal sowas hinzukriegen was ich vorhin schon mal vorhatte diese blöde wenn er was soll denn das hier was so schlimm wie dritte welle feminismus immer gespannt wer morgen glaubt dass samurian frauen feind ist manchmal muss man auch mit zählen oder so ein straßen stück baut ich habe jetzt zu zu hätte ich ein bisschen mehr einknicken müssen ich werde jetzt nicht mehr auf markierungen nach und sonst raste ich aus das ist die eine ein bisschen zu weit unten und wann wo geht es denn noch hier ist hier ist die rechte weiter oben muss man die flache bauen frage ist nur ob man dann wie doch wieder in der straße ob noch drunter kriegt sind wir noch ungefähr auf einer höhe dieses zu niedrig das ist auch jetzt niedriger hätte ich hätte ich die höhe gar nicht verändern brauchen passt sich schon automatisch an ergibt wenn dann sinn dass die linke etwas höher ist weil die auch höher steht da kommen wir probieren es nochmals hier irgendwie schöne brücken hin zu bekommen wir haben das gerade mal so gehen wissen auseinander aber das ist okay da kommt gleich die rampe da brauchen wir ein bisschen platz ok jetzt ist hat nur die frage habe ich hier überhaupt noch eine straße gründer bekomme wahrscheinlich hier nicht mehr nähe es zu ich wollte wieder anders bauen müssen ach ja klar hier ist jetzt auch nene so geht's direkt am wasser hier geht's also dann können wir aber wenigstens setzt wir müssen nicht über kreuz denken wir müssen jetzt hier es gibt eine hässliche welle sieht man jetzt schon viel zu steil sich das echt unter tunneln oder was na wie sieht das sind unterirdisch aus was geht eigentlich was geht eigentlich ich habe jetzt hier wieder ich habe da wieder ein fehler gemacht ich hätte das schöne abklicken müssen wieder nicht richtig gesehen tja tamorien und straßen eine hassliebe könnte man fast schon sagen ich hätte das hier abknicken müssen und dann die ja scheiße das mache ich kann ich denke die ganze komplett falsch das ist ein mega aufregend dass sich anzuschauen vor allem wenn man nicht pedantisch ist das ist bestimmt gerade richtig richtig aufregend verbaut einer an irgendeiner straße um wie funktioniert doch ja aber nicht so wie ich will das hier sei nicht die also die soll ich andersrum seine ende wie hier das war eigentlich die einfahrt die von der von der einen seite in diese straße sein muss man aber hier auch schon wieder total der scheiße geht es wieder runter mit dem tunnel der plan war dass der tunnel mit der straße aufwärts geht das sieht schon besser aus deswegen braucht man hier auch einfach geld in dem spiel überhaupt jedes mal hier auf und abbauen kann so auch ein bisschen oder was geht eigentlich das müssen wir eh nochmal drehen hier ja das muss ja andersrum sollen können wir auch hier noch ach das ist ja wieder ein knick hier das ist ja ekelhaft fangen wir einfach hier gleich an so schon besser soll das tolle wird jetzt wieder nur sein hier die ausfahrt als brücke geht es wohl wahrscheinlich kaum tun wird es auch schwierig oder wäre ich auch eine gute idee aber nicht bergrunter und gott sehr furchtbar gott geht der tief runter was soll denn das sind schon so nahm wasser wieder hier drüber wird auch schwierig a sieht aber auch komisch aus könnten ich auch hier drunter bauen das hätte doch ein bisschen stil dass jeder von knick hier ich habe doch gerade diesen gebaut dieses spiel verstehe ich auch nicht hat er hier wieder irgendwas entdeckt was er nicht fließend machen kann das ist so hier wieder diese immer dieser doppelstrich das ist was dieser mega aufregt eigentlich will ich nicht beachten habe ich kann nicht anders ich kann also nicht anders macht nicht wahnsinnig immer wieder diese blöde doppelstrich ich habe doch überhaupt nichts irgendwo nur angefügt oder das ist doch müssen doch aus einem guss gehen das ganze nicht nachzuvollziehen diese scheiß spiel ich in der lage ist dann fließen übergang zu schaffen ich 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 ja aber hier haben wir jetzt noch zum gleiten das das war eine schöne gerade drücke sein warum macht er mir die nicht gerade einfach mit mal gucken hoch geht also macht das besser wenn die küste mich auch und hier und er hat auch kein strich problem tja so kann man dann so eine ding hier rum machen aber das wäre nicht der ganze aufbau ist mir so groß das ist eigentlich viel zu viel für das ganze wie gesagt ich habe ich auf dass ich an der stelle ich glaube die stelle ist übertrieben hier da was schönes hinzubekommen ist fast unmöglich Wie gesagt, so schön eben Straßen sein können. So, wie gesagt, so schön. So, wie gesagt, so schön. So, wie gesagt, so schön. Diese Straße ist jetzt zu hoch. So ein innerer, engerer Kreis geht, glaube ich, auch nicht. So innerhalb von denen komme ich überhaupt hier durch mit einer Straße. Ganz höchstens hier auch mal mit einem Tunnel versuchen, aber ich glaube nix, dass da was schönes bei rumkommt. Ich komme ja nicht mehr hier drüber. Der Tunnel ist zu kurz, der eine hier. Das heißt, ich muss mein schönes Bauwerk hier wieder weg machen. Ich tue das hier mal auch mal nochmal anders machen. Wie weit komme ich denn danach rüber? Ach, jetzt auf einmal komme ich da doch durch, oder wie? Das ist schon mal besser. So, wenn ich jetzt hier den hier... Wieder sehr steil hier. Ich würde keine so steilen Zufahrten oder Abfahrten haben. Da muss man wirklich in kleinen Schritten bauen. Oh, hier ist okay, das kann man lassen. Das Problem ist immer noch hier dieses... Diese Zufahrt. Das ist mein großes Problem. Wie komme ich hier mit einem Bogen schön rum? Ich weiß, worauf nur das Problem liegt. Ich müsste das generell alles mehr nach... Ähm... Diese Richtung. Das war wieder zu tief hier als was. Und kam ich denn jetzt vorhin damit durch und jetzt nicht. Ich muss mal ganz eng hier dran... Oh, Mann! Oh Mann! Ich bin jetzt hier so extrem tief. die nummer extra für stellen oder was jetzt mal auf normalen hier kommen wir hier auch auf jeden fall nicht runter dass ich wusste absinken dadurch zu kommen das ist ja auch wieder ein scheiß diesmal gehen wir hin wir fangen einfach mal mit der anderen an das wäre vielleicht mal besser hier noch den kreis enger machen ungefähr kommen wir hin so geht das glaube ich in die richtung aber dass die frage wird sein komme ich habe mit der anderen wieder da dahin man könnte es ja auch alles sehr einfach machen natürlich aber das ist eben auch nicht der spaß ist ein schwieriges problem zu haben also ein fast unlösbare stelle zu haben und dann sie so für sich zufriedenstellend hinzukriegen dass man in der sagt guck mal was für ein tolles dinge ich gebaut habe das ist schon wieder nicht warum will er ist hier die straße nicht weiterführen ist doch ein schwachsinn will er jetzt so tief bauen muss auf einer höhe sein damit halbwegs gut aussieht oder gegebenenfalls höher das war es ein bisschen zu hoch unternehmensbestattung taschen ist du schon seit über zwei stunden arbeitest die ganze zeit nur in diesem straßen stück ich war erschrocken wie du das stück dass die dass du eine halbe stunde konstruiert hat das plötzlich abgerissen hast ja so ist es halt bei city skylands und wenn man so ein bisschen pingelig ist scheiße das ist bei city skylands muss ich immer erst so bauen bis ich 100 prozent zufrieden bin das heißt ich kann da jede menge fahrzer stellen aber wenn man mal so sein sein grundgerüst hat bei city skylands dann wird es etwas entspannter zum beispiel hier dieser blöde knickt nach unten das ist total grottig das ist furchtbar das ist einfach kann man das mal auf aus verspät aus mehreren winkeln sehen vielleicht müssen wir hier mal vorher schon mit dem einspurigen anfang schön wäre es ja wenn ich einfach hier nur eine stadt wie zusammen kleister und sagt ja guck mal toll taxi aber so spiele ich halt nicht das ist für mich nicht der reiz des spiels gerade wegen dem verkehrssystem da will man immer das nonplusultra raushauen das ist schon etwas besser heu du knecht baum mal schneller kein wunder dass immer überrascht stau ist echt geht geht ja gar nicht glaubt mir so wie ich hier bau gibt es wie weniger stau ich glaube das ist vielleicht auch das problem bei vielen straßen dass da viel zu wenig geplant worden ist hinterher wirken ist dann ungefähr spur und wie steil dass das jetzt das ist viel zu steil da gehe ich steil gleich was nicht passt muss gerade innen drin schauen wie es aussieht glaube ich viel zu steil in drin na geht aber das hier es geht gar nicht dass hier so nicht ganz so schön hier an der stelle naja vielleicht kann man ja endlich mal autismus diagnostizieren vielleicht werde mein leben sogar einfacher ja klar furchtbar warum kann er da nicht wieder rüber ist doch auch mega steile hier hoch das geht noch sieht es denn jetzt da drin aus immer noch too much too much too much oder ich müsste es hier komplett unter tunnel und dann könnte man natürlich auch mal versuchen ja das ist halt eingefummelt es ist einfach eingefummelt und dann hier habe ich bin ich wieder zu flach hier einzige hier könnte ich vielleicht versuchen ein bisschen weiter runter zu gehen vielleicht geht dann die brücke einfacher müsste ich nur noch leicht hoch gehen können dann müsste ich darüber kommen können viel zu tief muss hier den tunnel leicht anheben was aber auch noch extrem wie weit kann ich den tunnel noch anheben damit dann zu steil hoch geht ein tick vielleicht noch mal zwei stufen der ist ja fast waagerecht noch hat er kein bisschen höhe gewonnen ich müsste ihn hier eigentlich schon leicht anheben das ist ein bisschen zu viel ja gott das geht noch war viel zu steu immer noch aber wie weit jetzt hier diese diese brücke sie ist viel zu hoch ist das problem ist die müssen sich hat überkreuzen das ist das problem hier haben wir noch ein bisschen zu steiles straßen stück das ist zu flach gehen wir wieder nach unten sind wir aber auch wieder bezüglich der der brücke sind wir dazu hoch so viel wollte ich nicht aber aber wenigstens haben wir jetzt hier gute voraussetzung mit schnell fahren wird es natürlich auf der strecke ist nicht viel das ist doch ein ding hier ne bei gut die fahren jetzt in die stadt drei das sind keine keine autobahndreiecke so jetzt müssen wir das ganze noch drehen weil das war ja in die andere richtung die skylands gibt nur eine ich sag mal halbwegs perfekte straße ist eine perfekte straße ne so das ist jetzt schon ein bisschen anders aber naja gut irgendwie ich habe jetzt nicht viel platz verbraucht das finde ich mich gut auch wenn diese brücke hier noch nicht ganz so ne das ist immer noch nicht ganz so ich könnte den unteren teils nochmal neu machen damit hier ein größer abstand herrscht das versuchen wir jetzt noch dann belasse ich es dabei vielleicht kann ich dann wenigstens auch diese hügel da ein bisschen anpassen diese kleine erhebungen hier das geht natürlich viel zu tief naja wie ist denn das geworden so und jetzt ein bisschen runter das mit eine schwachsinnig aber hier haben wir schon wieder viel zu steil das stück das ist halt kacke bis hierhin geht's wobei hier hätten wir ein bisschen absinken können das wissen sie zu tief hier ich und Scholli haben gerade beschlossen dass Tamora ein deutscher bauminister werden muss der Scholli kann mal Hallöchen sagen ich wollte dem live mit mir quatschen da komm ich kurz in Discord ich habe es vergessen rein zu gehen können wir auch mal Schallschutz können wir auch mal Schallschutz einbauen aber hier haben wir immer noch keinen schönen Übergang es war zu steil ja ich bin bei solchen Sachen also das muss passen sonst werde ich unruhig kann ich nachts nicht schlafen ist kein scheiß ich kann ich kann wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin da habe ich eine unglaublich niedrige Frustrationsquelle ich muss bestimmte Dinge erst dann machen bis sie perfekt sind das ist zum Beispiel guck das hier das geht gar nicht das hier das ist plötzlich ist da wie so ein Hubbel ne und das ist das geht nicht das ist ach geht nicht kann ich nicht kann ich nicht sehen ne da seht ihr diesen schönen Bogen jetzt das ist oh der ist gut der ist gut das ist ein Bogen ey das ist ein wunderschöner Bogen so und der geht das geht auch genau darunter wieder was hier jetzt wieder das Problem ist es geht hoch und runter und hoch und runter das darf auch nicht sein also müssen wir hier den Part hier bisschen hoch vielleicht wie sieht es denn jetzt aus so auf einer anderen Seite sehen na das ist auch hier bisschen zu hoch bisschen zu steil ich hätte hier doch einen Tick runter gehen müssen glaube ich jetzt mal hier aufhören und dann das muss noch ebenerdig werden dann habe ich dieses Stück endlich geschafft dass mein neues Kunstwerk hier auch wenn ich hier immer noch was zu kritisieren habe so tief hier zu tief hier zu tief bauminister ich bauminister sicherlich das hat das land nicht verdient so sieht es denn hier aus das ist das ist nicht schön hier der hobel oder das muss ich so da noch umdrehen aber jeder das ist hier zu steil da diese stelle das ist bei dem tunnel ist sehr ähnlich aber na gut dann lassen wir jetzt mal machen wir jetzt nicht mehr weiter rum man tun wird gerade auch nicht mehr ganz so zufrieden aber ich werde jetzt nichts mehr abreißen ich meine natürlich ist nicht hier die kleinen schritte hier die ich immer da muss ich schon hin und wieder ich glaube ich hab's jetzt drehen wir das können sie noch mal auch wenn ich den leichten knick da drin hat aber es egal vorhin habe ich alles schön rund gebaut und trotzdem hatte ich diese markierung scheiße so machen wir das noch jeweils zweispurig ja so ich gehe mal discord da können die anderen sich über mich tot lachen ich bin im live raum müsst ihr den live raum rein join aber wenigstens habe ich jetzt hingekriegt nach servus führerschein und fahrzeugpapiere bitte haben sie überhaupt eine lizenz das zu bauen warum brauche ich jetzt wieder eine lizenz zum zum stream oder was unionzeit schon bier saufen habt sie doch alle was ja natürlich sauf ich dir warum den streifen brauchen da die uhrzeit schon bier saufen ok hier muss ich ein bisschen das verlängern da machen wir hier dieses mit barriere dingens mal dran vielleicht auch eine normale straße im ende aber das jetzt erstmals autobahn modus was ist mit feind der rentner er kommt bestimmt gleich der hat gerade jemanden der ihn fragt was na wie dann guckt ihr schon zu ja ich gar nicht weil wenn ich jetzt den zwischen anschalten ist ja genauer beste technik man kennt mich die ab technik keine ahnung was auch immer kann ich das hier noch ein bisschen mit den abrunden hier glatter machen ja city skyline 16 in der geduld sache ich habe es ja nur davon gelebt dass mir das erzählt was du brauchst war ganz erschockiert hat sich vor etwas abgerissen habe ja ich fände es nur so geil wie du so dass du machst als bauminister und city skylines und ob so darfst du also das ist dann so deine deine antrittsrede als bauminister 2021 ja erkennt berlin es gibt was besseres super berlin und dann tritt also ab und dann reißt du erst mal so gebäudelieder mit also so wie sie uns das geht es ist geil es heißt sie sagt aber zuletzt die spreng während die ganzen drin sind so als als menschenfreunde so bist ich würde niemals meine misantropischen oder sachen und wie großartig in die politik einfließen lassen so sitzt du so siehst du zum beispiel so ja das gebäude gefällt mir nicht das sind menschen drin ja ich muss echt sagen das ist auch was ich immer wieder sage ich trenne schon ganz klar zwischen hat meinen meinen politischen und sagen wir meinen spirituellen die angelegenheiten kann das nicht leiden wenn leute auch sagen du musst doch recht sein du bist doch misantropisch und bla bla nicht so was hat das eine mit dem anderen so tun überhaupt gar nichts das eine ist einfach die politische haltung ist ein pragmatismus auch einfach ich sage immer wieder eine sozial versorgte gesellschaft geht ja weniger auf den sack so einfach es geht mir selber so es geht auch anderen so und da wo halt immer neid und unruhe und so weiter herrscht oder oder schlechte schlechtes sozialausgleich da gibt es dann halt zu viel unruhen und streit und man kann sich ja nicht auf das konzentrieren was man gerne macht und zum beispiel dinosaurier zum dänen erwecken damit die ganzen menschen fressen nein aber weißt du ich finde immer ich bin sogar schlimmen leute wenn wenn die es nötig haben dass sie halt irgendwie ich finde gerade die richtigen worte nicht kann ich verstehen das müssen wir auch noch drehen hier alles falsche richtung ich werde aber jetzt auf jeden fall nicht mehr auf die markierungen näher achten von den straßen mit denen ich vorhin schon uns war das war richtig falsch so ja man also ich tue ich mal ein paar bäume hin damit das nicht ganz so kack hässlich hier an der stelle aussieht wo immer gut sind so gut fürs klima aber auch bei mir tragen keine masse das ist eine schlechte corona krisch swoim in vor schon ja ist auch toll ich habe mir doch vor kurzem neue dampfe geholt nur problem ist dies hat ruckzuck eigentlich quasi defekt gegangen jetzt muss ich die erstmal wieder zurück schicken da wollte ich mich auch schon über rückgabe recht ja klar mario morgen will ich noch zurück schicken ich habe mir erst spekuliert alex ich habe erst spekuliert ob es vielleicht die akkus waren oder sowas sind nicht die akkus irgendwie weiß nicht vielleicht ist einfach also wenn etwas defekt ist wenn etwas nicht funktioniert was ein technisches gerät ist am besten gleich so zurückschicken also es sei denn du bist halt so jemand der halt so wirklich technikmäßig aber auch von sich von solchen geräten informiert ist und sich irgendwie darüber ein bild machen kann aber je mehr du an seinem gerät rumschraubst und veränderst und je mehr spuren durch das an seinem gerät desto mehr verschlechtert das deine chance irgendwas zurück zu bekommen dafür verstehst wie ich meine ja aber das wie gesagt das kann nicht an mir liegen weil das sind dass der akku gleich überhaupt nicht mehr richtig funktioniert so viel kann man da nicht falsch machen ja also aber wenn du zum beispiel jetzt an einem ding rumschraubst und irgendwas wenn das spuren dabei sind dann kannst du das sonst noch so sagen ja ist halt kaputt gewesen als ich benutzt habe am ende glauben die das nicht mehr an verstehst du weil ich habe schon erfahrung darin ich weiß schon wie ich das machen muss ja gut weil wir hatten dazu ich arbeite halt in einem baumarkt und da gab es auch einen kunden mein erster tag wo ich angefangen habe wollte der ein rasen mehr zurückbringen den irgendwie seit zwei monaten hat und ja gut dann ist aber auch schon über 30 tage rückgabe reich naja aber er wollten halt so den vollen preis erschützt hat man haben halt die kollegen dem ersten mal erzählt okay das geht nicht naja hat er dann übelst beim buhle gemacht das hat eine stunde gedauert bis man den besänftigen konnte und am ende ist einer aus dem garten gekommen also also er wollte ihn zurückgeben aus dem garten zähler ist aus dem riesigen garten bereich du musst dir vorstellen garten center sagt man manchmal auch oder einfach gartenabteilung wir haben ja sogar abteilung ist zwar riesig aber deshalb abteilung aber so er wollte jetzt am anfang das ding zurückbringen weil es funktioniert nicht so wie er sich das vorgestellt hatten nach zwei monaten und dann hat er irgendwie eine halbe stunde und stunde hat er und diese fabule gemacht und dann ist er in aus dem garten gekommen gesagt wirken uns das gerät an und dann ist festgestellt worden okay dass da so viel an dem ding rum gemacht und rum gebastelt wurde und da kann man eh nicht den vollen preis zurückverlangen wenn du das ding ist also so dermaßen gut also man hat so dass das also ich habe nichts rum gebastelt ich habe die die dampfe weder ausgebaut noch sonst irgendwas ich habe lediglich verschiedene ab also auf akkus getestet aber es war alles die richtigen akkus auch ich habe ja auch ein bisschen mit alex rüber geredet und er hat ja das gleiche ding und wie gesagt ja okay also er doch gemeint dass ihm auch schon zigtausend mal liquid reingelaufen ist ist bei ihm nicht kaputt gegangen also das kann bei mir ist er bei mir ich auch ausgeschlossen es war jetzt so bei uns hat auch so dass das das gerät sowas von kaputt war aber die sache ist also ich die wenn das sowas von kaputt ist ja und du kommst halt erst nach zwei also aber es war es als ich schon viel an dem ding dran rum gemacht und ich sagen okay das gerät war kaputt als ich es gekauft habe bringst das zwei monate ein komplett kaputt ist nicht mehr funktionstüchtiges gerät in dem markt was kauft hast wo halt schon so viel zu einem rum geschnitten und herum geschraubt wurde du kannst nicht dafür verlangen dass du uns die ganze preis zurück erstattet kriegst da kannst du hoch und tief springen dass du wenn man irgendwie so ein gerät hat und das ist also echt etwas wenn man etwas hat was nicht funktioniert bringt man es doch zurück und macht nicht noch irgendwie so 10.000 dinge so kann ja sein dass du bei dem so dieser ganze scheiß am anfang kaputt war aber wirklich immer am besten gleich zurückbringen gleich sagen okay hier es funktioniert nicht so wie ich mir vorgestellt habe also das ist das ist ich habe ja wie gesagt nicht dran umgemacht an meinem gerät da ist sondern ich habe einfach nur verschiedene akkus getestet und da waren ja keine akkus dabei also von dem her musste ich ja extra akkus testen wie gesagt du musst mir das jetzt gar nicht weiter du musst mir sage ich gar nicht erklären weil ich weiß wieder funktionierten weiß ja was ich machen muss also ich bin ja ich bin ja kein laie ich bin ja nicht irgend so nidio ich kenne mich ja mit rückgabe recht aus ich komme ich habe das gelernt solche dinge deswegen kenne ich da auch die rechtliche grundlage dann also ich will sie so weit diese leute kennt jetzt so echt so ein gerät zurückgeben wollen was jetzt so wahrscheinlich zu 90 prozent selbst kaputt gemacht haben und es war so ein und diese leute die dazu da angekommen sind und china alles richtig hat so auch weiter so dann die kollegen so unfreundlich behandelt und so oder halt das ist halt so dieses ich verstehe es nicht dann gibt es doch einfach gleich zurück wenn du halt merkst dass dann nicht also okay jetzt trifft auf dich nicht so wie du schon sagst aber ich glaube diese leute sind manchmal einfach frustriert weiß ich glaube das ist halt jemand auch einfach so die wollen halt schnell was benutzen und es geht da nicht und so weiter und dann das ist manchmal auch so ein bisschen verzweiflung in dem moment weil du weißt ja nicht aus welchem alltagsproblem die gerade bekommen und haben sich darauf gefreut dass jetzt das und das einfach benutzen können dann geht das dann doch nicht wie sie sich vorgestellt haben aber dann 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 komme ich doch nicht nach zwei monaten mit einem komplett kaputten gerät an und sage ihr wixer zwei monate ist halt schon ein bisschen naja also dass das war echt so ein krassischer fall und der wollte alles sogar stadt haben also wenn du gesagt okay wir können halt so die so und so viel geben also als retourenkarte das kann sich auszahlen lassen können sie verrechnen lassen auf den einkauf ne der wollte das nicht der wollte nicht von den preiskauf zu vertreten kaufpreis zurück und kleiner spoiler das kriegst du nicht mal wenn du das gerät gleich danach allerdings mal also also ein da kriegst hat auch nur an einem großen teil also 90 prozent zurück erstattet und die restlichen zehn prozent ja ist also also ich mache die regeln nicht aber es ist halt so dass du nicht komplett alles zurückerstattet kriegst finde ich auch manchmal durch ne ja wie gesagt es gibt ja in innerhalb 30 tage und zwei monate ist halt drüber deswegen ist es ja da schon schwieriger allein deswegen schon allein bei wegen der zeit die ist einfach schon eigentlich dann um deswegen muss ich ja auch schnell zurückschicken damit ich dann eine chance genau so einfach also es ist relativ einfach zu beantworten das ist so läuft das halt wie gesagt ich kenne ja die regelung ich weiß ganz genau wann du also ich habe das schon aus beruflichen gründen habe ich das schon alles du ich kenne auch die 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 regelung und so weiter kenne ich ja alle was natürlich trotzdem gibt ist das halt und gewisse firmen oder so aus kulanz halt auch was machen das ist ja trotzdem sagen okay ist scheiße gelaufen so und so dass zum beispiel auch bei kunden wenn sie wissen der wird der wird nur öfters was bei uns kaufen oder bestellen oder so dann ist man dem gegenüber manchmal auch ein bisschen kulanter ich mach ich mal gleich noch gar nicht was ich macht die untertunneln wir jetzt liebe zuschauen würde zuschauer jetzt bauen wir einen tunnel oder ich bin mal korrigiert worden mit das heißt tunnel ich dachte so seit wann spricht man tunnel mit einem betont näher aus gucken ob das ist die geraden pfeile sind ja aber hier müssen wir das auch noch mal ein bisschen schöner machen richtig fumelei wieder los schon vorbei hier müssen wir auch so ein tunnel irgendwie noch eingequetscht kriegen aber ja wir wieder diesen blüten knick drin wollen wir ja nicht wir wollen das sehr gerade haben gerade ich glaube müssen wir auch noch mal weg machen nach oben so wie kriegen wir das jetzt hin dass man da erst mal den tunnel hier mal umgekehrt machen wir den hier weg mal den pfeil nach links sind wir auch nicht das schon besser noch mal so vielleicht nur noch ohne hobbel da noch tiefer der tunnel oben sind keine hobbel mehr weiß ich nicht ob wir zu tief daran sind müssen wir ungefähr die ungefähr gleichmäßig ja so passt das das jetzt was noch nicht ganz dann müssen wir uns einfach von daraus ausziehen immer noch immer noch warum knickt das hier an der stelle schon wieder so blöd um das gefällt mir auch wieder gar nicht das ist manchmal echt zu kurz mit dem spiel warum macht er mir jetzt nur achtige pfeile ich will doch gerade pfeile haben das ist einfach nervig das ist einfach das ist einfach das ist einfach was ich das ist einfach Das ist ein bisschen zu tief jetzt. Jetzt ist er zu flach. Das ist ein bisschen zu tief. So, da bin ich wieder. Leier. Warum reduzierst du die immer selber? Ja, ich dachte auch manchmal so, dass die meisten Leute... Also okay, die Leute, die mich halt so live persönlich, also richtig so in Person... Also ich will es nicht sagen, dass du mich nicht in Person erkennst, aber so die Leute, die mich als physisches Wesen kennen, die wissen alle, dass das immer nur scherzhaft gemeint ist. Manchmal bin ich mir da nicht so sicher. Und ich meine... Manchmal nicht, aber meistens, wenn ich so sage, okay, da bin ich leider wieder... Manchmal habe ich fast den Eindruck, du denkst, irgendwie keiner will dich. Ach, Alter. Du denkst, denkst du nach den dritten Siehenden, denke ich das echt noch? Also ja, ich weiß halt schon, dass manche Leute mich halt nur als diesen Ort... Dann habe ich auch schon mal erzählt, so dass das... Für die bis zur die zweite Wahl, die wollen dich nicht wirklich so... Die wollen dich halt als jemanden, äh... Den sie mal halt so, äh... Kontaktieren können, wenn kein cooler Typ mehr Zeit hat, ne? Du bist quasi die zweite Wahl und, naja... Mal ganz ehrlich so, aber ich weiß halt so ganz genau, dass ich halt so bei vielen Leuten... Eben nicht die zweite Wahl bin, sondern halt, dass das einfach so... Kumpels, Freunde sind so, wo man halt so drauf vertraut kann. Wir halt Kumpels sind, ne? Ja, mal ganz ehrlich so, so... Ein Kumpel ist halt nicht so, dass der dich irgendwie, ähm... Immer nur dann fragt, wenn irgendwie kein... Kumpels hat, sondern ein Kumpel ist halt so... Ey, ich feiere eine Party mit dem und den Leuten, kommst du auch, ne? Verstehst du, du bist einfach wichtig, so einfach. Genau. Und das, ich halt fucking wirklich, ne? Für einige Leute und das... Das einfach auch wirklich so im echten Leben zu fühlen, hat halt so wirklich sehr viel... An meinem, ähm... An meiner Selbstwahrnehmung verändert. Zu wissen, okay, ja, ähm... Na klar, ist halt auch manchmal so, dass er noch sagt, okay, hier, ich will meine Freundin wumsen. Oder, ähm... Hier, ich bin mal jetzt mit Kevin unterwegs, ne? Und, naja, da verstehe ich jetzt, okay, Kevin ist halt auch dein Kumpel, äh... Ja, du hast ja selber auch genug zu tun, das muss man jetzt einfach... Das ist ja mal ganz relevant, sich das auch mal bewusst zu werden. Man hat ja selber auch Sachen. Das ist ja nicht nur so, dass du ja plötzlich immer nur bereitstehst und... Du sagst, oh, äh... Wer bespaßt mich jetzt gerade? Du wirst ja sicherlich auch oft momentan, wo du einfach gar keine Zeit hast. Oder einfach andere Dinge zu tun. Zum Beispiel jetzt, wo ich halt so mit der, äh... Mit der Band, äh... Oder zumindest mit dem Gitarristen halt so sehr viel im Proporium abhocken und, äh... Ja, das muss ja mindestens fünf Minuten lang sein. Jede Power-Ballade ist schon mal schön lang. Ja, ne, wir sind halt brechereils, also... Ja, dann ist sie bei uns in drei Minuten, ne? Äh... Geht doch nirgends so. Und direkt doch mal... Denk doch mal an Bon Jovi, Bed of Roses and Always. Die müssen doch länger gehen. Naja, wird halt... Diese... Sogenannte Power-Ballade wird Fotze heißen. Und dort genau über solche Leute... Und wird genau über solche Leute handeln, die, äh... Ein immer nur als zweite Wahl brauchen, ne? Immer nur als jemanden, der die Lücke fühlt, wenn halt mal... Kein cooler mehr Zeit hat. Ja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, Mutter bei der Fische, das sind doch eh keine Freunde. Das sind auch keine Freunde. Und dann, wenn du das immer merkst, dass die sowieso so orientiert sind, dann musst du auch einfach links liegen lassen, musst du sagen, hey, ciao. Nein, Mann, also ich hab das... Ich hab das ja auch erlebt, ne? Also ich hab das auch erlebt, ne? Also ich hab das auch erlebt, was du erlebt hast... Einfach irgendwann nicht mehr kontaktiert. Ich hab mir einfach Leute gesucht... Nein, 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 nein... Es werden... Es werden keine Leute an sich angesprochen, ne? Ja, ja. Also es wird nicht gesagt, hier... Persone Exitulon, du bist die Fotze... Ähm... Und diese Person wird diesen Song nie hören... Aber... Es ist einfach so... Und das ist halt so einfach brecher als... Ich hab Scheißerei geschrieben... Weil ich mal halt einfach wirklich über eine Stunde lang, nachdem ich das erste Mal richtig mit Schül übertrieben hatte... Am nächsten Morgen wirklich eine Stunde lang mich auf dem Klo gequält habe... Das ist der Hintergrund, äh... Ähm... Hinter... Äh... Scheißerei... Da gibt's hier noch, äh... Den Song Gerter Fleischer... Also es ist eigentlich eine Baumeisterparodie... Die wir eigentlich öffentlich gar nicht spielen dürften... Weil es halt eine paar... Also es ist halt irgendwie eine Coverversion... Da geht's um einen Kumpel, der mal Fleischer war... Der hieß Gerd... Und der... Der heißt immer noch Gerd, ne... Und, äh... Ja... Der Narzisst... Da ging's halt um irgendeiner Person, mit der ich zusammenarbeite... Der jetzt auch schon so gesagt hat... Okay, äh... Also zusammengearbeitet habe... Oder vielleicht in der Zukunft zusammenarbeite... Die gesagt hat, ähm... Ich bin ein ganz kranker Narzisst... Und das leh ich auch ein... Und, ähm... Ich fühl mich nicht mehr scheiße dabei... Und, ähm... Dieser Song greift halt die Witze auf... Die ich dieser Person, ähm... Gegen den Kopf geworfen habe... Und jetzt gibt's halt noch einen Song darüber... Okay, dieser Song zeugt wirklich von Selbsthass... Dass ich mich selbst dermaßen hässlich finde... Dass andere Leute, wenn sie mich nackig sehen, sterben... Ja, das ist... Das ist unser... Aber nicht, das heißt, etwas so... Ja, so... Weil ich weiß, okay... Ich hab jetzt einen übelsten Ranzen gekriegt, ne... Das ist mir also dieses, ähm... Meme-Denken, so dieses... Haha, wenn ihr mich nackt seht, sterbt ja alle, ne... Ja... Also, ja, ja, ich... Ich... Ich arbeite da dran, dass, ähm... Es ein bisschen wieder zurückgeht... Und man hätte... Gebraucht den... Weil ich nie wegkriegen... Es sei denn, ich höre auf, Bier zu trinken... Und, äh... Ihr wisst alle, wie das... Wie das enden wird... Ich werde mich auch von Bier zu trinken... Ich wollte grad sagen, das wird nicht passieren... Ja, das wird bei... Genau, und deswegen... Das wird bei mir so schnell auch nicht passieren... Auch wenn es gewisserweise vielleicht ein paar gesundheitliche Vorteile hätte... Ja, klar... Mal ganz ehrlich, äh... Ich muss mal noch was zum Let's Play sagen... Ähm... Wie ihr seht... Also... Ich hab jetzt inzwischen geschafft... Hier mal mein schönes... Ding ins hier zu bauen... Also... Wir sind hier schon ein ganzes Stück weiter gekommen... Ich hab auch hier dieses schöne Untertunnel Autobahn 3 hinbekommen... Ach... Der feinde Rettner ist jetzt auch da... Oder wer ist es? Ja, ich bin da... Also, sorry... Hat eine ganze Weile gedauert... Aber... Ich bin ein ganzes Stück weiter gekommen... Oh, ich seh's, ja... Äh... Ich hatte ein wichtiges Gespräch mit meinem Bruder... Das heißt... Wichtig... Ich find's einfach wichtig mit meinem Bruder zu reden grad... Und der macht Gute... Guck den... Seine Familie ist ihm wichtiger als ich... Fick dich... Ne, es ist ganz... Es ist ganz schön... Also... Gerade... Komm ich gut klar mit ihm... Und... Er hat... Äh... Er kommt gut... Äh... Vorwärts in seinem Leben... Das find ich schön... Wer denn jetzt? Ich war grad nicht da... Dein Bruder... Auch geil... Ja... Das ist ja schön... Aber das geht doch gar nicht... Feind Darin... Du bist doch Linker... Du musst doch was gegen Familie haben... Äh... Ne... Ich bin... Ich kenn... Das Ding ist... Ich kenn den Menschen sehr gut... Ähm... Und... Wenn er sich scheiße verhält... Verurteile ich ihn... Und wenn er sich gut verhält... Dann... Es ist einfach... Nein... Es gibt nur Hass... Oder die totale... Ähm... Wie nennt sich das... Äh... Nibelungentreue... Es gibt nichts dazwischen... Nein... 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 Geht's nicht... Ne... Also bei mir... Ich versuch das zu sehen... Ich verstehe was du meinst... Ne... Aber ich versuch das schon eigentlich schon relativ radikal so zu sehen... Dass... Menschen... Dass ich Menschen nicht so beurteile... Nicht anders beurteile... Nur weil ich mit ihnen verwandt bin... Nur... Weil ich mit Menschen verwandt bin... Habe ich sie halt sehr gut kennengelernt... Und das... Äh... Gibt mir ganz andere Möglichkeiten... Mit ihnen umzugehen... Und sie zu verstehen... Oh du hättest jetzt auf den Witz einsteigen können... Hm? Hättest jetzt auf den kleinen blöden Witz mit einsteigen können... Ich bin sehr gespannt was du mit dieser Stadt machst... Ich äh... Ich mag solche Spiele auch... Ich weiß SimCity ist einfach nichts dagegen... So ist... Das hier ist eigentlich das bessere SimCity... Aber ich hab SimCity mal... Tausendmal besser... Ja... Weitaus geiler... Um es mal mit den Worten meines Opas zu sagen... Jesus sprach zu seinen Jüngern... Wer keine Gabel hat... Ist die Suppe mit den Fingern... In Indien macht man das... In Indien ist das... So normal... Mit den Fingern zu essen... Nee... Wer keine Gabel hat... Ist die Summe mit den... Ist die Suppe mit den Fingern... Ja... Ja... Ich weiß schon... Man kann die Suppe weder mit der Gabel noch mit den Fingern essen... Aber... Ja... Okay... Ich hatte übrigens... Ähm... Es gibt ja hier auch fast jährlich ein Food Festival... Äh... Außer es ist Corona... Ähm... Und... Wir haben halt diesmal auch... Ähm... Ähm... Äh... Afrikanisches Krokodilsgulasch mitgehen lassen... Äh... Und was soll ich sagen... Es ist... Das Fleisch an sich... Alter... Alter... Ich hätte nie gedacht... Das etwas, was sich so ungeil anhört... So geil sein kann... Krokodilfleisch ist einfach echt... Krasse Scheiße... Und auch das... Ähm... Das... Das Gericht an sich... Ähm... Ist halt halt so typisch wie man es so kennt... Ähm... Ähm... Ich will jetzt die afrikanische Küche nicht beleidigen... Aber... Halt... Zehntausend Gewürze dran geschmissen... Ne... Und... Ähm... Ist halt nicht so... Also, ähm... Man kann das machen... Passt nicht überall... Also, es ist auch nicht... Also, ich finde das auch so... Zum Beispiel... Ähm... Ich mag Gewürz... Also, ähm... Er Gewürz... Aber, ähm... Kennst du das... Wenn ein Gericht sowas von überwürzt ist... Dass du halt gar nicht mehr weißt... Welche Gewürze du eigentlich noch schmeckst... Hm... Das ist halt das einzige... Was ich an dem Gericht so... Ähm... Ähm... Okay... Es können ja auch viele Gewürze sein... Wenn halt so ich diese Gewürze zum Beispiel ergänzen... Äh... Aber manche... Also, ich hatte hier so... Bei dem Gericht so diese... Ähm... Dieses Gefühl... Das ist halt einfach so... Fucking... Das hat so... Ähm... Das Gericht war irgendwie... Ähm... 50% Essen... 50% Gewürze... Und von den Gewürzen so... 1% jeweils noch anderes... Aber... Das Fleisch war echt cool... Und auch sonst so... Ähm... Es war halt so etwas komplett anderes... Ähm... Aber das Fleisch war geil... Aber es ist doch hoffentlich... Keine bedrohte Art... Dieses Krokodil... Ich weiß es nicht... Ich hab mich nicht informiert... Aber du... Wenn die Arten bedroht sind... Und es nicht ohne Grund bedroht war... Dann schmecken die besonders gut... Ja... Na sicher... Ja... Kann sein... Außerdem... Du musst das immer nach der Logik machen... Ne... Jetzt noch schnell eins essen... Bevor sie ausgestorben sind... Und du keinen zu mehr kriegst... Das war eine wirklich sehr... Gute Logik... Ja... Das muss man sich dann zugeben... Ähm... Ne... Aber stellt euch mal vor... Diese Viecher... Diese Krokodile... Also diese Krokodilfamilie... Die ist älter als Dinosaurier... Ähm... Gut... Aber genau... Um darauf zurückzukommen... In Indien... Und auch in... Manchen afrikanischen Ländern... Da isst man ja mit den Händen... Traditionell... Äh... Und es ist tatsächlich so... Hat... Boah Tha... Was reißt du denn da schon wieder ein? Das hat mir nicht gefallen... Ich muss nur was anders machen... Ja... Ähm... Das passiert bei mir hier ständig... Das ist normal... Die Leute... Aber trotzdem geht es jetzt ein bisschen schneller als vorher... Ist natürlich mega unhygienisch... Ähm... Ähm... Die Leute haben dazu... Auch irgendwie solche Regeln erfunden... Wie... Man darf nur mit der rechten Hand essen... Und mit der linken... Wisch man sich den Arsch ab... Ähm... Und... Natürlich muss man sich konsequent dran halten... Aber trotzdem... Es ist halt... Vielleicht ein bisschen umständlich... Wenn du die ganze Zeit im Alltag... Darauf achtest... Dass die rechte Hand nicht schmutzig wird... Weil du ja mit der isst... Anstatt einfach so... Vielleicht vorm Essen sich die Hände zu waschen... Und äh... Mit... Ja gut... Keine Ahnung... Wenn du halt wenig Wasser... Ja... Ich weiß es nicht... Oder wenig saure... Mit Händewaschen... Aber... Äh... Mit... Mit Werkzeug zu essen... Mit Besteck... Man muss ganz ehrlich sagen... Also... Ist das bei euch nicht so... Dass ihr so... Guck mal... Bürger... Hüh... Na gut... Du bist jetzt keine Hühnerschenkel... Feinde Rentner... Äh... Aber... So... Es gibt doch so einfach so einen Haufen... Also... Man isst nicht immer nur mit Werkzeug... In der deutschen Kirche... Manches nimmt man auch einfach so in die Hand... Weißt rein... So... Oder ein... Okay... Hamburger ist vielleicht auch schon... Ja... Allgemein... Burger... Kann ja auch ein vegetarischer Burger sein... Pommes... Na gut... Bei Pommes ist es halt echt so... Dass ich ähm... Wenn ich zu Hause bin... Dann esse ich Pommes mit Gabel... Wenn ich unterwegs bin... Dann nicht... Es sei denn... Man gibt nur eine Plastikgabel... Oder eine Holzgabel... Wohl... Wie ich zu Hause jetzt... Bei deinen Eltern... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Ich will mir was fragen... Äh... Geht es jetzt echt darum... Dass du alleine... Für dich alleine isst Pommes mit Gabel... Für dich ganz alleine... Ja... Echt... Tu den raus... Keine Ahnung... Tu den raus... Keine Ahnung... Ich... Wenn ich alleine... Bei mir irgendwo sitze... Dann esse ich halt immer mit Gabel... Weil ich hab doch keine Ahnung... Also ähm... Also bestimmte Dinge... Zum Beispiel Hähnchenschränkel... Oder irgendwie so... Chicken Wings... Oder irgendwas... Wo da ist wirklich... Das in der Hand... Ja... Aber Pommes... Ist halt so... Also wenn ich da mal so... Irgendwie... Dann nehme ich mir... Dann nehme ich mir... Und es die mit der Gabel... Ich hasse... Das Pommes mit... Mit Gabel zu essen... Ein Traum für mich... Aber wirklich... Ich esse Pommes... Nur zu Hause mit der Gabel... Oder es... Ich krieg... Eine Gabel dazu... Also irgendwie so... Ähm... Ich weiß nicht... Aber irgendwie so... Also... Ich hab kein Problem damit... Pommes mit den Finger zu essen... Aber... Wenn ich eine Gabel habe... Es ich dir irgendwie immer mit der Gabel... Ich weiß nicht warum... Es halt auch nur so... Okay... Ist halt eine Gabel... Okay... Du... Du musst mit deinen Fingern... Nicht den Ketchup berühren... Äh... Nicht mal das... Ist einfach nur so... Okay... Hier... Man hat eine Gabel... Man nimmt die Gabel... Jetzt einfach so zum Essen... Weil... Man hat die Gabel einmal da... Ne... Und ähm... Mit der Gabel zu essen... Ist jetzt doch kein Verbrechen... Es sei denn... Man lebt im Schwabenland... Hm... Ja... Aber wie gesagt... In Indien... Da isst man ja auch diese ganzen... Indischen Matschgerichte... Diese ganzen Currys... Und so... Was man sich halt... Aus der indischen Küche vorstellt... Äh... Mit den Händen... Das ist... Diese ganzen Sachen... Die kleben ja auch an deinen Händen dann... Und äh... Und das Zeug... Was an deinen Händen ist... Das äh... Geht da dran... So ne... So ne... Relativ stabile Fritte... Äh... Die greifst du halt da so... Und... Fasst du an zwei Punkten an... Das ist nicht nur... So ein... So ein... Äh... Vielleicht... Vielleicht bin ich auch einfach so jemand... Ja... Ähm... Aber selbst wenn man... Essen bestellt... Fällt Pommes auf... Unter Fingerflut... Aber vielleicht bin ich auch so einer... Der mit seiner Gabel... Mehrere Pommes auf einmal nimmt... Und dann mehrere Pommes auf einmal frisst... Weil ich ein... Fettes... Abscheuliches... Wesen bin... Welches... Nicht nur... Welches... Wenn es nur eine Pommes... Pro Hieb einatmet... An Unterzuckerung stürbt... Kommt ja auch drauf an... Also... Ist du dann auch nur die dünnen Pommes... Oder wie noch... Das kommt... Ne gut... Das kommt drauf an... Also... Wenn ich jetzt so... Wirklich ganz... Wirklich fette... Selbstgemachte Pommes habe... Ähm... Dann ist ich immer noch mit der Gabel... Da habe ich zwar nur einen... Aber ich esse immer noch mit der Gabel... Ist einfach so ein... Zu so einer Art... Äh... Ist nicht notwendig zwingend... Für mich um Pommes zu essen... Du hast... Wenn ich eine habe... Esse ich Pommes... Tendenziell mit der Gabel... Das sind gerade die Themen... Die Deutschland 0.16 Uhr... An einem wunderschönen Dienstag... Äh... Wachhalten... Es ist ein wunderschöner Dienstag... An dem für mich überhaupt gar keine... Aussicht besteht... Dass ich in dem nächsten Monat... Irgendwelche Verpflichtungen habe... Weil ich einfach Schulferien jetzt habe... Für... Sechs Wochen... Weil ich in Bayern lebe... Ja... Baden-Württemberg ist ja auch so... Hm? In Baden-Württemberg ist es ja auch so... Aber auch in der gleichen Zeit... Im gleichen Zeitraum? Ziemlich gleich... Wenn es... Wenn nicht sogar identisch ist oder so... Mhm... Ich weiß mal... Das einmal war Bayern... Sogar noch eine Woche später... Aber ich weiß nicht... Ob das auch... Irgendwie aufs Jahr ankommt... Ob es mal... Abweichungen gibt... Aber normalerweise... Ist es in Sicht... Baden-Württemberg und Bayern... Ziemlich gleich... Alter... Warum... Ist da jetzt schon wieder so... Das verstehe ich jetzt nicht... Das war doch eine normale Straße hier... Ja... Das sieht sehr unschön aus... Das sieht ganz... Das sieht schrecklich aus... Ähm... Das wollte ich auch gar nicht so... Das ist irgendwie totaler Scheiß manchmal... Ähm... Ja... Aber... Ding... Genau... Ich wollte ein bisschen angeben mit meinem Zeugnis... Dieses Jahr... Äh... 1,3... Trotz Lockdown... Streber... Öl... Streber... Tu den raus... Jedes Mal... Ähm... Kennt ihr das... Ostdeutsche Jägerschnitzel... Ja... Das habe ich schon... Haben wir schon mal mit jemanden gehabt... Da wäre... Da war Risto richtig mit... Echt... Äh... Hast du eine fette Rolle Jagdforscht bei dir... Im Kühlschrank liegen... Und denkst du nur so... Okay... Ich möchte irgendwas haben... Was ich... Schnell auf der Hand... Äh... Tressen kann... Vernünste Meister... Ja... Ey... Das ist... Nicht irgendwie... Das Fingerfood Nummer 1... Jagdlos habe ich wenig für das Nieder... Na gut... Ähm... Also wenn dann schon so eine Rolle... Wo man sich so ein paar Stücke abschneiden kann... Nicht diese im Discount diese Dünnstein abgepackt... Das lohnt sich nicht aber... Ich muss echt sagen... Also ich finde das echt... Also ich muss sagen... Also okay... Ich kann es verstehen... Ähm... Jetzt mal ganz ehrlich... Die Österreicher... Jetzt müsste Jules reinkommen... Die wurden sowieso jeden... Also die wurden... A... Die Bessis erschlagen... Ne... Dass die... Äh... Soße auf einen Schnitzel packen... Mit ihrem Jägerschnitzel... Also mit der Pilzsoße da drauf... Und äh... Ja... Die Bessis wurden dann die... Äh... Ossis erschlagen... Weil ähm... Eine... Die Paniote Yachtwurst... Es gehen Schnitzel... Riii... Und äh... Ja... Es ist jetzt wirklich so dieses... Es ist irgendwie ein... Ein... Stellt euch vor... Man hätte so Rollstuhlfahrer... Ohne Rollstuhl... Die sich irgendwo im Schlamm sind... Und mit Pullnudeln verprügeln... Das ist diese ganze Debatte... Kann auch jeder fressen... Was er will... Jo... Ach... Werden wir es heute noch erleben... Dass äh... Thar das Straßennetz fertig stellt... Und dann irgendwie... Nein... Ausweist... Das hätte ich lieber unter Tunneln sollen... Das ist aber auch irgendwie echt ne... Ne schwere Map oder mit dem ganzen... Ja... Eine Stadt aufzubauen... Ja... Das ist halt... Viel Erhebungen halt und so... Viel Erhebungen... Ey! Was? Count Dankula... Hat ein Video über Gerd Postel gemacht... Ach... Count Dankula... Der kann mich mal... Warum? Das ist doch so ein rechter Spinner... Warum ist das ein rechter Spinner? Der ist links... Der Count Dankula... Augenblick... Ich hab das nicht mehr so ganz im... Im Gedächtnis... Aber... Also okay... Vielleicht heute nicht mehr so... Weil die ganzen... Krasslinken den... Vertrieben haben... Der ist halt für Meinungsfreiheit... Der hat ähm... Mehrere kommunistische Tattoos... Auf seinem Körper... Also ich kann mir genau erzählen... Dass er rechts ist... Bloß weil er mal seinen Mobs... Mal als... Ein Gag für ein Video... Den Hitler... Nee... Das meine ich nicht... Das ist einfach... Humor muss man... Kann man sogar kritisieren... Kann man sogar sagen... Das ist... Keine Ahnung... Verwerflich... Aber dadurch ist er noch nicht... Rechts oder nicht links... Nur... Ähm... Ich hab da schon ein paar mehr Sachen... Äh... Mitbekommen... Ich hab's... Es ist nur so lange her... Ähm... Mit dem Count Dankular... Mit... Also dieses Thema... Das... Äh... Daran lag's jedenfalls nicht... Ähm... Also okay... Also darf der jetzt jetzt... Nicht irgendwie... Äh... So ein... Ähm... Madlet-Video über einen... Ähm... Hochstapler machen... Der... Ähm... Bestand halt... Ähm... Sich als Psychologe ausgegeben hat... Davon tut man... Fast ziemlich viel... Aber es ist immer die Frage... Ob man's gut findet... Und Taurus... Hast du eigentlich von dem gehört? Von dem Count Dankular? Gar nix... Nix... Keine Ahnung... Kennt ihr nicht... Ähm... Das ist so ein... Schottischer... YouTuber... Ähm... Aber ich glaube echt... Dass der mal irgendwie so... Recht Sachen... Ähm... Aber der macht keine Geschichtsvideos, oder? Hä? Ne, ne, ne... Macht er nicht... Der also... Der macht so... Ähm... Ähm... Der macht so... Ähm... Er macht so seine Mailplätze... Er hat da schon... Ähm... 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 Der provoziert gerne... Der provoziert gerne stark... Äh... Und auch gerade in der Richtung von dieser PC-Culture... Die ja ja nun mal immer zum Opfer fällt... Und also... Was heißt also auch so... Der cancel-Culture... Äh... Also der fordert das gerne heraus... Weil er einfach zeigen will... Wie krass das alles geworden ist... Ähm... Ähm... Der muss dort und dort gecancelt werden... Aber ich glaube... Das fing alles erst an... Ähm... Ähm... Der halt so... Wegen diesem einen Video verknastet werden sollte... Aber ich würde nicht immer jeden als Nazi bezeichnen... Der halt so mal ein bisschen... Äh... Äh... Aber hey... Ich hab auch nicht gesagt, ob der Nazi ist... Ich hab gesagt... Ja... Das ist schon... Das ist... Also... Ich kann da wieder... Ja, aber ich kann... Ich kann mal... Ich kann mal beide Seiten da wieder verstehen... Also erstens... Er hat ja... Ähm... Rechts... Nicht... Nazi... Da muss man auch genau zuhören... Was... Jemand gesagt hat... Wenn man wieder gleich draufkommt... Er wäre Nazi... Das hat keiner gesagt... Ne... Also das ist halt... Was mich auch immer ein bisschen ärgert... Das sagen auch viele... Die halt so mal... Rechts oder so sind... Die behaupten dann immer wieder... Wie bin ich gleich Nazi... Ja ne... Das hast du doch gerade eben gesagt... Das hat doch kein Mensch behauptet... Ne... Aber du bist halt rechts... Und rechts... Äh... Kann man ja auch sein... Man kann sogar... Demokrat und rechts sein... Und so weiter... Es geht ja alles... Ne... Äh... Es hat nur die Frage... Ob man ja trotzdem... Man... Man kann halt... Ich kann ja wenig mit... Die Person sagen... Ne... Deswegen ist es jetzt schwer... Wenn ich jetzt weiter... Was... Mich da groß zu äußere... Aber ähm... Hm... Also... Ne... Der... Der Typ provoziert halt gerne... Aber der ist halt jetzt... Kein rechter... Der hat immer nur... In die rechte Ecke gestellt... Von den... Ähm... Cancel Culture Leuten... So... Die halt so... Da unterwegs sind... Also der... Der... Hat auch schon... Aber ich gucke halt so hoch... Meistens so seine... Ähm... Mad Lead Videos... Und weil da tut er über so... Irgendwelche... Leute... Die heißt schon... Ähm... Ähm... Der hat zum Beispiel auch so Videos... Über Evil Kniebel gemacht... Also den krassesten Stuntman... Den es je gab... Äh... Und der macht das immer... Zwar humoristisch... Also der... Der macht so seine Witze... Aber der macht das dann trotzdem immer so... Geschichtlich akkurat... Und deswegen... Finde ich das halt so krass... Dass der irgendwie... Äh... Dass der jetzt so vor einer Stunde... Irgendwas über Gerd Postl gemacht hat, ne? Ja... Ja... Über Gerd Postl... Ach der Typ ist halt wirklich so... Also ein Paradebeispiel mäßiger Narzisst... Das ist so ein... Ach Gott... Den kenn ich auch nicht wirklich... Er tut einem echt leid... Es tut einem echt leid dem zuzuhören... Weil man denkt sich... Der Mensch muss so ein stressiges Leben haben... Ständig so sehr... Irgendwie äh... Darauf zu achten... Wie er auf andere wirkt... Und äh... Dass er irgendwie... Cool rüberkommt... Oder so... Also... So ein richtiger pathologischer Narzisst... Der muss echt ein stressiges Leben haben... Ähm... Aber der... War der nicht auch irgendwie hochstapler... Dass er hier irgendwie mal... Als Beschützer rausgegeben hatte, ne? Ja... Aber jedes Mal... Wo dieser Gerd Postl... In irgendwelchen Interviews zu sehen war... Hat der einfach... Es ist einfach so krass durchgekommen... Was für ein heftiger Narzisst der Typ ist... Es ist einfach so... Ja... Stell dir mal vor... Du bist... Du bist psychisch krank... Und gibst dich dann als Psychologe aus... Damit keiner dir mal anrechnen kann... Dass du psychisch krank bist... Hey... Wollen wir mal zusammen... Interview mit dem Gerd Postl anschauen... Vor allem... Scheuli... Wo du doch so ein... Lied geschrieben hast... Über Narzisst... Es ist schon noch... Schon noch klar... Dass ich ein Let's Play mache... Machen wir das mal wann anders... Aber... Genau... 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 Der labert richtig für Scheiße... Und der ist halt immer richtig emotional berührt... Wenn sich mal einer über den witzig macht... Ne... Also... Also der tut halt auch sonst... Also der tut auch so auf Twitter so... Dass er irgendwie so... Der große Lyriker ist... Und... Dass er den feinsten Wein trinkt... Und so... Ja... Der ist halt wirklich so ein... Wie bist du... So eine Cringe-Sau... So eine Cringe-Sau... Ach... Ja... Ah Gott... Und Tavi... Kommst du da mit den Finanzen zurecht... Äh... Kaufst dir einfach mal das gesamte Land... Das bin ich schon im Minus... Ne... Das ist... Ich hab... Ich hab dieses Geld-Ding jetzt eingeschaltet... Da... Dann geht's erstmal nicht mit Finanzen... Du kannst erstmal frei bauen... Das ist nicht mal direkt ein Cheat... Das ist nicht mal direkt ein Cheat... Das ist einfach so eine Funktion... Die du halt einen ausstellen kannst... Mir geht's jetzt erstmal darum... Das frei bauen... Du baust erstmal das gesamte Gebiet aus... Mit Straßen und so... Und... Äh... Ja... Nicht nur das gesamte Gebiet... Hier hab ich jetzt so viel rumgemacht... Weil's darum geht... Dass ich hier die Kernstadt beginne... Und deswegen musst du hier ne schöne... Ne Auf- und Abfahrt machen... Mhm... Normalerweise hätte ich das auch viel simpler machen können... Aber es geht darum... Dass ich zum Beispiel hier... Äh... Schon mal zwei Spuren hab... Einfach... Weil nachher gibt's sonst Stau... Wenn da... Wenn da richtig viele... Viel Verkehr ist... Und viele Leute in die Stadt reinfahren... Gibt es einfach ganz schnell Stau... Und deswegen musste ich da so... Du musst vorher einfach viel rumbauen... Damit... Äh... Du schon mal... Ja... Damit du einfach genug... Raum hast... Für die Autos... Ich hab das Spiel tatsächlich auch... Aber nicht installiert... Ich hab das nie viel gespielt... Äh... Vielleicht mach ich das mal bald... Ja... Ich hab ja einen Haufen Modifizierungen drin... Mhm... Deswegen... Also ich find... Aber... Hier... Fängst du jetzt schon mal an mit... Äh... Keine Ahnung... Ich muss ich mal Strom... Und... Wasser... Ich muss jetzt mal Strom und Wasser... Versorgung machen... Mhm... Die mach ich wahrscheinlich ganz da hinten irgendwie hin... Wie ist so deine... Kulinarische... Meinung zu Senf... Ich bin kein großer Senfesser... Achso... Okay... Das ist gleich ein Klärwerk... Ja... Gleich mal Rohre verlegen... Hahaha... Rohre verlegen... Ach wie lustig... Wie geil... Kennt ihr das Spiel... Äh... Sowjet Republic... Workers and Resources? Ne... Das ist ein Indie-Aufbauspiel... Da spielst du einfach Stalin... Oder... Oder wer halt... Äh... In der Sowjetunion die Planwirtschaft halt geplant hat... Und... Gott... Warum... Warum krieg ich jetzt... Augenblick... Warum?! Ach jetzt geht's wieder... Warum... Egal... Ähm... Jedenfalls... Du bist dann halt einfach... Äh... Du planst halt einfach Städte in der Sowjetrepublik... Und hast halt... Ja... Es ist noch Early Access... Es ist noch... Äh... Es wird noch... Ja... Ähm... Erstmal brauche ich ein bisschen Strom für die... Für den Bereich... Na ich mach das... Noch weiter runter ein bisschen... Aber das könnt ihr... Die haben zum Beispiel... Die haben zum Beispiel die DDR... Ähm... Nachgebildet in dem Spiel... Weil man kann halt auch... Äh... Karten... Ähm... Ja... Man kann zum Beispiel auch die Weltkarte so... Die Landschaft... Äh... Verändern... Und dann haben sie einfach so... Die DDR nachgebaut... Habe ich jetzt irgendwie nicht so Interesse daran... Die DDR nachzubauen... Ja... So... Na ja... Erstmal Wasserrohre müssen hier unten hin... So... Ohne Wasser ist schlecht... Strom muss dann auch noch... Verlegt werden... Sonst haben wir bald Stummausfall... Wie beim Herrn Winkler... Wird wir den Namen auch noch genannt haben... Ja... Ähm... Ein Freund von mir ist ja irgendwie immer noch voll in diesem Drachengame drin... Äh... Und ich... Ich bekomme das manchmal so ein bisschen am Rande mit... Was er mir da erzählt... Was da schon wieder los ist... Weil eigentlich... Interessiert es mich gar nicht mehr wirklich... Ja... Mich auch nicht... Aber... Ich krieg's fast immer nur von Sumo mit oder so... Ach Gott... Aber ich hab jetzt... Ich hab jetzt in letzter Zeit... Und da hat mich... Scheuli vorhin auch irgendwie drauf angesprochen... Irgendwie... Äh... Chris Chen kennst du ja auch... Nicht wahr? Ja... Mein Gott... Wenn man denkt es geht nicht mehr... Kommt von irgendwo... Eine... Vergewaltigung... Der eigenen Mutter her... Er hat irgendwie seine demente Mutter vergewaltigt... Mehrmals... Ja... Wie Chris Chen hat seine Mutter... Ja mehrmals... Seine demente Mutter... Und... Es kann jetzt sein... Weil er identifiziert sich als Frau... Und... Äh... Da die Mutter keine Aussage machen kann... Äh... Kann es... Kann es sein... Dass die... Äh... Dass die Gerichte in Virginia... Oder West-Virginia... Egal... Also wo der Herkunft so... Äh... Dass die... Dass der Inzest zwischen Mutter und Tochter nicht strafbar ist... Und dass das deswegen vor's... Höchste Landgericht in Amerika gehen muss... Damit die da überhaupt mal irgendwie eine Strafe für den Kriegen können... Okay... Also... Ich finde übrigens... Also ich finde es sollte niemals ein sexuelles Verhältnis zwischen Eltern und Kind geben... Aber ich finde Inzest ist da das geringere Verbrechen als die Vergewaltigung... Ähm... Ich finde es zwar... Ich finde es zwar auch für mich selbst gesehen, ne... Fände ich es auch abartig... Ne... Also ich hätte da jetzt keinen Bock drauf... Aber äh... Wie gesagt... Wenn das die Leute freiwillig entscheiden... Ich bin immer für... Für... Menschen... Die die frei handeln können... Und dürfen wie sie wollen... Schön, dass du so liberal denkst... Ha... Ich finde auch... Aber ich finde das ist ein Unterschied... Äh... Zu einem Verhältnis zwischen Eltern und Kind... Das ist... Das ist nochmal was... Das ist was anderes... Ja... Also das ist schon... Das ist eigentlich immer ein heftiges Machtgefälle... So... Äh... Die... Ich muss das kurz klarstellen... Bevor jemand diesen Stream sieht... Missverständnis aufkommen... Nein... Ich hatte keinen Bock auf Sex mit meinem... Mit meiner Schwester und meinem Bruder... Und auch die auch nicht auf mich... Und die beiden auch nicht miteinander... Und auch sonst nicht... Dass ich es mal aus meiner Verwandtschaft müsste... Also... Bevor wieder irgendeiner spekuliert... Man muss ja immer alles hinterher nochmal erklären... Nein... Gut... Sorry... Das musste ich kurz sagen... So... Wir bauen uns erstes Gebäude... Und zwar... Ich hab Polizei... Sehr schön... Polizei brauchen... Polizei ist... Polizei ist sehr wichtig... Für eine funktionierende Gesellschaft... Ach... Ach... Da fehlt doch ein Polizeigebäude, oder? Gott... Aber der hat einfach... Der oder die... Es ist eigentlich scheißegal... Weil es ist so ein... Es ist so ein kranker Mensch... Ich möchte eigentlich bei... Chris Chan... Gar nicht mal... Ähm... Gar nicht mal irgendwie... So... Sagen... So was für ein Arschloch... Weil es ist einfach ein... Durch und durch... Psychisch so... Verlorener... Kranker Mensch... Das ist einfach... Das ist einfach jemand der... Der ist nicht gesellschaftsfähig... So... Damit ist es eigentlich endgültig bewiesen... Dass... Er oder sie... Was auch immer... Ähm... Ja... Nicht in diese Gesellschaft gehört... Sondern in die Psychiatrie... Ja... Das... Das war auch schon vor... Ähm... Wie ich das mitbekommen habe... Also ich bin jetzt... Im Chris Chan Game... Fast noch weniger drinnen... Als... Im Drachen Game... Aber ich hab's auch... Alles mal mitbekommen... Also der Typ... Der hat auch schon vor 10 Jahren... Irgendwie... Vergewaltigungsfantasie... Mit einer Frau... Äh... Die halt so gestorpt hat... Und ähm... Dass er da noch nicht... Weil ähm... Er ist ja offensichtlich... Ein geisteskranker Mensch... Schon immer gewesen... Auch als Kind... Also der Typ hat irgendwie auch... Ähm... Immer Autismus gehabt... Und sowas alles... Also ähm... Aber wenn es halt so... In diese sexuelle... Richtung geht... Mit ähm... Vergewaltigungsfantasien... Da muss doch irgendwann mal... Irgendwo eine... Instanz greifen... Und sagen... Ey... Wir kümmern uns jetzt darum... Bevor es zu spät ist... Ja... Aber man sollte nicht... Wegen Chris Chan... Jetzt sagen... Keine Ahnung... Autisten sind alle so wie der... Das ist... Nein... Nein... Das nicht... Doch... Doch... Ich habe... Ich habe ja gerade deswegen gesagt... Okay... Der Typ ist halt schon... Vor... Jahren... Aufgefallen... Durch seine speziellen... Sexuellen... Widerlichkeiten... Die er so... Von sich gegeben hat... Und äh... Die auch so gerne verbreitet hat... Und durch sein Stalking... Und äh... Spätestens da hätten... Hätten... Irgendwie... Wer einschreit... Hätte einschreiten müssen... Und sagen... Ey... Hier... Das nimmt langsam... Unschöne Ausmaße an... Wir sollten die jetzt beobachten... Wir sollten die mal in... Äh... Psychologischer... Eher eine psychologische Hilfeanstalt stecken... Hm... Ja... Ich weiß nicht... Ich... Ich glaube... Wenn ein Mensch so verkorkst wird... Selbst... Ich meine... Ich habe in meinem Leben auch ein paar... Äh... Geistig behinderte Menschen kennengelernt... Und ich glaube... Da kann man immer noch... Einiges... Ähm... Ja... Einfach richtig machen... Und die Kinder... Ihren... Äh... Möglichkeiten entsprechend... Einfach... Richtig erziehen und so weiter... Und ich glaube... Es ist auch einfach ein Versagen der Eltern... Äh... In dem Fall... Dass der so... Verkorkst geworden ist... Weil... Auch bei behinderten Kindern... Kann man immer noch einiges... Äh... Ja... Machen... Naja... Naja... Ich bin ganz ehrlich... West Virginia... Das ist der ärmste Staat in der USA... Wenn er in West Virginia wohnt... Oder wohnt... Ist das sicher? Oder... Also entweder Virginia oder West Virginia... Also... Er wohnt entweder in einem von beiden Staaten... Ich weiß nicht welchen gerade, ne? Ja... Ja... Okay... Aber... West Virginia ist der ärmste Staat der USA... Wollte ich nur sagen, ne? Und ganz ehrlich... Dort wurden halt wirklich ein Haufen weiße Rednecks... Und so... Ähm... So... Anti-Staat-Menschen... Und so weiter... Also... Ich will jetzt nichts Böses über Virginia sagen... Oder West Virginia... Also... Speziell West Virginia... Aber... Es ist schon ein sehr verkorkster Staat auch... Und... Da leben halt wirklich viele Hillbillies... Und sonst was... Und ähm... Ich hab manchmal das Gefühl... Das hat schon ein bisschen was auch mit sozialer Elendung zu tun... Und das... Und da... Übrigens hat dort Trump die meisten Stimmen geholt... In West Virginia... Nicht... Nicht in Texas... Nicht in Louisiana... Nicht in Alabama... Oder sonst wo... Oder in Montana... Irgendwo oben... Ne... In West Virginia hat... Und hat Trump die meisten Prozente geholt... Also... West Virginia ist ja auch so ein... Äh... Denn... Denn... Wissen... Über die USA... So... Keine Ahnung... Dass du da sofort irgendwie... Bescheid weißt... Irgendwie mit dem Bible Belt... Und... Den ganzen politischen Fragen... So mit den Staaten... Und so ist es... Das... Das einzige... Was ich über West Virginia weiß... Ist das halt... Ähm... Dass... Ähm... Der Ursprung... Ein Haufen mythischer... Also... Moderner... Mythischer... Kreaturen ist... Also die berühmteste Kreatur... Ist ja von... Point Pleasant... Der Mothman... Ähm... Da gibt es auch noch... So ein Haufen anderer... Ähm... Urbaner... Kreaturen... Die sich in West Virginia rumtreiben soll... Wie zum Beispiel das... Ähm... Ähm... Ich weiß nicht... Irgendwas mit Green... Und das ist... Also irgendeine Stadt mit Green... Greenwood Monster... Oder irgendwas... Es soll irgendwie ein Alien sein... Und... Ähm... Die Leute sehen halt... Irgendwie bis heute... Irgendwelche Aliens... Oder den Mothman... Oder irgendwas... So... Ähm... Ob das vielleicht... Das eine mit dem anderen... Zusammenhängen könnte... Ja... Ich hab jetzt mal Häuser platziert... Da können zumindest mal... Schon mal welche... Gebaut werden... Da kommen aber Hochhäuser hin... In der Gegend... Das ist nämlich der untere... Das wird der Stadtkern hier... Und... Drumherum... Kommt dann die typischen Vororte... Wo Republikaner gewählt wird... Hehehehe... In meinem Spiel wird es dann auch eine White Flight geben... Das heißt... Hier ziehen jetzt erstmal Weiße ein... Und dann kommen die Schwarzen... Dann gehen alle Weißen raus... Wie in den ganzen anderen Großstädten... Du hast ja grad angesprochen... Mein Wissen über die USA... Ja... Ich kenn vieles über die USA... Hehehe... Hehehe... So... Machen wir erstmal hier... Schöne Markierungsarbeiten... Dafür haben wir halt diese Modifizierung... Damit das hier alle... Ein bisschen schöner aussieht... Hehehe... Sorry... Ähm... Ja... Dieses Spiel sieht... Sehr komplex aus... Ähm... Ist es eigentlich nicht... Du hast ja Zeit... Also verstehst du wie ich mein... Äh... Du bist ja nicht so richtig im Stress... Bei dem Spiel... Du... Das ist ja einfach... Ich hör schon Sandbox mäßig... Weißt du... Das ist... Du baust einfach rum... Ja... Aber schau dich an... Du äh... Du baust ja einfach... Äh... Eigentlich so ein Verkehrs... Äh... So... Du... Du stellst Verkehrsschilder auf... Du musst... Ja... Schilder stell ich eigentlich nicht wirklich auf... Aber ich mach hier... Das ist ne Modifizierung... Was ich hier mach... Das gibt's im Normalen gar nicht... Aha... Das heißt... Ich fülle jetzt diese Lücken auf... Damit das hier schöner aussieht... Diesen Mod hab ich mir erst vor ein paar Wochen geholt... Und der ist voll geil... Manchmal sieht man, dass es nicht perfekt passt... Man kann auch zum Beispiel diese Linien auch noch dicker machen... Aber das muss halt gut aussehen... Was? Und wenn man... Wenn man die Möglichkeit hat... Muss man es ein bisschen besser machen... Mhm... Sieht doch schon toll aus... Hier an der Stelle, ne? Ja, also ich hab ja... Übrigens... Keinen Führerschein... Und hab nicht vor jemals einen zu machen... Ah... Es gibt andere Dinge in meinem Leben... Und ich wohne in der Stadt... Also... Okay... Das war jetzt ein bisschen Selbstlieg... Aber... Braunau am Inn... Aber du wohnst ja in Bayern... Braunau am Inn, genau... Oh Gott... Wie viele Einwohner hat Braunau eigentlich? Muss man gleich mal nachschauen... Ich glaub die... So ein kleines Braunau glaub ich gar nicht... Also er ist auf jeden Fall nicht Mini... Soweit ich weiß... Durchgezogen... Aber die... Die Linie muss man jetzt schon mal breit... Braunau am Inn... Das ist... Unsere schöne Stadt... Äh... Ah... Das ist in Österreich... Ist die älteste... Oberösterreich... Natürlich... Bei... Bei... Äh... Beim Wikipedia-Artikel... Hat man natürlich... Sofort... So ganz oben bei der... Drei Zeilen langen... Adolf Hitler... Einführung... Weltweit bekannt... Als Geburtsort Adolf Hitler... Es ist einfach so... Als wären sie stolz darauf... Vielleicht sind sie es auch... Ne... Damit sie es leicht wissen... Von mir kommt der Führer her... Ja... Ja... Ist die älteste... Bla bla bla... Bevölkerungsreichste Stadtgemeinde im... Innenviertel... Der Führer... Der kommt nicht aus Wien... Der kommt auch nicht aus München... Der kommt aus Braunau... Da sind wir stolz drauf... Mit der... Gegenüberliegenden... Deutschen... Staatsgemeinde... Bla bla... Ein grenzübergreifendes... Mittelzentrum... Braunau... Es sitzt der... Regierungsmannschaft... Vom Bezirk Braunau... Am Inn... Weltweit bekannt... Ist Braunau... Als Geburtsort Adolf Hitler... Wenn ich dort... Wenn ich dort... Bürgermeister werde... Oder irgendwie... Oder... Keine Ahnung... Gemeinderat... Sonst wo... Ich würde einen Antrag stellen... Dass die Stadt sich umbenennt in Führingen... Führingen... Führingen wäre doch ein toller Name, oder? Führingen... Ja... Führingen... Goethe und Schiller hat... Wie sie sich so die Hand geben... In Braunau... Muss man halt einfach... So... Keine Ahnung... So eine Statue mit... Mit Hitlers Mutter machen... Wie sie so den kleinen Hitler im Arm hält... So eine Madonna... Mit dem kleinen Hitler... Könntest du mich loben... Für meine tolle Markierungsarbeiten hier gerade... Ja... Das sieht sehr ästhetisch aus... Toll... Das ist doch toll... Das ist der... Das ist eine große Liebe zum Detail... Also meine Freunde... Ich würde jetzt bei allem mal Schluss machen... Weil ich muss Moin raus... Ach nein... Aber gut... Ja dann... Gut... Nach noch euch... Habt noch einen schönen Abend... Mh... Bis demnächst... Ne... Wir müssen raussehen... Schlaf... Bis bald... Danke... Tschüss... Okay... So... So eine machen... Ist ja schön... Schön wenn man die Pfeile noch besser verändern könnte... Aber ist jetzt egal... Kann man leider noch nicht... Trotzdem eine tolle Modifizierung... Ah... Ist das doch schön hier... Eine schöne Autobahn... Ich bin auf verschiedenen... Äh... Äh... Subreddits... Ähm... Bist du bei Reddit? Ne... Da kommen die ganzen guten Memes und so her... Also... Ist halt... Ich bin auch nicht so ein riesiger Meme-Fan... Weil... Ich meine... Wenn ich Memes mitkriege oder so... Dann ist es okay... Aber ich suche nicht nach Memes oder... Mir geht das manchmal ein bisschen auf den Nerven mit dem ganzen Meme-Kult und so... Ja... Es ist nicht so als wäre das nur für Memes... Es ist halt einfach... Es ist halt einfach sowas wie... Äh... Ganz viele Foren in einem... Also du kannst ein Subreddit starten und das ist dann wie ein Forum... Also früher... Äh... Das... Das ist vielleicht der kleine Nachteil daran... Das... Es übernimmt halt so ein bisschen dieses... Dass jedes Internetforum eine eigene Seite hat... Äh... Weil da halt jetzt... Ähm... Haufenweise... Ähm... Ähm... Subreddits halt einfach leichter zu machen sind und vernetzt sind auf der Seite von Reddit... Deswegen... Ähm... Gibt es halt einfach ganz viele... Ja... Ähm... Zu jedem möglichen Thema, ja... Zu... Zu irgendeinem Schriftsteller oder... Zu... Was weiß ich... Ähm... Oh, ich hab hier die falschen... Gibt natürlich auch welche, die nur für Memes sind... Ähm... Aber ja... Jedenfalls... Jedenfalls... Hier auf dem... Ähm... Auf dem Subreddit Pointlessly Gendert... Wo einfach... Äh... Nur Sachen gepostet werden... Wo einfach unsinnigerweise Sachen einfach... Einfach... Ein Geschlecht zugewiesen werden... Wie zum Beispiel... Du gehst in den Supermarkt und siehst einfach Zahnbürsten... Äh... Einmal in rosa und einmal in blau... Oder... Du siehst halt so... Keine Ahnung... So eine Bibel... Die einfach die Männerbibel... Ist... Ist halt aus Amerika... Und da gibt's irgendwie die Boys Bible... Die irgendwie mit einem coolen, abenteuerlichen... Äh... Umschlag ist... Wo dann irgendwie so... Stacheldraht oder so drauf zu sehen ist... Und dann so ein... Ja, für Männer voll die Hardcore Bibel... Und dann für Mädels ist es mit Glitzer und Einhörnern oder so... Also so... So einen Scheiß... Zeigen sie halt da, was sie gefunden haben... Ähm... Und ja... Da findet man manchmal ziemlich absurde Sachen bei Pointlessly Gendered... Mhm... Zum Beispiel auch... Keine Ahnung... Sachen, was irgendwer gepostet hat, was eigentlich unsinnig ist... Wo einfach so ein Unterschied gemacht wird bei Männern und Frauen... Wo der nicht da ist... Oder wo einfach auf irgendeinem Scheißprodukt draufsteht... Ähm... Für Männer... Oder so... Kaufst ne Kettensäge und dann steht auch noch als Produktbeschreibung... Männer... Als... Ja... Keine Ahnung... Das ist sehr diskriminierend... Ja, es ist richtig dumm... Es ist einfach richtig dumm... Man... Selbst wenn man nicht diesen... Keine Ahnung... Moralischen Aspekt bedenkt... So... Oh Gott... Da... Da werden Leute ausgeschlossen... Es ist halt auch einfach dumm... Ja... Als würden Menschen... Oder als würde eine Frau einfach... Immer... Jede Frau mag einfach lieber die rosanen Sachen... Und die blauen Sachen sind für Frauen einfach abstoßend... Oder so... Das ist... Das ist einfach dumm... Oder Frauen wollen einfach... Mögen einfach nicht... Äh... Die brauchen einfach keine Axt... Die... Äh... Arbeiten doch eh nicht... Handwerklich... Keine Ahnung... Es ist halt totaler Blödsinn... Ich finde es gut... Da... Da geht's noch ein wenig Ordnung hier... Mhm... Ja... Komm... Aber ehrlich gesagt... Das sind so Themen... Ich bin ganz ehrlich... Großartig... Jucken tut mich das nicht so... Weißt du... Einfach so... Pfff... Wenn du... Weißt du... Ganz einfach... Wenn irgendwo eine Axt... Wenn du bei Obi eine Axt kaufen kannst... Ich gehe davon aus... Du kannst auch Exte kaufen... Wo das nicht draufsteht... Ne... Ja... Kann man... Dann kaufst die halt nicht... Weißt du... Es ist einfach nur dumm... Es zeigt halt einfach... Es ist ein Spiegel der Gesellschaft... Wenn du in den Supermarkt gehst... Und dann siehst du da... Schon bei den Spielsachen... Ja... Ja... Gut... Aber ich... Ich würde wahrscheinlich... Ich meine... Wenn ich jetzt einen Sohn hätte... Würde ich ihm wahrscheinlich auch gerne Rosa anziehen... Hm... Sehr wahrscheinlich nicht... Ja... Ich würde jetzt... Keine Ahnung... Ich würde... Solange das Kind nicht selber... Selber so... Darüber bestimmt... Wie es sich anziehen möchte... Äh... Würde ich dem wahrscheinlich... Sowieso keine so super... Auffälligen Klamotten... Geben... Aber so gegenderte Sachen... Würde ich dem glaube ich nicht geben... Also... Ich finde das ganz cool... Dass die kleine Cousine... Die ich habe... Ähm... Dass die... Äh... Dass... Dass die auch mal mit so... Rittersachen spielt... Äh... Dass die einfach so ziemlich... So gemischt... Einfach das spielt... Was sie bekommt... Ja klar... Wenn die das selber wollen... Wenn es von denen selber kommt... Kein Problem... Aber ich muss weder die eine... Noch in die andere Richtung aktiv... Jetzt großartig was hinbewegen... Wahrscheinlich nicht... Würde ich auch nicht machen... So... Wenn ich ein Mädchen habe... So magst du nicht mit den Rittern spielen... Äh... Oder wenn ich einen Jungen habe... Magst du nicht irgendwie mit der... Mit der Barbie Puppe spielen oder so... Aber... Ich würde halt einfach... Das ist... Das kommt schon raus... Viele Kinder zum Beispiel fangen an sich für Autos zu interessieren... Wenn sie schon ganz klein sind... Weil sie einfach sagen... Oh da fährt ein Auto vorbei... Ist aufregend... Dann sage ich halt... Merke ich halt... Oh das gefällt dem Kind... Dann... Ja also ich hatte als Kind wirklich viele Autos... Und ich fand Autos auch toll... Also... Ich habe auch mal Autos gemalt... Ja Autos sind aufregend für Kinder... Keine Ahnung warum... Vielleicht... Ich habe aber eigentlich nie so Autos gespielt... Wie viele andere... Ich will Rennautos... Hehehehe... So habe ich... Genauso was ich jetzt gerade mache... Ich habe als Kind... Ich fand das irgendwie toll... Autos hinzustellen... Autos... Oh Gott... Da habe ich eine Scheißrampe hier gebaut... Das sehe ich jetzt erst... Oh Gott... Das habe ich jetzt erst gesehen... Wie scheußlich sieht denn das aus... Das muss ich kurz verändern... Das muss ich verändern... Das kann ich nicht so lassen... Alter das ist ne... Das ist ja fast 90 Grad Winkel Straße nach oben... Das kann ich doch nicht bauen ey... Das sieht doch furchtbar aus... Das ist aber nicht schlimm... Das kann man schnell machen... Das ist kein großes Ding... So jetzt ist es schon besser... Habe ich gerade noch keine 90 Grad Winkel Straße... Ja... Du spielst immer noch gerne mit Autos... He? Ja... Du spielst immer noch gerne mit Autos... Wie man sieht... Indirekt... Ja... Okay... Ich muss... Ich muss hier das Ding... Bisschen... Wunder machen... Damit ich da um die Kurve kommt... Hat man wieder so wenig Stufen zur Auswahl... Das ist wieder so total grob hier in der Stelle... Ich verstehe das manchmal bei dem Spiel echt nicht... Ach... Garten wegen seiner kleinen dummen Stelle muss man jetzt... Wunder machen... Klar... Was soll denn das hier? Das sieht sehr schön aus... Das kann man lassen... Wie es einfach einmal so runter geht... Und dann wieder hoch... Das sieht sehr... Sportlich aus... Hm... Naja... Ist okay... Kann man lassen... Hm... Ich könnte die Liniendicke auch mal noch... Bearbeiten... So dick müssen die sein... So die was hier rüber... So dick müssen die sein... So dick... So dick... Ich auch... Hier hätte ich... Würde ich gerne den Pfeil verändern... Damit dann nach schräg nach rechts geht... Das ist jetzt auch egal... Mach mal hier mal weiter... Dum 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 dum... Hm... Und die Linie müsste ich auch mal echt bearbeiten... Ich müsste sie glaube ich echt mal hier... Hier und da ein bisschen dicker machen... Damit die mir zur Straße passen... So... Schon besser... In der Fall... Das ist halt scheiße... Weil... Weil... Die Straße... Die Straße denkt... Das wäre eine T-Kreuzung... Deswegen zeigt sie den Pfeil nach... Rechts an... Das ist ein bisschen doof... Dann hätten sie bei der Autobahn Funktion sagen müssen... Aha... Wenn das eine Autobahn ist... Dann muss ich den Pfeil irgendwie... Schräg nach links... Hier bei der Ausfahrt... Ist es in Ordnung... Das andere ist Katastrophe... So... Aber da ist zwar falsch... Der muss weg... Das ist hier dran... So... Äh... Ist jetzt der Trailer von der Neue... Äh... Geplanten... Äh... Serie... Die in Tolkiens... Äh... Ja... Kosmos... Handelt... Silmarillion... Ja... Also... Das ist... Ich glaube... Irgendeine... Äh... Epoche... Die im Silmarillion auch... Vorkommt... Ähm... Wird da abgebildet... Äh... Zweite Zeitalter... Oder noch... Vor dem zweiten Zeitalter... Also... Ich habe mich letzte Zeit auch mal wieder mehr mit Tolkien beschäftigt... Ne... Mich interessieren ja besonders so die ganzen Arnor-Könige... Und... Äh... Äh... Wie dann... Das Königreich Arnor dann langsam so in... In den... Ja... So niederging so... Das interessiert mich gerade... Ach... Oh nein... Ist die... Nein... Oh boah... Mir wird schlecht... Egal... Was denn? Ne, ne, ne... Nicht wegen der Serie... Sondern... Weil die eine Schauspielerin... Die Liv Tyler... Die die Arwen... Herr der Ringe... In der Triologie gespielt hat... Die ist jetzt anscheinend richtig fett geworden... Ach echt? Ja... Weißt du wer Liv Tyler ist? Das ist die... Das ist die Tochter von Steven Tyler von Aerosmith... Keine Ahnung wer das ist... Ich fand sie immer... Die Band kennst du doch... Aerosmith kennst du doch... Wie... Warte... Sag nochmal... Aerosmith... Glaub nicht... Oh Gott... Das ist einer der bekanntesten... So... Rock... Blues Rock Bands... So aus den 70ern... 80ern... Ja du... Kennst du das Lied... Ah... Ah... Crazy... Crazy... Hast du sicherlich mal gehört... Mhm... Also... Auf jeden Fall ist sie die Tochter von dem... Von dem Frontman... Von dem Sänger... Aha... Die ist damals in dem Musikvideo auch aufgetaucht... Was ich gerade hier so schlecht angesungen hab... Die muss ich ja auch noch... Da muss ich alles noch bearbeiten... Keine Ahnung... Ich hab nicht so die... Die... Meine... Musikalische Bildung ist lückenhaft... Sagen wir es so... Meine auch... Aber... Aerosmith muss man kennen... Wenn man Rockmusik mag... Die haben schon gute Sachen gemacht... Ja... Ich mag halt auch nicht jede Rockmusik... Aber klar... Ich bin auch offen... Ah... Kannst du mal was posten... Also... Also bevor ich irgendwie komischen... Elektro-Gothic oder... Darkwave irgendwie... Hör ich lieber... Äh... Bluesrock an oder sowas... Ja... So... Hat halt jeder... Einen anderen Geschmack... Ich mag die ganze Synthi-Scheiß halt überhaupt nicht... Hm... Ja... Gut... Das... Also ich meine... Du hast einen ziemlich... Ähm... Ähm... Du bist... Du hast einen ziemlich gefestigten Musikgeschmack... Also... Dir glaube ich auch... Dass das bei dir keine Vorurteile sind... Sondern dass du da... Äh... Das alles kennst... Und einfach weißt... Was du magst und was nicht... Ja... Das stimmt... Das finde ich mal nett... Genau so ist es auch... Es kommen ständig immer wieder Leute auf einen... So... Hör dir das doch mal an... Hör dir das mal an... Das ist doch cool... Und sag ich... Nee... Ich kenn das schon... Ich find's scheiße... Weißt du... Und dann verstehen die das nicht... Weil die... Das was die halt daran toll finden... Findet man tatsächlich scheiße... Wenn da Leute sagen... Ah... Der Bass muss wohl reinhauen... Ufft... 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 Ja... Ich will halt nicht... Ufft... Ufft... Ich will das halt nicht... Gefällt mir nicht... Das ist manchmal voll zum Verzweifeln... Wenn Leute... Wenn die das einem so... So... Einreden wollen... Dass es doch voll toll ist... Nee... Ich hasse Musik... Ich mag Tanzmusik... Vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen... Mag ich Tanzmusik überhaupt gar nicht... Diese ganze... Vierviertel... Bassdrum... Scheißdrecks da... Bah... Muss ich schon gleich jemanden... Die ganzen bescheuerten... Weiberdenken... Die da... Da zu tanzen... Sorry... Da jetzt werde ich ja... Ein bisschen metter... Ein bisschen... Vielleicht frauenfeindlich... Ich weiß es nicht... Aber ich krieg da jedes Mal ein Raster... Dieses... Dieses... Mitnick Zeug... Nur dieses so... Das sind genauso sehr Männer wie Frauen... Aber... Ja... Aber... Mir geht es allein schon darum... Wenn ich jetzt zum Beispiel... Single wäre... Und würde abends auf die Gas geben... Auf solche Weiber hätte ich niemals Bock... Niemals... Würde mich mal anfassen... Och... Es gibt... Es sind nicht alle Leute... Es ist mir egal ob die... Es ist mir egal ob die einen tollen... Es ist mir egal ob die einen geilen Arsch haben... Sobald die anfangen so Scheißmusik zu hören... Sind die bei mir schon unten durch... Ja gut... Aber wie gesagt... Das ist... Menschen haben nicht alle dieselbe Persönlichkeit... Nur weil sie die gleiche Musik hören... Nö... Das nicht... Aber trotzdem... Ich mag... Ich bin auch einfach kein Fan überhaupt von Tanzen oder so... Hm... Ich finde Tanzen schrecklich... Ich habe auch schon so oft... Die Erfahrung gemacht... Dass Leute die tanzen oder zumindest... Oft... Relativ wenig Ahnung von Musik haben... Es kommt zwar vor... Dass sie das haben... Aber... Eher selten... Dass sie... Für die ist Musik halt Beschallung... Und da kann ich rhythmisch drauf mich bewegen... Aber was da jetzt passiert... Haben sie keine Ahnung... Hm... Also... Tanzen ist einfach... Ja... Ein... Bedürfnis... Dazu muss man sich nicht mit Musik auskennen... Muss auch keine... Nö... Man muss nix... Aber ich kann es trotzdem bemängeln... Ja... Klar... Schon... Ähm... Ich denke mal... Für mich ist Musik halt... Mich damit befassen... Und Musik ist für mich halt... Äh... Weiß nicht... Musik ist für mich sowieso... Wenn dann... Also für mich selber... Wenn ich sie anhöre... Es ist sowieso passiv... Dann höre ich auf die Musik... Was gespielt wird... Und... Achte ich auf die Instrumente... Und Kram... Und auf die Drums... Und etc... So Zeug halt... Ja... Ich kann das verstehen... Ich bin auch jemand... Ich tanze nicht besonders oft... Und... Vor allem... Bei richtig guter Musik... Äh... Mag ich es oft auch... Also Sachen die mir sehr gefallen... Ähm... Wirklich... Ähm... Für mich ist auch das schönste... Irgendwie... Alleine im Bus zu sitzen... Oder so... Und auf Kopfhörern Musik zu hören... Ähm... Ja das ist auch geil... Das geb ich dir recht... Ähm... Aber tanzen... Also das heißt nicht... Dass ich tanzen scheiße finde... Das... Äh... Das kannst du gerne finden... Ja... Was halt... Was heißt... Ja... Scheiße... Es ist halt einfach nur... Ich mag's halt überhaupt nicht... Ich mag das einfach überhaupt nicht... Diese... Ich finde auch die ganzen Tänze... Egal... Was es ist... Ich finde das alles... Ich würde wahrscheinlich doch eher... Eher würde ich noch einen Tango tanzen... Oder so einen Scheiß... Bevor ich irgendwie so einen komischen... Äh... Pop... Äh... Dark... Äh... Elektro-Tanz machen würde... Oder so... Äh... Ist doch alles Geschmackssache... Das ist... Das ist wirklich... Ja klar ist Geschmackssache... Aber ich kann ja trotzdem meinen Geschmack auch offensiv nach außen... Ja natürlich... Du musst es nur so ausdrücken... Es ist scheiße für dich... Es ist nicht irgendwie so von Natur aus generell... Ich kann auch generell... Ich kann es auch generalisieren wenn ich will... Wer will mich daran hindern... Ähm... Naja dann... Es ist halt so... Dass du deinen persönlichen Geschmack zum Naturgesetz erhebst... Ja und... Und du kannst ja tatsächlich irgendwie... Wer will mich daran hindern... Du kannst ja tatsächlich irgendwie wissenschaftlich daran gehen... Und sagen so... Keine Ahnung... Dieses Lied hier ist... Äh... Wenn ich es jetzt einfach so von der Machart her betrachte... Billig gemacht... Das bedient einfach nur ein billiges... Ein sehr einfaches Bedürfnis und so... Das ist ein schlechtes Lied... Kannst du auch... Äh... So... Mehr oder weniger objektiv... Einfach aus wissenschaftlicher Sicht machen... Aber... Ich glaube... Äh... Bei dir vor allem wenn es jetzt um so um Tanzen geht... Das ist dann... Eher sowas wie ein Geschmacks... Wie ein Geschmacksurteil... Ja klar... Aber weißt du... Weißt du was... Hier wieder dein Problem ist... Du willst das wieder so für alle gerecht machen... Du musst nicht immer gerecht sein... Du musst auch nicht immer... Äh... Äh... Alles für alle bedenken oder sonst was... Das kann dir auch manchmal scheißegal sein... Du definierst einfach... Ja... Äh... Sachen... Richtig zu stellen... Und mir Gedanken zu machen... Das ist vielleicht so dieser... Innere Philosoph... Ich möchte... Ich frag mich einfach so... Äh... Stimmt das jetzt genau... Und wie kann man das kritisieren... Ähm... Wenn ich... Äh... Wenn ich über irgendwas nachdenke... Ich möchte... Wenn ich ja auch... Aber wie gesagt... Irgendwann bist du mal so ein Punkt... Als an dem bin ich jedenfalls gekommen... Ne... Wo du dir halt auch nicht jedes Mal Gedanken machst... Ob das jedem irgendwie in den Kram passt... Oder sonst was... Du definierst Dinge einfach... Einfach weil du es willst... Weil du es kannst... So einfach... Weißt du... Du stellst ja nicht die Frage... Geht das für die anderen Ordnung... Ist das jetzt gerecht oder nicht gerecht... Das kann dir auch komplett am Arsch vorbeigehen... Ja... Was bei dem Spiel City Skylines... Bisschen unrealistisch ist... Du kannst doch... Du kannst doch auch... Äh... Ein Gebiet haben... Wo Gewerbe und... Äh... Wohnen gemischt ist... Wo einfach so ein Haus ist... Da ist unten ein Geschäft drin... Und oben wohnt jemand drin... Guter Kritikpunkt... Das ärgert mich auch... Das wäre echt auch geil... Wenn es genau das gäbe... Und zwar so ein... So ein Modul... Wo du... Also wo du schon noch beides getrennt haben kannst... Aber wo es vielleicht noch das... Kombinierte gäbe... Das habe ich schon tausendmal gedacht... Sehr guter Einwurf... Vielleicht gibt es... Es soll ja ein zweiter Teil... Wenn man rauskommt... Ich weiß gar nicht von wann der angekündigt ist... Jetzt können wir mal kurz erörtern... Eräutern... Oder wie auch immer... Eräutern... Warte mal... Das... City Skylines 2... Komm... Da... Alles was zum Release... Bla 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 bla... Des Nachfolgeswissen... Aufbaustrategen... Warten ungeduldig... Auf City Skylines 2... Aber kommt das Sequel überhaupt... Wir stellen die bekannten Fakten zusammen... Bla 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 bla... Also bessere Grafik soll es geben... Naja... Mal gucken... Aber das was du gerade gesagt hast... Das wäre schon geil... Mit dem äh... Kombinierten halt... Ne... Gewerbe und... Und äh... Wohnen... Genauso auch mit Büros... Und so weiter halt auch... Ah... Hier haben wir wieder den europäischen Baustil... Das war wahrscheinlich bei der Karte mit dabei... Dass es hier europäisch gebaut wird... Und gleichzeitig habe ich halt... Mega ist amerikanische Polizei... Die mega amerikanische Polizeistation... Egal... So... Jetzt musst du gleich sehen... Wenn die... Leute in meine Stadt fahren... Schuhe mal ein bisschen vor... Die dann so langsam die Leute da rein fahren... Hm... Schon mal ein bisschen vorspulen... Ich hätte das übrigens hier auch... Eine Modifikation... Normalerweise vergehen hier immer gleich... Ganze Tage... Ne... Also ganz schnell... Oder Wochen fast... Und hier vergeht halt ein Tag... Ganz langsam... Eine Modifizierung... Damit man einfach auch... Damit... Damit man nicht plötzlich nach... 3 Stunden Spielzeit... Schon irgendwie... 20 Jahre später ist... Ich finde das jedenfalls gut... So... Hochhaus wurde gebaut... 168 Einwohner... Juhu... Aber den Wohnblocks... Gell... Müssen das eigentlich auch... Mehr Einwohner sein... Binde ich... Als 200... Jetzt gerade mal... 202... 269... Na... Schon ein bisschen mehr... Jetzt... Wo bleiben denn die Autos... Von... Kommen wir hier rein... In dir fährt überhaupt gar keiner mehr... Weil sie jetzt wahrscheinlich alle... Haben wir keine Rush-Hour oder was... Überhaupt noch Autos unterwegs hier... Manchmal packt auch das Spiel... Und plötzlich fahren keine Autos rum... Ist das Spiel... Äh... Nicht eingefroren? Ne... Manchmal packt auch das Spiel... Einfach ein bisschen... Ja... Da fliegen auch Vögel rum... Und das Wasser fließt... Also... Es ist wohl nicht eingefroren... Ne... Ne... Manchmal packt auch... Das Spiel ein bisschen... Da muss man theoretisch... Mal neu starten... Weil wieder in der Verkehr... Ausgeblendet wird... Das ist mir schon mal passiert... Aber ein paar Autos fahren ja noch... Hm... Naja... Du hast fette Straßen gebaut... Und das... Das sind auch welche... Ja... Vorhin war mehr Verkehr... Als ich keine Stadt gebaut habe... Deswegen nicht hier so... Könnte auch an der Uhrzeit liegen... 13.11 Uhr... Weil das haben die auch alles berücksichtigt... Bei der Modifikation... Doch... Da fahren noch einige... Guck mal... Das... Das... Sieht schon mal viel normaler aus... Oh... Ah... Guck mal... Hier kann man zum Beispiel auch wieder was machen... Damit die hier nicht stoppen... Gibt's jetzt auch ne tolle... Ähm... Man hat überall so kleine Feinheiten... Benennen... Keine Ahnung... Das ist jetzt... Das ist jetzt erstmal viel wichtiger... Siehst du hier diese Funktion hier... Das ist ne Modifikation... Das... Zu deinem Punkt komme ich gleich noch... Hier... Ich hab hier zum Beispiel bei dieser Modifikation... Also... Die heißt... TMP... So ne Verkehrsmod... Hab ich die Funktion hier... Kreuzungsbeschränkungen... Und da kann ich hier drüber fahren... Und damit die hier... Auffahren... Ne... Damit hier keine Lücke lassen... Da kann ich hier das einfach freischalten... Das ist verdammt geil... Das sieht nämlich viel besser aus... Weil sonst lassen die ja... Plötzlich sind wie so drei... Äh... Keine Ahnung... So ne... Unnötige Lücke drin... Und das sieht dann... Seltsam aus... Hm... Ich spule nochmal ein bisschen vor... Hier... Häusern noch ein bisschen... 395 Einwohner... Jetzt wächst ja schon ein bisschen... Oh... Ich... Oh... Ich hab noch keine Müllabfuhr... Die hab ich vergessen... Muss ich jetzt auch noch bauen... Die bauen wir aber ganz woanders... Die bauen wir immer ganz entfernt... Sollen die anderen sich mit dem Müll rumärgern... Das ist doch nicht unser Problem... Was ist die Frage... Wo wir die jetzt bauen... Könnten sie irgendwie so ganz... Weit weg... Es wird wahrscheinlich nicht in der Nähe von der... Äh... Wassergewinnung sein... Weil sonst wird ja das Wasser verschmutzt... Oder? Ja... Ja... Vielleicht... Deswegen... Wahrscheinlich... Muss ich nochmal extra... Ich muss sowieso noch für das Industriegebiet... Ich weiß gar nicht wo ich das Industriegebiet genau hin machen soll... Normalerweise... Bei manchen Karten kannst du manchmal für so eine Insel nehmen... Und da baust du einfach auch so eine Insel... So ein Industriegebiet drauf... Ist aber ganz praktisch... Weil du dann nur da sowas baust... Das ist dann quasi deine... Deine stinke Insel... Hm... Brauche ich da irgendwie so einen... Abschnitt... Oder hier dazwischen... Irgendwie... Da könnte man irgendwie so Sachen bauen... Machen wir das jetzt mal hier... Muss ich mir später mal... Vielleicht muss ich auch mal einiges umbauen... Also machen wir hier... Da machen wir so eine ganz normale... So... Hm... Boah... Mich... Mich ärgert... Mich kotzt es so ein bisschen an... Dass Leute... Ähm... Hast du das mitbekommen... Diese Internet-Trend... Du bist vielleicht nicht auf so vielen... Äh... Foren oder sowas... Aber... Es ist doch irgendwie so ein... Äh... Keine Ahnung... So ein Ding... Dass Leute Memes darüber machen... Dass sie sich ein... Big-Tiddy-Goth-Girlfriend... Äh... Wünschen... So... Ja... Es ist einfach so... Ein... Ein... Ne... Ne... Nochmal... Ich hab's akustisch nie verstanden... Was? Big-Tiddy-Goth-Girlfriend... Eine große Titten-Grufti-Freundin... Weil... Keine Ahnung... Goffs... Werden halt irgendwie... Fetischisiert... Weil es sind... In den... In den Augen dieser Leute halt einfach... Frauen... Die in Schwarz angezogen sind... Und irgendwie exotisch ausschauen... Auf irgendeine bestimmte Weise... Und deswegen werden sie fetischisiert... Und das ist... Das ist ein totaler Scheiß... Das ist nicht nur richtig oberflächlich... Sondern es ist auch noch... Auch noch sowas wie... Oh... Keine Ahnung... Äh... Ich muss... Diese Frauen mit den coolen Schuhen... Und mit den Tattoos... Das ist ja voll... Sexy... Und... Die haben in Wirklichkeit überhaupt... Äh... Keine Ahnung... Das ist... Das ist für die sowas wie ein Porno-Genre... Oder so... Das ist richtig... Das ist ein richtiger Scheiß... Und das wird voll viel gemacht... Alle machen irgendwelche Memes darüber... Dass sie sich so eine Freundin wünschen... Obwohl sie keine Ahnung davon haben... Was sie sich da wünschen... Weil... Das ist eigentlich... Naja... Naja... Ich glaub du erwartest manchmal zu viel von der Welt... Ja... Ne... Das kotzt mich halt persönlich an... Weil es so Sachen... Eine Sache ist... Die mich auch selber betrifft... Und wo es... Wo es dann auch Leute gibt... Du... Du kennst vielleicht diese... Hast vielleicht öfter so Jugendliche auch gesehen... Die... Einfach so ein bisschen so diesen Grufti-Look einfach... So geklaut haben... So diese E-Girls und so... Irgendwelche Jugendlichen... Die hören eigentlich so... So... Rap... Mumble-Rap-Zeug... Und die nennen sich auch zum Teil irgendwie... Street-Goths und so... Weil sie einfach... Unter dem Wort Goh... Sich vorstellen... Oh... Düster ausschauende... Äh... Leute... Die irgendwie so ein bisschen... Keine Ahnung... Ist halt voll der Scheiß... Weil... Das... Das zerstört auch so ein bisschen die Subkultur... Wenn da einfach tausend Leute dazukommen... Und wenn du bei... Google eingibst Goh... Was kommt da als erstes? Was kommt da... Oh jetzt... Hier irgendwas mit einer Versicherung... Aber... Ähm... Irgendwann... Hier... Ähm... Kam als erstes irgendwie die Goh-Boy-Click... Was einfach so eine Gruppe von Rappern ist... Die sich so nennen... Äh... Das ist... Äh... Das ist... Äh... Das ist... Sorry... Verstehst du das? Das sind irgendwelche Mumble-Rapper... Die tragen irgendwie so bunte Dreadlocks und... Äh... Goldzähne... Und... 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 Die nennen sich Goh-Boy-Click... Weil sie sind irgendwie... Weil sie irgendwie denken... Sie sind... Äh... Sie sind irgendwie düster... Und... Keine Ahnung... Und Goh ist doch irgendwie cool... Äh... Und das ist doch dieser Look... Äh... Es ist... Es ist richtig... Traurig... Aber... Was erwartest du ehrlich gesagt? Das ist halt die Frage... Was erwartest du manchmal von diesen Leuten? Äh... Die sind ja oft halt oberflächlich... Oder das ist denen einfach egal... Und die nehmen sich halt was... Was ihnen gefällt... Und hinterfragen das nicht weiter... Ich weiß... Das ist... Es ärgert halt einen... Wenn man irgendwie... Vielleicht authentisch irgendwie... Eine Subkultur vertritt... Oder was auch immer... Aber was willst du machen? Ändern kannst du ja nicht... Und... Von dem her... Ja okay... Keine Ahnung... Ich zum Beispiel... Mit deinem Black Metal... Äh... Ziemlich... So... Ich weiß nicht... Ob du jetzt da Leute irgendwie... Blöd anmachen würdest... Wenn die sagen... Ich höre... Ich interessiere mich für Black Metal... Ja was hörst du? Keine Ahnung... Äh... Ich höre... Demi Borgi... Oder so... Ähm... 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 Aber mir geht es gar nicht mal so sehr darum... Dass man... Dass man Leute... Ähm... Geld kiebt oder so... Sondern einfach... Das sind ja Leute... Die haben ja gar nichts damit zu tun... Die haben ja von vornherein... Die sagen ja nicht mal so... Keine Ahnung... Ich bin Goff... Äh... Äh... Ich... Ich höre nur... Sisters of Mercy... Ich kenne nichts anderes... Sondern... Das sind Leute... Die... Die haben ja eigentlich gar nichts damit zu tun... Die wissen ja gar nicht mal... Was das bedeutet... Ja klar... Aber... Aber wie gesagt... Die wollen es halt auch gar nicht wissen... Äh... Keine Ahnung... Rap-Musik oder so... Verstehst du? Ja aber wie gesagt... Deine Erwartungshaltung ist ja trotzdem einfach schon falsch... Es ist denen einfach egal... Verstehst du? Und bei Black Metal ist halt... Guck mal... Die Sache ist ja ganz einfach... Wenn irgendwie einer auf mich zukommt, ne? Äh... Beschäftigt sich mit Black Metal... Keine Ahnung... Also entweder nicht... Oder er tut's... Wenn er's tut... Dann redest du mit dem... Ja dann... Ja... Gibt's noch die und die Sachen... Na schön gut... Wenn er's nicht tut... Dann... Keine Ahnung... Dann redest du halt nicht mit ihm... Und dann... Weißt du... Das ist halt... Da hat sich die Sache halt erledigt... Dann ist es halt ein dummer Mitläufer... Oder was auch immer... Aber... Die gibt's halt... Aber... Was soll ich mich darüber aufregen... Hm... Ich werd die ja eh nicht verändern... Weißt du... Selten... Selten kommt das halt vor... Dass die dann sagen... Aha... So ist das... Okay... Dann mach ich das jetzt nicht mehr... Ich mein... Jemand der Bock hat sich halt wie im Pseudogothic anzuziehen... Der wird halt das in Zukunft trotzdem machen... Weißt du... Dann wird das halt... Äh... Das sind so... Weißt du... Als ich auch... Jetzt klingt's echt scheiß... Aber als ich jünger war... Hab ich mir darüber auch mal mehr Gedanken gemacht... Aber irgendwann machst du halt darüber halt keine Gedanken... Du lebst einfach deinen Scheiß... Machst einfach den Kram... Den du gerne machst... Du beschäftigst dich halt damit... Aber was jetzt andere so wirklich machen... Auch die jetzt authentisch... Nicht authentisch sind... Darüber macht man sich eigentlich gar nicht mehr so den Kopf... Weil... Du kannst... Kannst die Welt ja nicht ändern... So richtig... Weißt du... Das ist einfach... Das ist halt auch echt nicht so ein hoher Anspruch... Das ist halt... Das ist ja... Da ist die... Die Frage ist gar nicht... Sind die authentisch oder nicht... Und wirklich... Ich bin da... Ich bin da nicht so intolerant... Wenn sich jemand ein bisschen für so Paarbands interessiert... Oder so... Ich bin ja auch nicht so... Ja klar... Da erklär ich das ja auch... Ich bin jetzt aber auch nicht so der... Keine Ahnung... Der... Der seit Jahren in dieser Szene ist... Und der... Da irgendwie sich... Überhaupt das Recht hat... Sich da aufzuspielen als Gatekeeper... Nicht dass ich das überhaupt cool fände... Es geht halt nur darum... Dass diese Leute von vornherein... Nicht... Gar nichts daran kennen... Und nicht wissen was das ist... Und... Einfach nur das Wort... Und damit eigentlich einfach nur verbinden... So keine Ahnung... Äh... Aber das ist halt schon immer... Aber das ist doch schon immer Teil der Popkultur... Das gab es früher mit den... Äh... Hippies und so gab es das auch schon... In den 70ern wollten sie dann so eine komische Hippie-Mode... Wirklich von... Von Modedesignern teilweise... Da haben sie halt auch versucht irgendwie in den... In den populären Markt halt einzugreifen, ne... Für Leute die halt irgendwie sich so den... Den Anschein des Rebellen geben wollen... Äh... Der gespielte Rebell heutzutage... Also äh... Der sich den Anschein von... Äh... Von Rebellion zu geben... Ist sowieso unglaublich gefragt... Also... Egal welchen gesellschaftlichen Fragen... Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt... Äh... Das... Jeder will plötzlich irgendwie... Möglichst rebellisch sein... Nicht... Weil er irgendwie... Auf ne... Neue Idee hat... Also irgendwie einen neuen Gedanken... Irgendwie eine neue Lebensphilosophie... Also die er wirklich begründen kann... Kann sagen... Hey... Ich finde das so und so besser... Ich habe die in die Erkenntnis gewonnen... Ne... Das ist halt... Den Anschein des Rebellischen geben... Das ist halt geil... Also... Weil... Weil das Rebellische an sich schon als... Als Wert verkauft wird... Äh... Das ist zum Beispiel absolut dämlich zu sagen... Ja... Ich bin Rebell um Rebell zu sein... Das ist halt dumm... Weil du solltest ja irgendwie... Guck mal... Nimm mal die 68er... Ne... Die waren zum Teil Rebell... Warum waren sie das? Weißt du... Das alte Weltbild der Gesellschaft... Oder... Oder auch die Nachkriegsgeneration... In Frage gestellt hat... Mit ihrer Lebensphilosophie... Und so weiter... Ne... Jetzt... Wir können auch jetzt nur noch... Thema Sexualität nehmen... Etc... Die hatten tatsächlich was auch zu sagen... Jetzt kann man sagen... Ist richtig oder falsch... Aber... Ne... Einige würden heute sagen... Ja... Es war alles nicht so gut... Was die 68er... Und so gemacht haben... Aber... Darum geht es jetzt nicht... Es geht jetzt nicht um eine Wertung... Es geht einfach nur darum... Dass die... Äh... Dass damals ging es halt wirklich darum... Was in Frage zu stellen... Aber heutzutage... Stellen viele Leute nichts in Frage... Ohne sie stellen was in Frage... Um was in Frage zu stellen... Aber nicht weil sie... Verstehst du was ich meine? Es ist halt... Einfach bei vielen Leuten... Immer so das Bedürfnis da... Irgendwie... Entweder wollen sie... Total Mainstream sein... Oder sie wollen total... Anti-Mainstream sein... Es ist eigentlich beides... Das Grundselbe... Es geht nicht darum... Irgendwie... Einfach sein Ding zu machen... Und das einfach zu leben... Sondern... Man will halt... Irgendwie dann bei... Irgendein Image erfüllen... Hm... Das heißt... Das Image ist halt... Letztendlich das Wichtigere... Als das... Um was es wirklich geht... Und Rebellen-Image ist total gefragt... Sich... Den Anschein des Rebellen-Geben ist einfach... Äh... Total... Gefragt... Das ist halt... Ja... Das ist halt was... Was schmutziges... Damit können sie ganze Pornos drüber drehen... Ja... Aber... Hier ist es ja... Keine Ahnung... Es ist... Es ist doch dasselbe... Die wollen doch auch einfach nur... Die finden halt den Gothic-Style irgendwie toll... Und ähm... Glauben halt... Ja... Aber... Bloß nicht zu tief einsteigen... Weißt du was ich meine... Die wollen auch... Das ist... Äh... Das ist ja im Grunde... Die wissen nicht mal... Zum Teil... Dass das... Dass das eine Subkultur aus den 80ern ist... Die auf Musik... Äh... Ja... Aufbaut... Sondern... Die... Die denken wirklich... Oh Gothic... Das ist doch... Äh... So eine... So ein Modestil... Oder... Ja gut... Aber das gab es vor 20 Jahren auch schon zum Teil... Das glaubst du wie viele Leute schon... Früher... Äh... Gothics waren... Oder... 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 Früher sagte man ja auch Gruftis oder so Zeug auch... Es wurde ja alles... Ja... Unter... Einen Hut... Oder das ja verkauft... Black Metall ist in ja gewisser Weise auch Gruftis... Es ist auch irgendwie... Gruftis ist ja auch irgendwie so ein... So ein... Deutsches Wort für Goths... Ist vielleicht noch ein bisschen der Unterschied... Dass es in Deutschland noch dieses... Diese eigene... Diesen eigenen Bereich von neuer deutscher Todeskunst gegeben hat... Die halt noch stärker so dieses... Äh... Äh... Ja... Was so eine... Eigene... Eigener Musikstil war... Der mehr... Ähm... Mit so... Tatsächlich mit so Sprechgesangselementen... Und... Mit... Ähm... Mehr so pathetischen Texten über den Tod und so weiter... Und so schwarz... Romantische Lyrik... Äh... Aufgeladen war... Wo auch richtig viel Bullshit dabei ist... Aber es... Gerade zum Beispiel mit Sprechgesang... Also... Äh... Ich finde Rap nicht mal so schlimm... Aber Sprechgesang... Geht mir total auf die Nerven... Wenn einer die ganze Zeit so... Und ich... Treffe dich am Abend im dunklen Mond... Mond scheint... Irgendwie... Kein... Ich weiß nicht... Weißt du... Ich... Finde ich total... Was will ich damit? Oder was will mir der Künstler damit sagen? Das ist so... Das ist zum Teil so ein... Äh... Das ist zum Teil schon ziemlich peinlich... Also... Ich finde da gibt's auch echt gute Sachen... Bei neuer deutscher Todeskunst... Also... Ähm... Die... Ähm... Ja... Aber da gibt's auch zum... So viel so peinliche Sachen... Wo Leute einfach... Keine Ahnung... Sich für Dichter gehalten haben... Und die haben dann solche Sachen geschrieben wie... Da gibt's einen der hieß... Explizit einsam... Und der... Die Texte waren ungefähr immer so... Da klingt der Name ja schon scheiße... Der Kelch der Trauer... Ich trinke den Kelch... Ich trinke aus dem Kelch der Trauer... Weißt du was mich bei denen auch immer so stört... Bei denen ist auch alles immer... Was mir düster ist... Ist ja bei denen immer negativ irgendwie... Deswegen... Also... Ja... Aber bei vielen oft... Die singen ja nicht darüber... Dass es einfach toll ist... Dass es mal irgendwie... Keine Ahnung... Bewölkt ist... Oder Herbst ist... Oder irgendwie... Sondern das ist ja immer die Zeit der Melancholie... Und ich denke so... Nee... Das ist die Zeit der Freude für mich... Ich verstehe dich voll und ganz... Und das ist auch in der Gothic-Szene sehr viel so... Wie du das meinst... Also dass... Dass die Leute sich einfach an den Sachen erfreuen... Die eine... Ähm... Eine... Wie soll ich sagen... Die eine Ästhetik oder ein Stimmungsgehalt... Wo die... Wo die Stimmung... Ähm... Eine... Fröhliche auch sein kann... Oder eine... Ja... Eine die man genießen kann... Wo eine... Ähm... Ja... Wie soll ich sagen... Ähm... Das ist eben nicht Trauer hervorruft... Sondern... Also ich meine... Es ist halt genau das... Was sowieso... Es ist halt für mich... Diese... Hm... Es ist halt für mich so ein bisschen wie... Ich komme halt mit meinen... Im Grunde genommen bin ich ein Sonnenstrahle-Kind... Ne... Das ganze Jahr... Und jetzt wo der Herbst kommt... Verfalle ich meine düstere Stimmung... Weil ich damit nicht zurechtkomme... Das ist halt für mich erstmal total weak... Ne... Total schwach... Weil eigentlich... Weißt du... Ich bejahe den Winter... Ich bejahe die kalte Jahreszeit... Mir war auch lange dunkle Nächte... Ich finde das gut... Das ist... Verstehst du... Das ist ja genau was ich haben möchte... Weil ich... Nur nicht weil ich mich dadurch dann negativ oder düster... Also... Nicht traurig fühle... Düster... Schon... Aber düster positiv im Sinne... Weißt du... Vielleicht... Aber... Aber... Wenn ich schon... Hm... Wenn ich schon damit anfange... So... Das ist ja dann irgendwie... Ich weine blutige Tränen... In... In dieser Herbstnacht... Und... Halt die Schnauze... Echte... Also... Die bleiben es auch meistens nicht lang... Das sind auch genau die... Die dann irgendwann aussteigen... Wenn sie dann ihre... Äh... Ihre Kinder... Eine Depression hinter sich haben... So eine... Wie gesagt... Ähm... Ich bin... Ich persönlich... Ich bin sehr gerne auf Friedhöfen unterwegs... Ich mag das... Äh... Wenn es... Bewölkt oder neblig ist... Und... So weiter... Das Kalte tatsächlich... Äh... Bin ich nicht so ganz bei dir... Ich mag... Ich mag den Frühling... Ich mag... Äh... Ich mag... Schon... Ähm... Wenn es so ein bisschen karg aussieht... Ähm... Aber... Ich mag es eigentlich am liebsten... Wenn... Äh... Wenn es warm ist... Und... Wenn es dabei dann aber bewölkt... Und verregnet... Und... Äh... So weiter... Neblig ist... Ähm... Aber ich bin halt ein großer Pflanzenliebhaber... Ich mag... Ich mag es auch wenn es grün ist... Ähm... Und... Ja... Ich nicht... Ich... 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 Kann mich jetzt nicht besonders... viel an kosmischen Dinge freuen... Hahaha... Nein... Damit hat es nichts zu tun... Aber... Ich glaube ich höre mich doppelt bei dir... Echt? Dann mach ich mal mit... Vielleicht ganz kurz oder so... So... Dass... Manche... Mh... Dass zum Beispiel wenn ein Mensch trauert... Dass auch die Trauer dann nicht irgendwie als etwas Negatives gesehen werden muss... Das ist einfach ein natürliches Gefühl... Das passiert zum Beispiel wenn man einen Verlust hat oder so... Ja... Betraue aufgrund was... Und was... Was bringt diese Trauer? Das ist mein... Mein... Mein Ansatz... Es ist... Es ist eine Bewältigung... So... Man beschäftigt sich mit seinen Verlusten... Und... Äh... Es belastet... Also... Es belastet einen trotzdem... Ähm... Wenn man... Ja... Wenn man nicht trauert... Wenn man es einfach verdrängt... Ähm... Ja da ging es ja nichts zu sagen... Aber mir ging es ja um den Kontext dabei... Mir ging es ja um den Tom... Ähm... Um den Kontext der Aufmachung halt, ne? Zum Beispiel wenn Leute sagen... Meine Herbst-Depri-Stimmung... Beim Wort Depri kriege ich sowieso schon... Äh... Agris... Hahaha... Wenn jemand Depri sagt... Dann würde ich ihm schon allein deswegen aufs Maul hauen... Also für das Wort Depri müsste man eigentlich jedes Mal... So einen Stromschock kriegen... Das... Äh... Stimmt... Gebe ich dir recht... Ähm... Ich achte auch auf meine Wortfragen... Ich achte auch auf meine Wortfragen... Boah... Wenn jemand Depri sagt... Aber siehste... Schau... In dem Punkt... Achtest du darauf... Äh... Findest du das wichtig... Dass Leute sich einfach richtig ausdrücken... Du könntest doch auch sagen... Äh... So... Stell dich doch nicht so an... Die Leute meinen es doch oft nicht so... Und wenn doch... Es ist doch nur so eine Kleinigkeit... Du kannst die Menschen eh nicht verändern... Äh... Also... Weißt du... Ne doch... Da kann ich ja was verändern... Ich kann jemanden aufs Maul hauen... Okay... Aber dann hast du... Dann bist du gar nicht so weit entfernt von meinen Positionen... Die ich manchmal habe... Ach... Dass du jemanden aufs Maul haust... Bin ich mir jetzt nicht so sicher... Das habe ich nicht gemeint... Ja... Aber das wäre ja dann die logische Konsequenz... Aus dem was du gesagt hast... Ich wäre ja bereit den Leuten notfalls aufs Maul zu hauen... Bist du bereit den Leuten aufs Maul zu hauen... Die sich... Als Gothics ausgeben... Und es nicht sind... Oder... Oder es nicht verstanden haben... Wieso... Das ist dein Problem... Du jammerst nur... Ich würde sie beleidigen... Also nein... Ich meine... Aber da kriegst du aus dem Maul vielleicht... Ich bin lange... Lange... Sehr höflich... Mh... Kann aber... Passieren... Dass ich... Dass ich... Sie ein bisschen verspotte... Nein... Natürlich... Weißt du was ich damit meine... Natürlich würde ich... Hau ich nicht jedem aus dem Maul... Das geht ja auch gar nicht... Ne... Außerdem kriegst du eine Anzeige und so weiter... Ne... Aber... Die Sache ist einfach nie... Ich mag es nicht... Wenn man so... Wenn man so jammert... Weißt du wie ich meine... Ja... Aber ich dachte genau... Ich dachte wir wären jetzt an einem Punkt... Wo wir einander verstehen können... Weil... Du meintest auch schon... Ähm... Manchmal... Dass solche Themen... Von... Begrifflichkeiten... Sind doch gar nicht so wichtig... Und... Ähm... Man... Man muss sich ja nicht wegen jeder Kleinigkeit die Menschen sagen aufregen... Aber eben hast du auch gemeint... Das ist dir wichtig... Dass Leute so ein Wort wie Depri... Übrigens... Ich verstehe das... Das macht halt auch Sinn... Ja... Aus verschiedenen Gründen... Zum einen weil... Depression halt auch... Eine... Eine Krankheit ist... Und nicht irgendwie... Eine... Keine Ahnung... Nein... Das ist eine ganz... Das ist eine Erfahrungsassoziation... Ich weiß was du meinst... Aber das geht schon wieder... Ticken zu weit... Es geht darum... Dass ich viele Leute kenne halt... Die zum Beispiel... Ich kann mich daran erinnern... Äh... Ich hatte so einen Kumpel... Der war so ein typischer Buschelkopf... So ein Fettsack... So ein richtiger Fettsack... Also dicker als ich auf jeden Fall... Und das war wirklich immer... Das war so ein... Das war genau einer... Der... Der immer bei irgendeiner Tussi landen wollte... Es nie geschafft hat... Weil er erstmal ein Mitläufer war... Und dann hat der auch immer so eine komische Buschelkopf Frisur... Als wenn ganz... Für so einen Ring... Richtig langhaarschnitt hat es auch nie gereicht... Ne... Dazu konnte er sich dann nicht durchringen... Und das ist auch typisch... Warum hat er die Frisur gehabt? Damit vielleicht irgendwann ein Weib sich dazu herablässt... Ihn mal durch die Haare zu fahren oder so... Ne... Und du hast ihm seinen ganzen Blick... Sein ganzer Ausdruck... Der war auch immer dieses heruntergekommene... Ich bin ja eh ein Loser... Weißt du... Da willst du ihn auch sofort erschießen eigentlich... Weil man einfach... Das ist so mitleidserregend... So... Und dann hat er wirklich... Dann hat er irgendwann darüber erzählt... Wie er seine Musik hört... Oh... Da hab ich was für meine Depri-Phase und so... Weißt du... Und alles an diesen Typen stößt sich einfach nur komplett ab... Und du wirst ihm einfach... Am liebsten würdest du ihn einfach nur schreddern wollen... Direkt mit Küken... Weißt du... Es ist einfach nur... Allerdings nur so... Lass dir endlich Eier wachsen, Mann... Und das ist... Weißt du... Da hab ich solche Assoziationen aus meiner Erfahrung heute raus... Äh... ähm... Äh... 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 Furchtbar... Es geht einfach Menschen... Die haben... Die haben was total... Nerviges an sich... Äh... Und... Wie gesagt... Ich kann jetzt... Ich könnte natürlich wieder den Toleranten spielen oder so... Aber... Ich will's halt nicht immer... Es geht einfach Leute... Finde ich scheiße... Aber ich... Natürlich... Ich... Was soll ich machen... Natürlich kann ich nicht jeden auf die... Schnauze hauen... Weil da komm ich in den Knast... Außerdem kann ich das jetzt hier schlecht sagen... Äh... Auf Twitch... Das ist Gewaltverherrlichung... Bla bla bla... Eine schöne Lösung... Jemandem auf die Schnauze zu hauen... Für irgendwas... Vor allem... Wer... Wirklich... Ähm... Kann vor allem schon selber manchmal befriedigen werden... Du... Also... Wenn du... Einfach schlagfertiger bist... Als der andere Mensch... Und... Dann kann er dir trotzdem auch... Dann kann er dir auch... Wenn du recht hast... Und wenn du... Selbst wenn der Mensch einfach komplett uneinsichtig ist... Und ignorant... Kannst du halt trotzdem... Wenn du einfach... Dich besser ausdrücken kannst... Als der Mensch... Dem... Menschen... Äh... Gute Nacht Alex... Kannst du dem Menschen besser ein schlechtes Gefühl machen... Und den... Dafür sorgen... Dass der sich schämt... Den... Schlagfertig beleidigen... Oder sonst was... Ähm... Ohne dass du... Deine Fäuste benutzt... Ja aber... Wenn du einfach intelligenter bist... Dann kriegst du das schon hin... Ja manchmal... Und wenn du stärker bist... Dann musst du auch keine Angst haben... Dass der dir... Aber ich finde... Manchmal direkte Rohgewalt... Finde ich manchmal sympathischer und ehrlicher... Als irgendwelche Sprüche sich nochmal entgegenzuwerfen... Ganz ehrlich... Auch nö... Auch nö... Wenn man... Wenn man wirklich überlegen ist... Intellektuell... Kann man einen Menschen komplett... Äh... Demütigen... Oh ja... Das stelle ich mir mal vor... Du gehst jetzt irgendwo... Äh... Ich hab ne Knarre... Tschüss... Ja... Aber du... Dann macht es auch keinen Unterschied... Ob ich den beleidige... Und der haut mich... Oder ob ich versuche den zu hauen... Und der haut mich... Es passiert das gleiche... Ne... Ich sag nur... In gewissen Fällen ist manchmal... Finde ich halt... Ruhe Gewalt... Einfach... Ich sag nur... Ich finde es manchmal sympathischer... Einfach... Weil... Manchmal geht mir halt dieses... Ähm... Äh... Sprüche... Ich glaube Alex will gute Nacht sagen... Ja... Habe ich doch gerade eben schon gesagt... Gute Nacht Alex... Habe ich nicht mitgekriegt... Sehr gut... Ja siehst du... Dann... Ich baue eine Straße... Hört er zu... Und sagt Tschüss... Ja... Ich bin gespannt wie sich diese Stadt weiterentwickelt hier... Ja... Wenn du jetzt... Wenn du jetzt die nächsten Tage weiter streamst... Und das weiter... Äh... Ich... Als Montags Let's Play halt heute... Mit die nächsten Tage meine ich nicht jeden Tag ein Stream... Ich meine einfach die nächsten Tage in denen du... So die nächsten Tage so die nächste Woche... Mhm... Ich weiß ja dass du immer mal wieder ein Stream machst... Ja... Immer mal wieder... Ich hab ganz spezielle Zeiten... Die sind alle... Ist alles äh... Genau... Angegeben wann ich streame... Mhm... Gelegentlich gibt es mal einen spontan streamen... Aber das ist nicht die Regel... Ja... Weißt du so ist das... Bei mir ist das so... Ähm... Ich... Hm... Ich... Ich merke mir irgendwelche Regeln... Selten... Ich bin ein Chaot... Ich hab äh... Jahr lang meinen Stundenplan immer nachschauen müssen... Für die Schule... Ich bin auch... Aber ich bin trotzdem da gekommen... Ich bin der zweitbeste Schüler in meinem Jahrgang jetzt... Dieses Jahr... Auch ein bisschen Chaot... Aber trotzdem... Bestimmte Dinge... Weiß ich dann halt einfach irgendwann... Also... Ja... Ich weiß halt... Ja... Ich bin funktional... Auch wenn ich ein Chaot... Ich bin ein funktionaler Chaot... Also... Ich bin ja auch mein Langzeitgedächtnistyp... Aber... Äh... Donnerstags... Dann weiß ich das halt... Dann mach ich das... Ab da... Das ist ja auch keine große Kunst da... Wo jetzt nachzudenken... Das... Weißt du dann... So läuft... So... Ja... Müsste ich jetzt nicht meine Wissenschaft draus machen... Das ist doch... Ja... Ich bin schon... Also ich... Wenn ich an deiner Stelle wäre... Würde ich das auch so machen... Das ist ja relativ einfach... Aber... Ähm... Ja... Aber ich... 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 Ich merke mir solche Sachen oft nicht... Also... Wenn es mich jetzt so... Direkt betrifft... Ich meine... Ich bin eh so... Ich schau zum Beispiel... Ich glaube jetzt gerade immer noch... Ist der Proletopia live... Ähm... Na... Der ist... Der streamt ja auch mal 6, 7, 8 Stunden, oder? Der streamt fast jeden Tag... Ich weiß aber nicht an welchen Tagen der nicht streamt... Oder ob der da so einen Plan hat... Der hat einen Plan... Der... Der streamt immer... Auch dienstags... Donnerstag... Samstags... Weiß auch nicht ob er jetzt noch welche dazugenommen hat... Aber die weiß ich auf jeden Fall... Der ist auf jeden Fall ständig am streamen... Und es ist bemerkenswert... Weil der macht ja nur so Laber-Streams... Und... Ja... Reaktet halt manchmal auf Sachen... Ähm... Sag mal was... 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 Wo stimmst du eben zum Beispiel nicht zu? Ja... Trotz allem... Ich fand halt... Äh... Ist mal angefangen beim Massengeschmack einfach... Sorry... Das war einfach nur absurd... Das war einfach bescheuert... Da war da... Seine ganzen... Äh... Ähm... Ist dieses... Äh... Er hat plötzlich einen Punkt... Und dann... Dann reitet er das so mega drauf rum... Und dann... Kommt er zu der Schlussfolgerung... Zu der Schlussfolgerung... Zu der Schlussfolgerung... Und weißt du... Äh... Weißt du... Dem fehlt manchmal auch so ein inneres Stoppschild... So mal kurz... Erstmal durchatmen... Und mal die Sache klären... Ne... Und er redet dann viel zu viel noch weiter an irgendeinem Punkt... Anstatt erstmal abzuwarten... Was dabei rauskommt... Oder so... Das ist... Äh... Ich finde der Mann hat sehr viel Potenzial... Aber der muss sich ein bisschen mehr zügeln... Ähm... Hast du schon recht... Ähm... Ja... Das ist was mir... Also was ich immer nach einer Weile... Ich fand ihn ja anfangs auch ganz cool... Aber irgendwie mit der Zeit... Fand ich das dann auch mega anstrengend immer... Äh... Ich finde es immer noch sehr cool... Ich finde aber man... Man kann schon glaube ich mit ihm... Man muss sich auf... Äh... Darauf einlassen... Halt einfach auf seine Art zu... Äh... Diskutieren... Ne... Das ist... Also... Ich hätte zwar schon mal gesagt... Ich würde mit dem Labern auch diskutieren... Aber äh... Er ist mir einfach wirklich... Äh... Wie soll ich sagen... Der ist nicht schnell... Was das Denken angeht... Er ist mir einfach zu schnell am Labern... Er kommt einfach von... Ein Punkt auf den anderen... Er kommt auf den... Er kommt auf den... Und ähm... Also den Eindruck habe ich jetzt... Äh... Ich weiß nicht wie du das genau meinst... Aber... Ihm ist jetzt... Ist es ja eigentlich sogar sehr wichtig... Dass man äh... Nicht so schnell das Thema wechselt... Sondern dass man bei einem Thema bleibt... Ähm... Ja... Es kann nicht sein... Dass er das gern so haben will... Das heißt nicht... Dass es bei ihm Realität ist... Okay... Ja... Ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen... Ich meine... Ähm... Ich meine... Dass seine Art sich... Auszudrücken... Und seine Art zu argumentieren... Ich glaube... Ich glaube... Er hat sehr oft... Schon wirklich recht... Aber ich glaube... Also... Er hat eine sehr gute Vorbildung... Und er versucht das... In einer... Coolen... Einfachen... Sprache... Rüberzubringen... Ohne dass er irgendwie so geschwollst... Äh... Geschwoll... Geschwollen... Irgendwie akademisch klingt... Äh... Mit der ganzen Theorie... Die er durchaus... Ja... Das ist ja auch löpig... Das finde ich auch cool... Ich finde auch die Worker-Cops noch... Aber er glaubt, dass ihm das... Dadurch nicht so ganz gelingt... Dass er nämlich einfach... Das... Das Denken... Die... Äh... Philosophie... Auf der das beruht... Ähm... Was er erklärt... So... Das... Das muss er auch noch irgendwie verständlich machen... Weil er... Ähm... Er sagt... Ähm... Naja... Wie soll ich sagen... Ach... Wo finde ich da jetzt ein gutes Beispiel dafür... Ich finde... Die Logik... Äh... Äh... Nach der er argumentiert... Ist... Äh... Finde ich sehr häufig richtig... Ähm... Aber er erklärt die Logik nicht... Man kann... Man kann ihn nach so einer ganz... Einfachen... Ähm... Äh... Einfachen... Angewandten Logik... Leicht widerlegen... Und... Äh... Und er... Wider... Und er widerspricht halt... Nach seiner eigenen Logik... Er... Äh... Erklärt diese Logik aber nicht... Und ich glaube... Für viele ist der Erklärungsbedarf... Tut mir leid... Dass ich jetzt da jetzt... Nicht die Beispiele liefern kann... Weil ich weiß... Das muss man... Äh... Eigentlich begründen... Wenn... Wenn er mal sowas sagt... Ich werde mal darauf achten... Und dann kann ich das auch... Äh... Besser erklären... Aber... Ich finde... Ähm... A zu argumentieren... Auch... Äh... Richtig... Äh... Erklärt werden... Äh... Muss die erstmal erklärt werden... Weil die ist... Also ich finde gut an ihm... Erstmal seine... Seine demokratische Herangehensweise... Ne... Dieses auch... Vor allem... Dass er damit eigentlich auch... Sagt... Ne... Wenn ihr gegen Demokratisierung... In Betrieben und so weiter... Dann seid ihr im Grunde genommen... Gegen die Demokratie an sich... Weil... Warum soll das ausschließen... Dass es nicht auch für Unternehmen und so weiter gilt... Warum ist es nicht systemübergreifend... Warum ist es nur... Warum soll das nur eine staatliche Angelegenheit sein... Das sind nicht alle super... Diese Punkte... Ne... Nur ist es halt nach wie vor so... Ähm... Ich weiß auch nicht... Äh... Es ist... Ich... 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 Ich habe den Eindruck gehabt... In dem Moment als... Dekadent ihn supportet hat... Ne... War es ein bisschen vorbei... Und ich habe manchmal bei Erwin halt auch den Eindruck... Macht er das wirklich für die ganzen Erkenntnisse... Und... Damit die Leute was daraus nehmen... Oder macht er es ja auch wirklich nur für seinen... Privaten Scheiß... Und äh... Da bin ich mir inzwischen nicht mehr ganz sicher... Er will zwar irgendwie ein aufgeklärter Linker sein... Was ja an... Erstmal an sich löblich ist... Aber ich frage mich... Ob er das wirklich will... Weil wenn er wirklich akribisch und analytisch an die Sache gehen möchte... Müsste er trotzdem mit einer ganz anderen Tonart an die Leute gehen... Und was mich halt einfach wieder ärgert... Wenn er der Nächste sein wird... Der... Keine Ahnung... Massengeschmack... Dann gleich sagt... Jo... Das ist mega rechts und bla bla... Äh... Dann ist es halt... Weißt du... Das ist genau... Da kommen wir wieder dann hin... Wo die Linken seit Jahren dran scheitern... Dass sie sich als erhaben fühlen... Als die, die wissen... Wie die Gesellschaft zu laufen hat... Und dass sie die Einzigen sind... Die irgendwie was gegen Diskriminierung haben... Und bla bla... Ansonsten ist die Gesellschaft böse... Und das geht mir halt alles inzwischen total... Ich kann mir nichts anfangen... Linke müssen dafür sorgen... Dass wir mehr Wähler kriegen... So einfach... Ich bin ein Linker... Aber ich will halt nicht... Dass wir bei 30, 40% insgesamt verharren... Und da ziehe ich jetzt schon SPD und Grüne mit... Und das ist schon sehr zuvorkommen... Ich will halt mal, dass die Linken 15% kriegen... Aber halt auch mit dem richtigen Personal... Was immer noch ein bisschen problematisch ist... Aber da muss ich eben wirklich Leute gewinnen... Und ganz ehrlich... Wir haben halt nur einen Rechtsruck gehabt... Die letzten 10 Jahre oder so... Aber trotzdem muss ich halt versuchen... Ein paar aus diesem rechten Lager... Eventuell wieder auf meiner Seite zu ziehen... Wir haben eine überalterte Gesellschaft... So viele Junge gibt es nicht... Wir haben vielleicht noch Flüchtlinge... Die jung sind und so... Wo es viele Junge gibt... Oder auch überhaupt andere... Ausländer und Migranten... Wie man es nennen will... So... Und was die Linken einfach machen ist... Sich immer auch arrogant... Aus Podestern zu sagen... Ja ne... Die Gesellschaft ist ja das Problem... Wir ja nicht... Ne... Ja... Aber... Trotzdem ist diese Gesellschaft halt nun mal da... Und wenn du das nicht akzeptieren willst... Dass die sich nun mal alle... Für neoliberale Parteien entscheiden... Dann musst du eben dafür gucken... Dass sie sich... Dass sie umdenken... Und dann... Das heißt... Du brauchst eine Gesprächsbasis... Du musst an die Leute rankommen... Und nicht mich auf dem Podest stellen... Und sagen... Ja ne... Ich muss ja nichts machen... Und das erlebe ich bei zunehmend vielen Linken oft so... Die haben zwar alle tolle Ideen in unserem Kopf... Aber ich frage mich dann halt einfach... Ja... Dann müsst ihr mal anfangen... Auch die Leute zu überzeugen... Wirklich zu überzeugen... Man muss es besser verständlich machen... Ja... Ja... Und vor allem mit... Trotzdem auch... Trotzdem mit möglichst vielen Leuten... Noch ins Gespräch kommen... Und nicht sagen... Der ist rechts... Der ist rechts... Der ist rechts... Der ist... Es mag sein... Dass es ein paar verstrahlte Nazis hier gibt... Ne... Das ist ganz klar... Und wenn die antidemokratisch sind... Rassistisch sind... Den... 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 Den Rechtsstaat abschaffen wollen... Dann ist das außerhalb des Diskussionsbereichs... Aber genau das ist ja nicht immer das Problem... Es gibt genug Leute... Mit denen man reden könnte... Die vielleicht jetzt auch... Vielleicht haben die auch AfD gewählt... Ich weiß es nicht... Vielleicht sind es solche Protestwähler... Kann sein... Ich... Ich kann das auch privat... Persönlich nicht nachvollziehen... Aber trotz allem muss ich zugestehen... Dass sie es halt nun mal dürfen... Und sie sind da... Die werden sich morgen nicht einfach alle in Luft auflösen... Die sind halt nun mal da... Aber das ist auch beim Erwin so... Der ist ja... Der ist ja... Steht ja für Demokratie... Und der redet ja auch mit den Rechten... Also... Das stimmt... Ja, klar... Aber ich hab so ein bisschen den Eindruck gehabt... Dass er langsam davon wegkommt... Weil wenn Massengeschmack jetzt schon irgendwie problematisch ist... Da irgendwie zu reden oder so... Ich hoffe vielleicht... Du hast es ja mal... Das ist ein Video von Massengeschmack... Er hat ja selber später gesagt... Irgendwie Massengeschmack allgemein und so... Er will auch nicht sagen... Dass das rechts ist... Und dass der Holger rechts ist... Aber dieses Video hat er kritisiert... Das kann man seine eigene Meinung darüber haben... Ob die Kritik gerechtfertigt ist oder nicht... Oder in welchen Punkten sie vielleicht nicht gerechtfertigt war... Ich würde persönlich sagen... Ich stimme ihm in vielen auch sozial... Also soziologischen Themen zu... Aber ich muss auf jeden Fall sagen... Dass das Wirtschaftliche ganz klar seine größte Stärke ist... Also was wirtschaftliche Themen angeht... Ist der Typ wirklich... Ziemlich... Ja, was ja auch wichtig ist... Gerade für Linke... Ja, also... Das ist zum Beispiel ein Punkt... Wenn er irgendwelche Gespräche führt... Redet er länger über diese... Ja, wie manche sagen würden... Identitätspolitischen Themen... Und dass die stärksten Stellen in seinen Diskussionen... Wo er immer... Also eigentlich immer ganz klar gewinnt... Wo es über Wirtschaft geht... Gut, das kann ich nicht komplett entgültig beurteilen... Weil ich dann so viele Diskussionen... Weil ich gar nicht kenne... Wo er mit anderen... Weil ich weiß ja auch nicht... Wie viele Leute jetzt... Ich weiß nicht, wie viele Libertären... Oder Kapitalisten er wirklich redet... Ja, er hat halt mit diesem einen Typen da... Von der vulgären Analyse... Von der Honigfarbe geredet... Mit diesem Rechten... Und dann hat er mit Imp geredet... Und jedes Mal, wo sie über Wirtschaft geredet haben... Hat der andere halt einfach keine richtigen Argumente mehr machen können... Ähm... Na gut, das sagst du... Wie waren die Reaktionen von außen so? Ja, wie immer... Die Leute... Die rechter Blase... Die Leute, die voller rechts waren... Die haben auch weiterhin gesagt... Ne, das geht ja nicht... Das stimmt ja nicht... Äh... Der hat nicht recht, der Linke... Und die Linken haben gesagt... Ja, der hat voll recht gehabt... So wie ich das auch sage... Aber... Ich... Ach ja, die Stadt schaut schick aus... So... Ja, total groß, ne... Ein paar Häuser halt... Ne, aber ich meine gerade diese... Äh... Verkehrsgeschichte... Die du aufgebaut hast... Habe ich hier schon mal so ein Kajen so gebaut... Hm... Das ist gemeingefährlich... Ich versuche halt immer so Blocks zu bauen... Mit Einbahnstraßen... Das heißt, eine Einbahnstraße geht hier runter... Die geht hier wieder hoch, ne... Auch ein bisschen zur Stauvermeidung... Hm... Sieht halt so ein bisschen aus wie so einem typischen europäischen Innenstadt... Ja, die Häuser sind voll deutsch... Das sind voll die deutschen Häuser... Seht nur noch, wie das dann so dran steht... Keine Ahnung, so... Äh... Nenn mal irgendeinen Standardladen, so... Apotheke... Oder... Der... Der Schuhhuber oder so... Oder Fahrschule Geiger... Fahrschule Geiger... Das ist schön... Ähm... Ich finde das sehr gemeingefährlich... Oder hoffenweise... Zeitarbeitsfirmen... Ach Gott, ja... Aber hier... Wenn du da... Wenn du da... Die Küste... Überall so... So... So abfallend... Dass man da überhaupt... Da können Leute runterstürzen... Und die kommen dann einfach nicht mehr hoch... Weil das so ein... Weil das so eine steile... Äh... So eine steile Wand... Weil die nicht mehr schwimmen können... Ne... Die müssen dann... Die müssen dann schon lange schwimmen... Bis sie irgendwo ans Ufer kommen... So außerhalb der Stadt... Können wir was sagen... Jemand, der da reinfällt... Bei der Strömung... Hm... Wenn du da richtig nah runtergehen würdest... Ich glaube, da schwimmt keiner richtig... Weil die Strömung ist relativ stark... Ja... Also von dem her... Kann auch nicht mehr hochkommen... Die kann man nur noch vielleicht rausangeln... Ja... Oder die schwimmen halt hier den Fluss drunter... Und irgendwo außerhalb der Stadt... Kommen sie dann raus... Vielleicht... Vielleicht können sie auch hier... Irgendwo so... Hier so eine Abzweigung nehmen... Finde ich eh geil... Das hier... Das liegt glaube ich sogar unter dem... Flussspiegel hier... Da ist mein Recycling Center... Haben wir jetzt erst mal hingestellt... Hm... Keine Müllverbrennungsanlage... Ein Recycling Center... Hab ich genommen... Also da bist du eigentlich in deinem Leben viel gereist oder so... Oder warst du schon öfter im Urlaub irgendwo... Also ich habe früher meine Eltern halt viel... Und ansonsten die letzten Jahre nicht so viel... Festivals da noch ein bisschen rumgekommen und... Aber du erzählst ja auch öfter mal Sachen wirklich die so... Ja... Die schon von so einem gewissen Wissen zeugen... Gerade wenn es jetzt um die USA geht... Da kannst du... Also hast du bei Geografie anscheinend schon so... Gegoogelt... Informiert... Gut Dokus geschaut... Kram... Interesse einfach... Interessiert mich einfach... Es gibt so Dinge die interessieren mich einfach... Ich habe zum Beispiel jetzt allein schon wegen USA in den Wahlen... Und Trump und so weiter... Da gebe ich bei YouTube ein... USA Doku oder irgendwas... Dann ziehe ich mir das rein... Dann ballere ich mir das rein... Habe ich eine Doku über die Road 66 gesehen... Wie die entstand... Wie sie dann so... Ging... Wie die dann... Langsam so ihren... Äh... Ja... Wie die dann... Weniger gefahren worden ist... Wie nennt man das... Ihr Rückgang halt... Oder wie nennt man das nochmal... Niedergang... Ihr Niedergang halt... Da habe ich Sachen gesehen über... Ost- und Westküste... Und... Früher habe ich auch schon viel Atlanten mir angeschaut... Und ich wusste schon mit... 16... 15... Ne... 14... 15 war das schon... Da konnte ich eigentlich fast alle... US-Staaten auswendig... Auch wo sie liegen... Hat mich einfach interessiert... Weil ich immer auch... Ich habe auch früher immer so... Straßenatlisse so genommen... Hab da geguckt und so... Das fand ich immer toll... Wenn wir in Urlaub gefahren sind... Habe ich immer geguckt... Wo fahren wir genau... Ich habe sogar geguckt... Welche Autobahn wir fahren... Und so Zeug... Weil ich einfach wissen will... Wo wir sind... Ich wollte nicht sagen... Wie man... Mama, Papa, wo sind die Berge? Das war mir immer so blöd... Ich wollte wissen... Wo es da hingeht... Ich wollte das genauer wissen... Weißt du... So dieses... Was ich gut kann... Ist halt akribisch... Mir sehr trockene Informationen reinballern... Aber... Ist das dann... Zum Beispiel bei Politik... Interessierst du dich für Politik... Weil es einfach für dich... Ein spannendes Thema ist... Oder weil du... Weil du denkst... Dass es wichtig ist... Sich damit auszukennen... Sowohl als auch... Es ist spannend... Es ist auch wichtig... Finde ich... Weil ich finde halt immer... Wenn die... Ich meine... Das ist halt unsere Realität... Verstehst du... Die Leute denken immer so... Ja, lass mal die Politik... Und wir machen... Ja, wenn du die Politik... Und wir machen lässt... Dann hast du halt die falsche Politik... Kannst du ja auch machen... Aber dann wundere dich nicht... Man könnte ja auch sagen... Ich beschäftige mich so viel mit Politik... Wie nötig... Äh... Und dann möchte ich aber bitte... Davon meine Ruhe... Weil es interessiert mich eigentlich gar nicht... Und ich möchte... Mein Privatleben haben... Und da andere Sachen haben... Die... Mir Spaß machen... Ne, es interessiert mich einfach... Mich interessieren einfach... Gewisse... Gesellschaftliche Zusammenhänge... Wie das alles miteinander funktioniert... Das finde ich einfach interessant... Das ist einfach... Weiß nicht... Ich hab mal... Ich hab mal so einen blöden Test gemacht... Vor vielen Jahren, ne... Und da kam raus... Dass ich ein analytischer Denker wäre... Ich glaub... Das trifft's aber ganz gut... Und... Sich für Politik zu interessieren... Ist ja eigentlich auch... Obligatorisch... Für jeden Menschen... Der einfach... Philosophisch... Denkt... Weil wenn man einfach... Die Bedeutung... Äh... Der eigenen... Äh... Des eigenen Lebens... Ähm... Und... Die Ursache des eigenen... Äh... Ja... Wo kommt mein Denken her... Wo... Ähm... Ich hab... Ich war immer... Äh... Wie soll ich sagen... Ne... Ich sag mal... Ich sag mal so... Ich... Du kannst auch wissen... Über deinen Charakter selber entscheiden... Wie du funktionierst... Wie du bist... Und was du magst... Blablabla... Du kannst auch selber dich auch irgendwie... Erstmal frei entwickeln... Du brauchst auch nicht immer die Gesellschaft für alles... Brunst allem ist doch eines klar... Die Gesellschaft beeinflusst... Vor allem Lebensschicksale... Das ist doch ganz klar... Also... Äh... Wenn jemand sagt... Ähm... 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 Afrikaner sind dumm oder ungebildet... Aufgrund... Genetischer... Äh... Sonst was... Ist einfach Schwachsinn... Es hat... Äh... Eine stimmt sogar daran... Tatsächlich... Es kann tatsächlich sein... Dass die vielleicht aus Gründen von genetischen Gründen... Manchmal dümmer sind... Aber ganz einfach... Weil die Vorgeneration auch schon wenig Bildung hatte... Ne... Und dann... Kann das vielleicht genetisch weitergegeben werden... Aber die Genetik an selber... Von Grund her... Ist nicht so gegeben... Dass jemand dumm ist... Das ist alles eine Frage von Bildung... Und von Beeinflussung... Und so... Da gibt es zwar auch ein paar Unterschiede... Vielleicht bei wem... Wie viel Wissen dann wirklich ankommt... Und so... Aber... Ich behalte ja... Die meisten Probleme in dieser Welt... Sind soziale Probleme... Ganz klar... Die bauen auf... Äh... Es war schon... Das Grundproblem unserer Zeit... Eigentlich nicht nur unserer heutigen Zeit... Sondern von früher... Ist... Arm gegen Reich... Das Ganze letztendlich alles... Oder besser gesagt... Reich gegen Arm... So würde Georg Schramm das formulieren... Das ist das zentrale Thema... Schon immer gewesen... Macht und Unmacht... Unterdrückung... Etc... Leute dumm halten... Elitäres Denken halt... Aber nicht elitäres Denken aufgrund... Weil ich... Weil man vielleicht was kann... Sondern es gibt halt Leute... Die sagen... Ich bin da ein Darker Born... Das ist mein Recht und so... Und die, die ja meistens sich elitär aufhören... Die haben Angst... Dass die anderen auch Elite werden könnten... Ja so ist das... Äh... Da hab ich... Die haben ja Angst vor dem Wettbewerb der Fähigkeiten... Die haben Angst... Dass zum Beispiel irgendwie... Ein afrikanisches Kind aus dem Kongo... Dass es plötzlich in der Lage ist... Hat was... Genauso an... An der Harvard University studieren zu können... Und auch am Ende ein Doktor macht... Oder in irgendeiner Richtung... Das gibt es Menschen... Die wollen das nicht... Die wollen, dass die Afrikaner dumme Affen sind... Die wollen, dass das so ist... Die haben ihren Platz... Und da hören sie hin... Und wir sind... Privilegiert... Und uns steht das zu... Dass wir herrschen... Zack... Und das gibt viel mehr Leute... Die so denken, als man denkt... Also... Es gibt viel mehr Leute... Die sowas... Die sowas... Die genauso funktionieren... Und das passiert im Inland... Oder auch in Europa... Wie auch immer... Passiert das genauso... Da soll es einfach welche geben... Die haben einen gewissen Anspruch... Und die anderen sollen sich dem unterordnen... Der Pöbel... Oder was auch immer... Mhm... Ja ich hab da was... Das... Das könnte... Daraus könnte ich mal vorlesen... Aber das mach ich heute Abend nicht... Weil ich bin schon ziemlich müde... Ja... Und jetzt nicht auch noch irgendwie... Nach so einem Buch suchen... Und die richtige Seite... Und das dann irgendwie... Aber das ist auch... Ich hab da so ein Büchlein... Geliehen bekommen... Ähm... Mit einigen Sprüchen... Also mit einigen Auszügen... Aus Briefen... Und aus anderen Schriften... So von Karl Marx... Und Friedrich Engels... Aber auch von Lenin... Was durchaus interessant ist... Mal zu lesen... Auch wenn ich... Jetzt den Typen nicht so klasse finde... Ähm... Einfach was der... Was der so... Ähm... Ja... Für Ansichten hatte... Ähm... Ja... Ähm... Ähm... Aber da... Diese Theorie... Die Marx über die... Ähm... Ja... Über die kulturellen Umstände... Und auch die Werte... Die in einer Gesellschaft herrschen... Hatte... Nämlich... Dass einfach die... In einer Kultur... Immer... Immer die Werte vorherrschen... Die einfach... Äh... Von der herrschenden Klasse bestimmt werden... Das heißt... Während des Feudalismus... Hat... Äh... Haben solche Werte wie Ehre... Und Treue und so... Äh... Äh... Ist eine sehr hohe... Äh... Eine sehr große Bedeutung gehabt... Und dann während der Herrschaft der Bourgeoisie waren es... Sind es dann solche Werte geworden wie Freiheit... Ja... Also immer das was eigentlich... Zur herrschenden Klasse gepasst hat... Und was auch irgendwie die... Äh... Stabilisiert... Zumal es genau... Es ging ja auch nie darum... Dass... Das ist ja... Weil jetzt ehrlich ist ja Freiheit was total tolles... Ne... Und was wichtig ist... Ja... Natürlich Freiheit... Wie man die Freiheit definiert... Freiheit für wen... Freiheit für... Ne... Für wen gilt die Freiheit... Freiheit für mich... Freiheit für sonst was... Das ist halt immer die Sache... Es gibt auch viele Freiheiten... Aber Marx hat auch gesagt... Freiheiten... Plural... Das... Äh... Duldet er nicht... Freiheit... Darf nur im Singular existieren... Als die Freiheit... Denn sobald man von Freiheiten spricht... Ähm... Ist es schon eine Einschränkung... Ein... Dann sind es einfach nur Freiheiten... Von der eigentlich übergeordneten... Äh... Unfreiheit... Ähm... Die das ein bisschen besser machen... Ich kann vielleicht jetzt doch noch mal das Zitat rausholen... Was soll's... Naja... Ich weiß was du meinst... Auf jeden Fall... Hier... Also dann schauen wir mal... Ähm... Wo hat er das geschrieben... Wo hat er diesen Scheiß geschrieben... Hoffentlich finde ich das jetzt noch schnell... Das war... Das war... Das war... Ach Gott... Komm schon... Das habe ich hier irgendwo... Gelesen... Vom guten Marx... Ah ja genau... Genau... Hier... Das ist ein Ausschnitt... Da geht's so... Ähm... Überhaupt die Freiheit nicht... Die nur im Plural gelten will... England ist ein Beweis in historischer Lebensgröße... Wie gefährlich der beschränkte Horizont der Freiheiten für die Freiheit ist... Ces mots der Liberté, sagt Voltaire, des Privilegues supposent l'assujettissement, des Libertés sont des Exemplitants de la Civitude Générale... Übersetzt... Dieses Wort von den Freiheiten, sagt Voltaire, von den Privilegien, setzt die Abhängigkeit voraus... Freiheiten sind Befreiungen von der allgemeinen Knechtschaft... Und das haben wir ja heute auch die... Naja... Wobei, da ist es ein bisschen anders, weil die Neoliberalen, die Kapitalisten... Die haben ja... Also der ein seltsamer Begriff, der natürlich ist eine Freiheit, die sehr viel Unfreiheit einschließt... Die aber auch im Singular gelten will, die einfach als die Freiheit sich darstellt... Als... Es ist mal angenommen, du wärst Neoliberal und so weiter... Wie würdest du das Ganze für dich interpretieren? Das ist halt genau die Sache... Es ist logisch, dass sie es machen... Es ist zwar nicht schön... Und es ist zwar... Wir würden es wahrscheinlich selber... Wir haben ja eine andere Ideologie oder... Für die Neoliberalen ist ja der Kommunismus der Inbegriff der Unfreiheit... Und das ist ja ganz schrecklich... Da ist man... Da hat ja der Staat alles zu bestimmen oder... Keine Ahnung... Das Kollektiv... Also Freiheit heißt für dir auch die Freiheit, andere auszubeuten... Und da soll nicht nach deren Logik ein soziales... Ja, aber... Damit kann man ja relativ leicht kontern... Da kannst du ja theoretisch einfach sagen... Ja klar... Dann war ein König oder ein Kaiser im Mittelalter auch frei... Ja, ganz genau... Aber... Aber... Das ist ja diese romantische Vorstellung... Selbst wenn man selber nicht irgendwie Millionär ist oder so... Aber ich könnte es doch werden... Und ich habe ja diese Ambitionen... Und ich möchte halt... Keine Ahnung... Karriere machen und ein toller Kapitalist werden... Und das ist halt einfach... Das ist halt einfach vor humanistischen Werten... Wenn man die konsequent vertritt... Nicht zu rechtfertigen... Aber die Leute wollen beides... Die wollen Kapitalisten sein... Und sie wollen Humanisten sein... Und deswegen... Nehmen die das so gerne an... Wenn man so rechtfertigt... Ja, aber das ist ja dann die Freiheit... Und die Freiheit ist so ein hohes Ideal... Und die wäre ja dann genommen im Sozialismus... Und dann sagen die Leute... Ja, stimmt... Weil... Das macht sie dann zufrieden... Dann können sie weiterhin... Naja, es ist halt die Frage... Der Punkt ist ja ganz einfach... Der... In dem Moment, wo wir das einfach demokratisch organisieren... Gibt es eigentlich diese Debatte da schon gar nicht mehr... Nur da muss ich jetzt wieder leider an den Kumpel Tesla hier denken... Der selbst Demokratie quasi ablehnt... Weil er meint... Die ist ja auch unfreiheitlich, ne... Und äh... Was mich halt mega aufregt ist... Also da bin ich vielleicht... Da könnte ich mich genauso aufregen wie du... Wenn die dann so tun... Als ginge es ihnen eigentlich um einen kollektiven Wert... Den sie aber eigentlich nur egoistisch... Äh... Leben und... Und interpretieren... Das heißt, dass... Dieses... Äh... Vorgeschobene... Uns geht es ja auch um Menschenrechte... Blabla... Ist eigentlich nur vorgeschoben... Ihnen geht es überhaupt nicht darum... Weil... Oh Scheiße... Soll ich mir eine Brücke abgerissen? Na egal... Die machen wir gleich wieder dran... Ähm... Das ist wirklich ein Punkt... Da glaube ich... Da könnte ich genauso ausrasten wie du... Vielleicht manchmal... Wenn sie dann anfangen... Äh... Äh... Dann da... Rumzulabern wie... Ja eigentlich wollen wir das ja auch... Haha... Ne... Aber eigentlich doch nicht, ne... Äh... Und das ist was mir immer wieder bei solchen Leuten auffällt... Dass... Dass die auch vieles einfach so vorschieben... Erstmal behaupten... Ihr ginge es darum... Aber in letzter Konsequenz dann doch nicht... Also das fällt mir auch immer wieder unglaublich auf... Dass so allgemeine gesellschaftliche Werte benutzt werden... Die aber dann in der Konsequenz gar nicht... Gar nicht zählen... Und das ist gerade beim Begriff Freiheit sehr oft so... Die sagen erstmal... Ja Freiheit und der Kommunismus hat die Freiheit eingeschränkt... Wie auch immer... Hat er zum Teil auch, ne... Nur, ähm... Wie gesagt... Sie sind ja trotzdem bereit... Möglichst vielen Leuten Unfreiheit zu geben... Vielen... Aber die können dann quasi frei... Es ist ganz komisch zu erklären... Ich müsste jetzt... Ganz komische Formulierungen da treffen... Aber... Der Punkt ist einfach nur der... Denen geht es nicht um Freiheit... Denen geht es überhaupt nicht um Freiheit... Denen ging es doch nie um Freiheit... Das ist ja nicht so, dass es ein Versehen ist... Dass sie das benutzen... Das ist ein Propaganda-Begriff in dem Moment bei den... Freiheit... Die sind nicht über... Ein Libertärer oder so ein Anarchokapitalist ist doch nicht an Freiheit interessiert... Oder Freiheit für möglichst alle oder so... Oder das... Es kommt nicht von irgendwo her, dass die Leute, die, ja... Diese politischen Strömungen halt... Also ich meine, die Leute, die wirklich davon profitieren, weil sie reich sind... Und weil das halt einfach die Reichen unterstützt, das Kapital erhält... Ähm... Die unterstützen das halt auch am meisten... Es ist halt... Natürlich gibt es auch viele arme Leute, die darauf reinfallen... Was... Ja... Was leider auch irgendwie... Perfiderweise zusammenhängt mit dem... Ähm... Mit dem Mangel an Wohlstand... Mit dem Mangel an Bildung und Mangel an Zufriedenheit... Weshalb die dann gerade auf so eine Scheiße reinfallen... Weil die halt so viel Kapital haben... Und die, die viel Kapital haben, können auch viel Geld für Werbung und PR und so ausgeben... Um ihr Zeug überall in die Universitäten zu bringen... Und in den Fernsehprogrammen so... Bild-Zeitung, Axel Springer-Presse und so... Oder irgendwelche... Keine Ahnung... Ja... Ähm... Diese Ökonomie vertreten... Oder Wirtschaftsweise... Die da irgendwie... Ähm... Neoliberale sind... Und sagen so... Ja, wir müssen einfach... Wir brauchen einfach einen entfesselten Markt... Das wird am Ende uns allen nützen... Ähm... Ich könnte ja noch verstehen... Wenn sie wirklich das höhere Ziel hätten... Es gibt doch welche... Die haben es vielleicht tatsächlich... Die glauben tatsächlich daran... Äh... Dass der Kapitalismus oder... Oder so wie auch immer... Oder eine sehr... Ähm... Sag ich mal... Ungezügelte Marktwirtschaft... Eine sehr freie Marktwirtschaft... Dass die wie allen mehr Wohlstand bringt... Es gibt tatsächlich Leute... Die glauben daran... Und Mark gehört zum Beispiel dazu... Ne... Ich glaube wirklich... Dass Mark... Schon zum Teil will... Dass es den Leuten besser geht... Vielleicht in seinem Land... Oder so... Aber klar... Wenn es am Ende dann doch heißt... Ne... Letztendlich befürworten die Ausbeutung... Aber halt nicht die Ausbeutung... Von... 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 Unseren Leuten... Sondern die von anderen Leuten... Ja... Das ist natürlich der gleiche Grundgedanke... Der dahinter steckt... Und dann hat... Natürlich hat das mit Freiheit... Dann nichts mehr zu tun... Das ist ja... Klar... Ne... Das ist halt... Mhm... Aber man muss auch mal dazu sagen... Es gibt auch viele Menschen... Die sagen auch nicht gern die Wahrheit... Muss man ganz simpel mal zu sagen... Das ist ja auch was mir... Was mir erst in den letzten Jahren... Bewusst geworden ist... Wie viele Leute eigentlich... Bereit sind zum Bescheißen... Also... Zu... Zum... Ähm... Um ihr Ziel zu kommen... Leute zu belügen... Und wie legitim das auch für sie ist... Das ist was mich immer wieder schockiert... Darum waschen... Also... Dass man sich zum Beispiel auf... Ähm... Wirklich zum Beispiel... Dass man sich mit Betrug... Und Beschiss... Dass man sich dadurch ein Geschäft aufbauen kann... Und darf... Und dass auch viele Leute sagen... Ja... Der ist halt clever... Oder... Der macht das halt geschicken... Also... Und es gibt verdammt viele Leute... Die das... Die das gar nicht so falsch finden... Die sagen auch dann... Ja... So ist halt die Welt... Ne... So auf die Art und Weise... Das ist immer wieder... Das ist... Das ist sowas macht... Das macht mir wirklich Angst... Wenn man nicht einen Ansatz bestreben hat... Ein anständiger Mensch sein zu wollen... Also mit anständig... Man kann nicht einfach nur geradeaus... Fair... Ne... Was man auch früher vielleicht mal als Ritterlichkeit... Oder sowas verstanden hätte... Was es ja wahrscheinlich früher so auch nicht gab... Ne... Aber... Ja... Aber es... Dann gibt es Leute... Die das immer noch irgendwie... Zu rechtfertigen versuchen... Diese... Also ich meine... Wenn man sagt... So ist halt die Welt... Ist das auch irgendwie schon... Der sehr, sehr feige... Sehr, sehr faule Versuch... Einer Rechtfertigung... Das ist eine Offenbarung sein... Wenn man... Äh... Wenn man... Wirklich das gar nicht rechtfertigen braucht... Dann ist es ja schon wieder... Was anderes... Ähm... Aber wenn Leute zum Beispiel sagen... Ja, es wird sich eh nicht ändern... So die anderen Menschen spielen ja auch nicht mit... Warum soll ich jetzt irgendwie... Meine Existenz... Äh... Zerstören... Indem ich... Ähm... Indem ich moral... Moralische Ansprüche... Äh... Nehme... Bei meiner Art Wirtschaften oder so... Dann werde ich doch am Ende nur den Nachteil haben... Weil die anderen das nicht machen... So hat doch eh keinen Sinn... Ähm... Aber... Es gibt tatsächlich manchmal Momente... Wo ich das ein bisschen verstehen kann... Ich meine... Wenn es wirklich dann darum geht... Zu überleben... Irgendwie klar zu kommen... Da kann ich das halt doch wirklich irgendwo... Ab einem gewissen Punkt kann man es verstehen... Ist halt immer die Frage... Inwieweit es anderen schadet... Es ist die Frage... Inwieweit... Wem schade ich dadurch richtig heftig, ne? Äh... Redest nicht wieder von deinem... Von deiner Interpretation von Werbung, ne? Die finde ich mir viel zu streng... Was... Von deiner Seite aus... Ich meine... Es ist wirklich Betrug... Beschiss... So richtig... So... Ich ergauner mir jetzt irgendwas... Ich verspreche den Leuten irgendwas... Oder... Äh... Äh... Und dann am Ende... Hahaha... Ne? War alles Schrott... Und... War alles nix wert... Und jetzt habt ihr euer Geld verpulvert... Und ich bin jetzt reich, ne? Nö... Sowas dürfte es nicht geben... Und wenn sowas sich herausstellt... Müssen die Leute hart bestraft werden... Ganz klar... Wenn jemand weiß... Er... Er verkauft ein... Schlechtes Produkt... Was auch immer dieses Produkt ist... Ähm... Und versucht dadurch Profit zu bekommen, ne? Einfach weil er... Weil er nicht einen... Geraden Weg wählen will... Das ist... Das müsste immer hart bestraft werden... Immer ganz klar... Das müsste... Müsste auch geächtet sein... Hm... Ne? Bei der Werbung sehe ich es nochmal ein bisschen anders... Weil ich denke... Die Marketingabteilung ist sowieso schon eine Abteilung... Die darauf aufbaut... Ein Produkt an den Mann zu bringen... Das heißt... Die... Diese... Diese Bereiche sind ja voneinander getrennt... Die Marketingabteilung hat eigentlich im Grunde genommen... Gar nicht die Pflicht... Sich jetzt erstmal um die... Äh... Qualität eines Produktes zu kümmern... Die Marketingabteilung macht Werbung... Ne? Und hat erstmal nur den... Den Sinn... Ein Produkt an den Mann zu bringen... Deswegen... Äh... Kann ich der Marketingabteilung... An der Stelle jetzt nicht... Wie... Schlechtes moralisches Verhalten vorwerfen... Äh... Ist es eher die Sache des Unternehmens... Ein gutes Produkt... Zu machen, ne? Und eben... Nichts zu versprechen... Was nicht stimmt... Das ist ganz klar... Hm... Wenn es natürlich zur Marketingabteilung sagt... Ne? Äh... Verkauf jetzt irgendeinen Scheiß... Ne? Oder behaupte diesen... Das... Und das stimmt mir einfach gar nicht... Nö... Dann ist das auch nicht in Ordnung... Das ist ganz klar... Mhm... Hierbleiben... Aber ich bin schon ein bisschen müde geworden... Ja... Ich sollte aber auch langsam aufhören... In meinem Let's Play... Es geht schon... Fünf Stunden... Oh Gott... Wenn man an einer... An irgendeinem Autobahndreieck... Ewig rummacht... Und dass man eine schöne... Ja... Jetzt ist schon schreckt die Stadt... Ich bin gespannt... Wie die sich weiterentwickelt... Also wenn... Wenn du mal wieder ein Let's Play machst... Ja... Ich könnte ja... Zwischen... Ich könnte ja auch an einem anderen Tag mal... Die andere Stadt noch zeigen... Die ich baue... Meine Stadt mit Schnee... Und so weiter... Ähm... Die ja schon viel weiter ist... Ich habe ja mehrere Städte schon gebaut... Ich habe das Spiel ja schon ewig... Ich habe es nur nicht in Let's Play... Und vor allem nach einer Weile... Äh... Wird... Wird es ein bisschen problematisch... Wegen den Modifizierungen... Da wird das Spiel ein bisschen langsam... Einfach weil das hat mega arbeiten muss... Ne... Extrem viel Prozessorleistung braucht... Und so weiter... Ja... Ich kann dir mal die andere Stadt zeigen... Und so demnächst mal... Ja... Gut... Weiß was... Dann melden wir das jetzt mal für heute hier... Mit dem... Let's Play... Wir speichern das jetzt mal ganz einfach in... Neu 3 um... Ganz... Ganz simpel und einfach... Das ist jetzt das... Vielleicht gebe ich dem Ding noch einen anderen Namen... Irgendwie Let's Play... Stadt oder sowas... Ja... Kümmer ans Hauptmenü... Abgespeichert haben wir es ja... Uah... Allein das brauchst schon ein bisschen... Bis es mal Menü ist... Ich habe auch noch mal Hunger... Ich habe nach oben Nudeln... Ich habe schon wieder hier... Debug Console... Meldungen... So... Jetzt in meinem Hauptmenü... Ja... Gut... Leute... Das war das Let's Play... Mit viel Talk drumherum auch noch... Diverse Analysen... Gelaber... Mal gucken... Ob es davon noch ein Upload geben wird... Äh... Und ich hoffe ihr seid wieder demnächst beim Donnerstag... Gibt es auch wieder ein Let's Play... Aber ähm... Kann sein, dass es da wieder Rocket League ist... Das hängt ja von der Herren System hier ab... Der im Chat war... Gut... Ansonsten spielen wir vielleicht am Donnerstag auch nochmal... Äh... City Skylines... Werd man sehen... Und morgen gibt es den Dienstagabend Talk... Bei mir auf dem Kanal... Da haben wir dann Just Chatting... Kennt ihr ja alles... So wie das auf Twitch ist... Und ja... Deswegen... Ähm... Ja... Haut rein... Bis zum mittelfristigen Pyros Sieg... Fallout of Freezing Moon... Heil Satan... Und gute Nacht...